Hallo meine Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream auf dem Kanal des Hundes. Wir sind back am Start mit Hogwarts Legacy. Jetzt gehts los, der Zauberhund ist da und ja, ich wollte das Spiel eigentlich die ganze Zeit schon zocken. Ich habe darauf Jahre gewartet und ich hatte jetzt nie Zeit, das anzuzocken. Ich habe echt überlegt, soll ich es privat spielen oder soll ich das einfach im Stream machen? Ich dachte, komm, wir machen einen ganz gechillten Stream. Ich habe auf jeden Fall Lust und Bock drauf und ja, ich hoffe, ihr habt auch Lust und Bock drauf. Ich muss nur schauen, die Musik ist etwas laut, die muss ich noch einstellen, aber ich habe jetzt nichts eingestellt, ich habe jetzt einfach angemacht. Ich habe sogar schon bevor ich überhaupt das Spiel gestartet habe oder irgendwas gemacht habe, habe ich Mods installiert. In dem Fall, ich wollte einen Freecam Mod installieren, das hat jetzt nicht so ganz hingehauen, weil ich wollte mal ein paar Sachen genauer angucken, aber ich habe eine Mod jetzt drin, dass man ein bisschen besser zaubern kann, dass man nicht so 90 Sekunden Abklingzeit oder so hat. Auf jeden Fall, ich freue mich drauf und ja, das erste Schuljahr beginnt am 1. September, jawohl. Wurden abgeholt, sie werden reisen, okay, das wurde schon abgeholt? Ich muss gar nichts mehr holen oder was? Okay, ich starte mal durch. Ah, ich bin so gehypt drauf. Ah ja, wir können ja unseren Charakter erstellen. So, vielen Dank an der Saal in der guten Abend zu spät, Dome LP zu spät am ersten Schultag, so ist es. Ich komme selbst am ersten Schultag zu spät, aber so muss das, Leute. Auch am ersten Schultag darf ich zu spät kommen. So, ähm, da ist der Mann und Ross, by the way, liebe das Thumbnail. Ja, ich fand das auch geil. Ich fand das Thumbnail super. Ja, geil, Mann, hast du was mit Gronkh mitbekommen bezüglich diesem Spiel? Ja, wegen Kontroversen, wegen J.K. Rowling, man muss ja nicht ihre Ansichten unterstützen. Ähm, ich sag mal so, J.K. Rowling hat so viel mit dem Spiel zu tun, dass es einfach nur, ja, Harry Potter ist. Aber die hat damit eigentlich nichts zu tun. Ich unterstütze natürlich deren Meinung auch nicht, aber, ähm, das hat für mich, hat das nichts mit dem Spiel zu tun, weil ich glaube, sonst müssten wir das bei mehreren Spielen machen. Ich will nicht wissen, was bei anderen Spielherstellern die Leute denken oder was die sagen und dann, ja, da kannst du ja gar nicht mehr zocken. Auf jeden Fall, wir spielen das, ich hab richtig Bock drauf. Ähm, was werden wir machen? Also ich bin, ich bin, ich weiß auch gar nicht, wo ich reingehe, weil ich will, wie ist das Haus? Ich schau mal, Charakter Creation, ich möchte, den möchten ich den spielen. Oh, der sieht ja mal lässig aus. Och, das ist ne Dame, Upala. Oder ist das ne Dame? Ja doch, das müsste ne Dame sein. Das ist ne Dame und ich sag, der sieht lässig aus, Alter. Ja, super. Ja, wegen den Haaren, die Haare gefallen mir. Kann ich die Haare snacken von den Leuten? Kann ich die anpassen, die Haare? Das sieht aus wie so ein Harry Potter ohne Brille. Mozart-Verschnitt? Oder ich spiele ein Mädel? Was wollen wir mit dem Mädel spielen? Weil kann man, Leute, kann man die Haare anpassen? Das würde mich immer interessieren, ob die Haare... Okay, man kann das, das kann man anpassen auf alle Fälle. Oh, Alter! Nylon hat die... Avada Kedavra, genau der Zaubertrick, den brauchen wir heute noch zum Töten. Ich weiß nicht, wann man den lernt, aber... Nylon hat die, viel, viel Dank! Hau da raus, der ist eine Dame, ne? Ich weiß gar nicht, aber Haare kann man die changen, weil das wäre geil, wenn man die changen könnte. Aber ich glaube fast, man kann die Haare nicht changen. Hmm... Ach, der sieht doch, der sieht doch Brie mäßig aus. Ein bisschen aus wie ein Crymax. Ich stelle dir ein Crymax-Spiel kommen, in dem ich finde die Haare auch cool, aber ich würde gerne gucken, ob man die... Okay, man kann das Gesicht komplett anpassen, das heißt, es macht eh keinen Unterschied. Aber ich will die Haare, will ich halt haben, ne? Ah, die Hautfarbe kann man auch anpassen. Boah, das ist schwer. Ich dachte, man kann viel mehr anpassen, so Brille kann man... Ja gut, die Harry Potter Brille war eh klar. Die sieht aus wie so ein Metaprofesso irgendwie. Musik Nostalgie, Alter, die Musik schon geil, ne? Ich weiß aber nicht, wie ich meinen Charakter stellen soll. Ah, jetzt können wir so ein... Ach, cool, man kann doch Haare anpassen. Das ist mal nice. Okay, cool, cool. Sieht aus wie Harry Styles gerade, hier so von One Direction ein bisschen. Ähm... Die sind geil, die gefallen mir, die Haare. Ich überlege nur, soll ich böse werden? Jetzt ist die Frage, ich glaube, ich will nicht böse werden. Ich möchte, da müssen wir ein bisschen einen bösen Charakter stellen. Aber die Haare sind doch mal stylisch. Ich glaube, die nehme ich. Oder wir nehmen einfach... Wir machen einfach Jesus mit langen Haaren. Oder mit einem kleinen Mozart. Ne, aber ich fand die Haare schon cool. Ich schaue noch ein bisschen weiter durch. Also es gibt doch viel Ausfall bei den Haaren, aber ich ne... Oh, Alter! Dreads! Ich möchte auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall vielleicht böse werden. Da werde ich gucken. Da wäre, wisst ihr was wir machen? Richtig schwarze Haare machen wir. So, die nehmen wir. Haarfarbe kann man an... Ach, da gibt es... Oh, verschiedene Farben. Wie kann die blau machen? Ja, geil! Haha! Er sieht aber gut aus. Der sieht gut aus, der Brie. Aber schwarze Haare fühle ich grad voll, ne? Wir machen schwarze Haare. Wenn ich böse werde, passt das richtig gut. Scars können wir auch noch raufballern, aber ich weiß nicht. Soll mir eine... Dann sehe ich so Harry Potter-like aus. So ein Fake Harry. Wo ist denn hier diese... Das wäre so eine Fake Harry-Narbe ein bisschen. Oder das hier. Ja, ich weiß nicht. Das ist mal ohne Narbe. Warte mal! Gesichtsfarbe? Äh... Grübchen oder was? Okay. Sommersprossen? Ah, die kann man auch wegmachen. Dann sehen wir auf jeden Fall älter aus. Ja, nehme ich. So, Augenfarbe... Ach so, Augenfarbe sind wir noch nicht. Doch, hier sehen wir Augenfarbe. Gibt es hier grün? Grüne Augen. So richtig krass grüne Augen hätte ich gern. Alter, übelst krank. Blau ist auch geil. Aber ich will so grüne Augen... Aber die sind schon sehr geil. Aber... Ah, das ist ja blau. Haben die keine giftgrünen Augen? Ja, ich meine, das hier kommt so als nächstes hin, ne? Aber... Ja, die hier nehmen wir. Die nehmen wir Augenbrauen. Natürlich auch Black. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Gesicht zufrieden bin. Mal gucken, ob ich das vielleicht doch noch anders mache. Oder Brille nehmen wir aber keine, ne. Stimmt, Bärte gibt es nicht. Aber gut, ja, wir sind ja Schüler. Ja, wobei man könnte auch... Boah, das ist hart schwer. Wisst ihr, das ist wie bei Felgen in GTA. Die Auswahl ist groß und du weißt einfach nicht, was du nehmen sollst. Das nehm ich, das sieht gut aus. Das Gesicht nehm ich. Passt perfekt. Das ist, was ich... Das ist, was ich will. Und jetzt sind wir hier. Stimme 1. Was gibt's hier für... Das sind doch nur ein paar... Von mir aus kann... Das war gar nicht schlecht. Das war gar nicht schlecht. Wunderbar. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Meine Mom und mein Dad holen mich gleich von der Schule ab. Von mir aus kann's losgehen. Boah. Das sind doch nur ein paar Spinnweben. Ich bin zwar noch Schüler. Das war gar nicht schlecht. Das hört sich richtig schlecht an, weil das so daunengebüscht sich anhört. Von mir aus. Stimme 2. Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird... Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, ihnen zu helfen. Das nehm ich. Warte mal was, wenn ich das runterdrehe. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Ne. Wunderbar. Wunderbar. Ich glaube, das war gar nicht... Ich bin zwar noch Schüler. Von mir aus kann's losgehen. So, Schwierigkeiten nämlich leicht. Ich möchte das auf ganz gechillt zocken. Shandle meinte... Shandle hat mich schon durchgespielt und sie meinte, normal ist heftig. Also, normal ist schon ihr zu viel gewesen. Ich nehme einfach jetzt leicht. Ich möchte auf ganz entspannt. So Name. Karl-Heinz. Wobei Karl-Heinz hat... Ne, das machen wir nicht Karl-Heinz vorne. Magrumpel. Mag... äh... Magrumpel. Magrumpel wär doch geil. Magrumpel! Herrrumpel! Was ist denn los mit ihnen? Ich glaube, ich mach Magrumpel. Das passt schon. So. Äh... Ich bin Sauber oder Hexe? Ich bin Zauberer. Und jetzt können wir unsere Reise beginnen. Seid ihr zufrieden mit dem Charakter? Also, ich bin zufrieden, oder? Ist das Online-RP? Nein, das ist Singleplayer, das Spiel. Aber ich glaube, ich bin zufrieden. Ich glaube, ich nehme den so. Der sieht schon bad aus. Also, der sieht so aus, als nimmt er gleich sein ganzes Haus auseinander. Magrumpel ist doch gut, oder? Was sagt ihr? Passt, oder? Mag Potter? Nee, wir sind doch kein Potter. Passt, aber ich finde, Rumpel hört sich so richtig nach so einem Zauberer an. Zauberer-Rumpel. Rumpel dem Karton. Ehrlich, ich nehme das. Beginne seine Reise. Ja! Auf geht's! Chat schreibt ja, also passt das. Hier kommt Marc Rumpel. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Professor Fick? Was? Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unseren neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Was ist das denn? Ah, da Georgi! Jo! Eines Haus! Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Tatebesucher am Westend... Das sind wir in der Winkelgasse, oder? Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also, ich liebe nicht hier, Eleazar. Hm? Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Es steht unten Mark Rumpel. Ja! Es steht einfach Mark Rumpel unten. Das ist geil. Das ist, wenn ich da so einen richtig langen Namen habe. Steht da so ein richtig langer Name einfach. Oh, dankeschön. Ich lese gleich vor. Realife R. Ja, danke, Robert, für das Spiel. Ich habe mich so drauf gefreut und endlich getestet. Oh, wir sind in London. Dann war das doch nicht die Winkelgasse. Aber sah so aus wie die Arbutes ist halt. Warner Bros Games. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Von Avalanche. Ja! Und jetzt kommt auch Robert dahinter. Und hier kommt... Horki Games von Wizarding World. Und wo ist Robert? Der kommt gleich angeflogen. Vielleicht kommt hier Robert. Da kommt er, da Robert. Ich hätte ihn einfach Robert nennen müssen. Gut noch vor der Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Sag doch mal einen Namen. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der fünften Klasse an. Ich bin Mark Rumpel. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen fünf Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit vier Jahren krimieren, war nicht schon leider den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Das Goblin? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Ranrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen. Aber ich glaube, da ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Ranrock. fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Eine Rolle? Es war das letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Eine Prinzenrolle. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Ranrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Da sieht die Koboldmetall aus. Das Symbol. Da ist eine Prinzenrolle drin, das sieht man doch. Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Jetzt lass mich raten, ich kriege es auf, direkt. Ja, natürlich kriege ich es auf. Dann Merlins Bart. Wie haben Sie? Halt! Wir wissen nicht was. Oh! Noch einer! Das Ents mit! Meine Prinzenrolle Nehmt die Prinzenrolle Komm Oh nein Ja nehmt doch den Schlüssel Ihr könnt doch zaubern Nehmt doch irgendwie Ja geht doch danke Boah triggert mich das Ihr könnt doch zaubern Jungs Ihr könnt doch zaubern Oh danke für den Freddy 19 Monate VIP Oh schau Sandy ist auch da Richtiges Crossover gleich Sie sind verletzt Nur ein bisschen Nehmen sie Dieser Mega-Power-Trank Bringt sie schnell wieder auf die Beine Erster besoffen machen Okay G drücken um zu heilen Press F to pay respect Der Mega-Power-Trank Hast du den Namen Ist dir nicht eingefallen Was ist passiert Super-Tuper-Mega-Trank Warum musst du hier Was hatte das blöde Vieh denn Eine Kutsche im Flug angreifen Hast du die Bände gelesen Nein ich hab sie geschaut alle Professor Ich bin kein Ich bin kein Leser Ich bin nicht sicher Aber das war ein Port-Schlüssel Port-Schlüssel Äh Das ist Ein verzauberter Gegenstand Der einen an einen bestimmten Ort bringt Das ist eine Drachenhöhle ist das hier Hundertprozentig Vom Drachen sind wir gerade in die Höhle gekommen Für mich besser Sir Falls sie sich umsehen möchten Ja aber Bleiben sie bei mir Wir wissen nicht wer ihn erschaffen hat Leute passt es von der Lautstärke oder ist es etwas zu laut Weil ich kann ein bisschen runterdrehen sonst Ich hab volle Lautstärke an Kann man hier Lautstärke insgesamt einstellen Mono ist aus Untertitelanzeigen an Das passt Audio Heimkino das passt schon Ich hab zwei Kopfhörer auf Die ein bisschen So ein bisschen runter halt Ein bisschen Machen wir 80 auf alles Ich hab in GTA auch alles Auf 80 eingestellt Achso ja ich hab's jetzt ein bisschen leiser Bisschen zu laut denk ich mir nämlich auch Das ist eine Drachenhöhle Ach Hirsch schau Ach Hirsch Kann ich hier schon was finden? Ne ne Wenn das keine Drachenhöhle ist Dann weiß ich auch nicht Wie sind wir denn hier? Alter Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Abbacken Weil der weg von London als der Wagen fuhr Wir sind irgendwo im schottischen Buchland Sir Diese Ruin Glauben sie Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt Nein Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt Ja Musik ist etwas laut ne Und ich glaube dass sie Und auch George Bei der Suche nach dem wohin er führen soll Starben Der Dialog ist leise Nun wenn es ihnen gut geht Und sie nichts dagegen haben Ich würde mich gern umsehen Auf jeden Fall Ich Lassen sie uns hier nach einem Pfad suchen Bre die Musik ist mit zu Ich seh den Pfad schon darunter Lassen wir nur ganz schön die Lautstärke einstellen Von der Musik Weil die ist etwas zu laut Liebe Abmischer Mach die Musik bitte etwas laut Wobei ja es ist halt Filmmusik Musik ist im Film ja immer auch etwas laut Sie wollen ja so ein bisschen das Filmfeeling haben Das merkt man schon Dem her passt das schon Soundeffekte machen wir hier so 75,70 Stimmhöhe Gut das Die kann ich einstellen Die kann ich eben Das heißt ich kann jederzeit die Stimmhöhe einstellen Als Charakter Das ist cool So Ich glaube jetzt ist es besser Schön aufpassen Hä ist so immer saulaut Was ist denn los bei euch Wisst ihr wie man Musik abmischt Beim Lautstärkeregler Jetzt ist es besser Die haben keine Ahnung wie man Musik abmischt Was denken sie Woher hatte ihre Frau den Portschlüssel Ja warte jetzt muss ich nochmal rein Satt wieder zu laut Was ich mach das hier auf 70 Da passt das So Ja das ist RNO 3.0 Genau Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht Aha Also mit V kann ich folgen Alte Magie Ja Eine mächtige Magie Die nur wenige beherrschen Sie scheint vergessen worden zu sein Ich will mir das hier mal ein bisschen angucken Was ist denn bis nach hinten Kann man hier eigentlich runterfallen? Ne Ja das flieht runter Tschüss Kommt es unten an Ich hoffe Ich weiß nicht wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam Aber ich bin sicher er hatte mit der Suche zu tun Geht es hier lang? Ha Da unten ist ein Pfad Hier lang Ja ja ich weiß schon wo ich lang muss Ich habe es schon direkt gesehen Aber Sir Warum hat ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen Warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist Obwohl sie Gutes bewirken kann Aber Magie ist die Kniepe Musik Was? Hat die Kneipe Copyright Musik oder was? Ja wo? Ah hier muss ich rein Okay Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug Anscheinend ist es eine Art Verzauberung Jemand wollte den Pfad blockieren Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an Natürlich Fokus auf das Zentrum Okay Fokus auf das Zentrum Ich nehme meinen Zauberstab Ich muss einfach nur links klicken Das ist der Basis Zauber Cool Easy Okay Nutze die Kamera um ein klickes Ziel auszuwählen Ja das ist gut zu wissen Yes Das heißt ich muss nur Da so und dann macht der Ah das ist cool Das heißt dann musste ich mal aimen Ja eben automatisch auf das wo du hinguckst Das gefällt mir Okay Also kein Rechtsklick aimen Ah mein Arsch Das war etwas holpriger als erwartet Ein holpriger Start Oh ich habe durch und durch Überlaufen Darf ich dich mal Das ist schade dass ich die nicht andingsen kann Die Möwe hier oben Ja Hallo Romora Geh auf Wo ist denn hier das Ah hier Gibt es hier eine gute Tür die ich aufmachen kann Nicht mehr weit Ich habe gerade so Fahnen damit Äh ok jetzt sind wir hier und hier geht es jetzt Wohin Geht es nichts Jetzt holt sich ein Boot ab Bleiben sie ruhig Ich habe gar nichts gesorgt Ah Reparo Reparatur der Dücke Ja Wer weiß wie es geht Jetzt muss ich alles noch lernen Gep Ups Das muss ich alles noch lernen Kann man die Möwe nicht runterschießen Das wäre cool Ich weiß ich habe es gleich geschafft Wir sind doch schon da Ich weiß es doch immer nicht was wir hier machen Herr Professor Ich habe keine Ahnung Aufpassen hier hinten Oh nein hier hinten Schau mal ein Todesser Guck mal Wie war das hier Warum hat das jemand hier gebaut Ich schätze um für sich zu sein Der Portschlüssel hat uns hierher geführt Halten wir die Augen offen nach etwas das Nicht her gehört Was nicht her gehört Ich würde mal sagen Der Ständer hier Der geholt ja nicht hin Achso das ist ein Fackelständer Der war mal Ich dachte das ist ein Ich dachte das ist was Warte mal Äh die Minikarte zeigt die Umgebung an Mit Halte V gedrückt um Einzelhalter der Auftrag Einzuschalten Okay Das heißt ich kann das ein und aus machen Erkunde die Ruine Das heißt das kann ich Einblenden und ausblenden Das finde ich cool Das will ich wieder Hilfe brauchen Weil ich einfach zu gelost bin Zu untersuchen Professor Es ist eine Art Wandbild Vielleicht hellseherisch begabt Hallo Romora Hallo Romora Hallo Romora Ach Geh auf Geh auf Geh auf Da ist noch eine Tür irgendwo Okay das ist ein Wandbild So wie mache ich jetzt weiter Soll ich hier Ach da hinten kann ich weiter gehen Stimmt Ähm Ja Professor Ich bin gleich wieder da Was ist das hier Professor Die Statue Vielleicht war dies Ein Zuhause Oh das ist Dumbledore Sieht ein bisschen Nach Dumbledore aus Ist das Dumbledores Hütte Ist das eine Privathütte gewesen So Dumbledore ist ja uralt Der Der tausende Jahre gelebt Was könnte er bloß blockieren Was ist das Professor Ah Portal Professor Ich hab das Portal gefunden Es wurde mir nicht auf der Karte angezeigt Der Professor Wie seltsam Warum sollte jemand diesen Stein hierherbeschworen haben Oder Und wie kann dahinter ein Raum sein Ist das die Bank Welcher Raum Ich sehe da nichts Wieder dieses Leuchten Wie auf dem Portschlüsselbehälter Warte mal Ist das nicht die Bank In der Winkelgasse Merlins Namen Lass mich raten Sind wir dort Wo sind wir Das glaube ich nicht Was ist das Wo sind wir Das ist doch die Bank In der Winkelgasse Wo ist die zu ist Oder nicht Ne das ist nicht die Bank Oder Da schläft jemand Hallo Ah ein Troll Hallo Hallo Troll Wir sind in der Bank Oder Direkt erkannt Ja Ja Unmöglich Also ein Kobold Ein Troll Einen Moment Kein Troll Der Troll ist ja der Fette Ja ein Kobold Ein Troll war der auf dem WC Bei Harry Potter Willkommen bei Gringotts Zaubererbank Ich sag doch Sie sind in der Bank Schau Verließ zwölf Nehme ich an Ganz genau Schlüssel Hm Der Schlüssel ihrer Frau Oh Ja Natürlich Achso Ich hab den Schlüssel Den wir vorhin hatten Den einen da Ist das der Hier entlang Ich weiß auch bei Harry Potter Wie viel Cash der hatte Habe sie bei mir Rich Boy war Harry eigentlich Harry war ein richtiger Rich Boy hier Wie viel Gold er einfach Gelagert hatte Oh wie geil Wirklich Darf ich damit fahren Bitte Nach ihnen Ich will das Ding betätigen Bitte mitfahren Krass sie das alles Nachgebaut haben Lassen sie ihre Hände Im Wagen Wenn sie sie Behalten möchten Auf einer Trunel bekommst du eine Echten selten Zauberstab Ich muss alle Trunel öffnen Okay Lass mich raten Ich darf nicht selber fahren Aber ich darf Ah ich darf mich umgucken Cool Ja Achterbahn fahren Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 Sind einige davon zu sehen Im Moment Sind wir direkt unter dem Hauptfoyer Diese Verliese sind am neuesten Sind private Eingänge in die Bank Für Gringotts normal? Eine Seltenheit Nur jemand mit viel Geld Oder Macht Oder beidem Könnte solch einen Dienst beanspruchen Gut die Luft anhalten Wie bitte? Oh Der Wasserfall entfernt Alle Verzauberungen Eine Sicherheitsmaßnahme What? Sie sind mit dem Diebesfall vertraut Wie ich sehe Hab ich gehört Hier befinden sich die unteren Verliese Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 Alter wie riesig diese Map hier ist Hälter Vor 400 Jahren in Dienst gestellt Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank Festhalten Ein gutes Stück liegt noch vor uns Ey alleine Leute Wie riesig dieser Dieser Dings hier ist Dieser Abschnitt Krank Das ist nur für ne Cutscene gewesen Also für ne Cutscene zum mitzocken Aber ey voll geil Verlies Nummer Verlies 12 Verlies David Art Mit einem großer Tag Weiterfahren Die Matti einfach sind alter Was er macht So dankeschön Dass David Pascal Hahn Die Liebe geht raus Am besten unter Welt Dankeschön Dafür sind wir ein Shadow Was geht besser als Weihnacht Hör doch auf mit dem Leuchten Dann sieht's nichts Dann sind wir da Was ist jetzt? Ja das wird sein Riesentresor Da sind wir Folge Professor Feeke Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Also das weiß ich Kann ich damit wegfahren? Ich fahre damit jetzt einfach wegs Mir egal Oder auch nicht In einer Zeit war niemand Je in Verlies 12 Bis zum heutigen Tag Kann man da runterfallen? Boah die achten aber schon drauf Dass man da nirgends runterfällt ne Die machen das idiotensicher Kann man sagen Schau mal Das ist ja nicht runterfallen einfach Das ist das Verlies jetzt? Ich hoffe ich hab da Geld Also Verlies Verlies 12 Vielen Dank für Ihre Hilfe Was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Tresor Oder ist das eine Bank Ne? Aber Verlies Jetzt keine Sorgen hier Dass ich jetzt tote Leute sehe Ich weiß nicht Sir Vielleicht können Sie Laut den Anweisungen für Verlies 12 Soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren Und dann die Tür schließen Halt Ich sehe es schon Reveglio vielleicht Reveglio? Ja Ein Enthüllungszauber Jetzt wäre er gut Schauen wir mal Was wir übersehen Zauberstab bereit halten Also wie mach ich das hier? Aha Also wie mach ich das? Er halte deinen Zauberstab mit fest Und bewege ihn So entlang Okay das heißt ich muss start Und dann Also so ein weniger R für Reveglio Reveglio Freimauerzeichen Und Reveglio Reveglio Da Da war etwas Etwas näher Und probieren Sie es nochmal Herr Professor Ich habe das schon vorhin gesehen Bevor ich den Zauber Zauber Spruch gemacht habe Habe ich irgendwie Übernatürliche Kräfte? Steht denn ja alles hier Also nur Nur Zeichen Okay Ja also Ganz ehrlich Anders geht es ja nicht Die Wand sieht sehr auffällig aus Achso So soll ich nochmal Reveglio machen? Achso Reveglio Wirke Reveglio Okay ja Reveglio Eine Tür Ah ein Anfang Da ist das Symbol wieder Reveglio Ich schätze Sie wissen nicht wie man Ich weiß es Reveglio Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter Er sieht es nicht Falls sich Ihnen ein Weg offenbart Wage ich zu behaupten Wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt Ach echt Reven Sie vor Untersuchen So Reveglio Ja Okay und jetzt sind wir wo? Lumos Lumos Den kenne ich auch Das ist kein normales Verlies Wir müssen uns den Weg hier hervor Reveglio Was so bringen Sie denn mit? Herr Dean Glauben Sie das ist vielleicht eine Art Test? Genau Aber den Zweck kenne ich nicht Wie wäre es wenn ich auch Lumos bekommen könnte? Es gibt kein Disapparieren wenn etwas schief geht Nicht aus Gringotts Ich habe nämlich nur mein Reveglio bis jetzt gelernt Also ein Lumos war schon geil Soll in seiner Nähe bleiben Okay Reveglio Reveglio Den ganzen Tag kann ich das jetzt machen Aber Lumos hätte ich auch gerne Also ja Professors müssen Sie mir beibringen Da vorne ist etwas Was ist es? Das leuchtet wieder wie Diesmal auf dem Boden Wirst du schon wieder das selbe Zeichen? Ah ne ein Portal oder so Blumos Was ist passiert? Äh Als ich zum Leuchten gegangen bin Schien es plötzlich als würde der Boden sich unter mir drehen Geht es Ihnen gut? Ja Sir Alles gut Sie haben den Boden anscheinend verändert Die Statue Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue Aber nur als Spiegelbild auf dem Boden Ja dann ist sie verzaubert Reveglio Und jetzt sehen wir sie Ich denke das haben sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen Ach echt Das stimmt Das Spiegelbild ist noch da Aber die Position der Statue passt nicht Halt Ah Als sie sich bewegt haben Hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht What? Vielleicht hilft hier ja Lumos Ja Oh danke ich kann Lumos endlich Dingsen Perfekt danke Oh ich habe es falsch gemacht Ach ich muss warten bis das Ding kommt oder was Äh Okay Halt eine Automobilindustrie Naja Okay Das heißt ich kann den auf Slot 1 tun oder was Lumos sehr gut Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um Es folgt wirklich dem Licht Oh geil Da müssen wir dann sicher so machen dass er richtig ist ne Ja Erster Fight Ich will doch nur nach Hogwarts Jungs Es ist Elivion Song Ich kann leider nicht mehr Es tut mir sehr leid Ich habe noch nichts gelernt Ich probiere mein Bestes Der Professor ist wirklich mein Bestes 3 4 4 4 5 4 6 6 LUMOS! Haben wir alle? Komm in sie, LUMOS! Ich bin in der Nähe. Herr Professor, was ist jetzt los? Wo ist mein Professor? Hallo? Hilfe! Ah, da ist er. Professor! Professor Fick! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Ich seh's doch, wo er hingeht. Wohin soll ich nur gehen? Er geht da nach hinten. Er leitet mich. Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen... Ah, dorthin führen sie mich. Das leuchten wieder. Jetzt wieder die Statue. Revelyon. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Ich muss jetzt alle zusammen... Okay, hier müssen jetzt wohl alle zusammen ballern. Jawoll. Du bestehst schon richtig, Prinzessin? Das passt auch. Was ist mit dir, Bray? Und die zeigen alle eine Richtung, ne? Oh. Oh, warte. Habe ich was verpasst? Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbild erschienen. Mach ich doch. Oder müssen die alle... Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Oh! Das kann jetzt wunderbar sein. Ich dachte ich kämpfe jetzt nicht mehr. Oh, Alter. Und da wird das Schwert. Okay. Halte Kuh während Protego gedrückt, um Gegner mit einem... Stupor Condor zu betäuben. Ja, das ist gut zu wissen. Ähm... Was ist das? Was ist das? Nein, das hat er gesagt. Ach, gedrückt halten und dann? Ich bin so blöd dafür, tut mir sehr leid. Ah, so geht das, okay. Drückt halten, mich angegriffen werden und dann kann ich den noch... Ah. Jetzt habe ich dazu gehört. Sugi... Bitte lasst mich allein, ich bin neu hier, okay? Hab nix gemacht, okay. Lumos? Lumos. Wo jetzt hin, bitte? Ich will nur nach Hause, ich will nach Hogwarts. Bitte lasst mich doch rüber. Ah, ich weiß schon wohin. Da ist Sascha. Ist das jetzt bitte das Parallel? Ah. Lieferservice. 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 Danke fürs Erleiherservice. Danke fürs Erleiherservice. Da sind sie ja. Wie haben sie... Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Nichts. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem... Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium. Um Erinnerungen zu sehen. Mal sehen. Ach, das kippst du da rein, ne? Dann kannst du in deine Vergangenheit gucken. Ah, das kenne ich. Kopf runter. Jetzt können wir was ziehen. Das sind wir jetzt. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist? Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, dass andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir Recht haben, Charles. Wir sehen alte Magie, oder was? Dass der andere nicht sehen kann. Würde ich das wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen sie also. Das Leuchten, das sie umgibt. Ja, Magie. Erstaunlich. Sehe ich etwa... Magie? Sporen alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George. Einfach, ich bin mal auf Betongriff. Anscheinend ja. Anscheinend ja. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem... Hat er doch gesehen, er ist aufbekommen. Ja, sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Hä? Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gib mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Reden bist du hässlich. Äh, äh, Sir. Sie hatten den Verlies-Schlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das... Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt. Und Sie hatten keinen... Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun... Wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Hässliches Teil, Alter. Hm... Tja... Vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Können wir einen Frawala-Kedavra machen? Und da ging es weg. Oder... Ich habe ja die Reise nach Hogwarts einfacher vorgestellt. Hier bringt j scientifische Center zu fühlen. Hier praten wir ihnen heraus. Tja... Nein, den F филь reden wir! Mhhh... Jully das kann mir leidend sein. Oh, bitte stirb jetzt nicht. Danke. Danke. Alter, war das knapp. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Wo, wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los. Die Anführungsfeier wartet auf uns. Na, endlich. Jetzt sind wir bald da, so wie es aussieht. Ich freue mich. Ist hinten das Schloss? Ist es da? Ja! Da ist es! Da, 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 da. Und darauf fährt der Hogwarts Express auf dem Gleis 9 Dreiviertel. Aber wenn das wirklich alles frei begehbar ist, ist das echt heftig. Alter, wie im Film. Das Riesenschloss, Alter. Geil. Wir sind da, Leute. Wir sind da. Wir sind endlich angekommen. Und warm wird. Merkst du mal jetzt? Warum sind wir nicht einmal mit dem Zug gefahren? Das wäre so viel einfacher gewesen. Ich werde auf gar keinen Fall Hufflepuff. Ich werde alles, nur sicher kein Hufflepuff. Das ist das Letzte, was ich werden will. Das Allerletzte ist Hufflepuff, was ich nehme. Vor allem, wenn wir Assi sein wollen. Oh gut. Die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte. Auf diesem Bild. Doch, das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Natürlich. Bereit für die Einführungsfeier? Jetzt sind sie ja der Saal mit den Dings, mit den Leuchten, ne? Oh, da ist der Hut. Ja. Ich werde eingeteilt. Ich werde in mein Haus eingeteilt. Das Spiel ist gratis. Nein, das Spiel ist nicht gratis. Sogar relativ teuer. Auf Steam kostet das einfach 60 Euro. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Ist das der Schulleiter? Fick. Schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab... Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde. Ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Sorry, aber dieser Name ist auf Deutsch einfach zu lustig. Bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zu tun? Im Englischen denkst du dir nichts Böses, aber so wie das ausspricht und alles, es ist... Auf Deutsch ist es doch etwas lustiger dann. Ich melde mich. Er macht das F-Wort. Er macht das F-Wort einfach dauerhaft. Alter, der Saal, guck dir das an, wie viele da sind. Und das Essen. Das ist Harry. Harry Potter-Verschnitt. Ich möchte gern Harry. Jetzt bin ich gespannt, wie ich eingeteilt werde. Gib mir den Hut. Auf den Stuhl. So, jetzt ist die Frage, was ich werden möchte. Oder sucht er mich aus? Oder darf ich das aussuchen? Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Ein bisschen, ja. Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Mhm. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Ich muss dich gerne erkunden. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. Oh, ja. Mh, in der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren, wirst du auch einiges lernen können. Mh, interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besetzt. Ich störe nach Slytherin. Natürlich. Ja. Danke. Danke. In die Ballers Gang. So ist es. Ja, geil. Schau mal mit dem Grün. Das fühle ich. Ja, schau mal. Oh. Direkt verliebt. Instant verliebt. Verliebt. Können wir unsere Freundin suchen? Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Oh, mein Gott. Und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich so. Eine Weasleys-Professorin? Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Nee, oder? Hier entlang. Wobei, es gibt viele Weasleys, das kann auch... Ja, egal. Ich frage es einfach gar nicht. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünfklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht einfallsreich sein. Das dachte ich mir... Oh, ich habe auch grüne Augen. Das ist der Eingang zum Schletherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Aspiration. Die Aspiration. Nun denn. Aspirin. Aspiration. Nein, Aspirin. Die Kopfschmerzen. Oh, die Schlange. Oh, wir werden richtig böse. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer... Ich gehe jetzt sich schlafen. Ich gehe jetzt Party machen. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier an. Ich werde jetzt Freunde machen. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Das sieht hier wie in einem Kerker aus, Alter. Wie soll ich denn hier gut schlafen können? Wirklich? Ich dachte, ich könnte jetzt erstmal noch nach Kunden gehen. Aber schaut echt schön aus, das Game. Guck dir das an. Dieser Anblick. Dieses Riesenschloss einfach. Oh, guck mal, wie geil das hier ist. Okay, ich nehme alles zurück. Da würde ich auch gerne schlafen wollen. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Geil. Das ist immer richtig geil hier. Wie schön. Und so geräumig. Ich werde mal Kunden... Die Leute haben gesagt, ich muss da Kisten suchen, ne? Dann, äh... Muss ich ja diesen... Revelium. Revelium. Da ist sicher irgendwas hier versteckt, oder? Mal gucken. Ist da was versteckt in dem Raum? Revelium. Oh, hier gibt es Äpfel. Okay. Aber sonst ist ja nichts. Okay, ich dachte, vielleicht gibt es hier was. Hier mal einen Ofen, damit es hier schön warm bleibt. Cool. Offenes Feuer. Alter. Wie? Okay, five years. Da muss ich hin. Also, äh, fifth year. Nicht five years. Mal gucken. Kann ich hier in jeden Raum gehen? Wie cool ist das denn? Wie cool ist das? Ich kann einfach in alle Räume, oder was? Aber ist keiner mehr da? Äh, ist das ein Spiegel? Hallo? Man spiegelt sich sogar. Gut, da weiß ich Bescheid. Man kann also in alle Räume gehen. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich mein... äh, mein Haus finde. Man kann doch aimen. Wirklich? Ich kann... Ah ja, gut, da war ja was. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Wir hatten einen Puhl auf dem Dachboden. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Hallo Mädels. Och, die sind ja viel jünger als ich. Opa, das tut mir sehr leid. FBI Open Up. Die sind ja etwas älter. Ne, doch nicht. Gibt es hier irgendwo Mädels in meinem Alter hier? Hup, hup, hup. Oder sind die nur Jungen auch? Ach, komm. Gibt es ja wirklich keine, keine größeren Mädels? Was soll denn das? Alle so klein? Sau, klein. Ich war hab mich gerade über Leute lustig. Aber ich will mir das mal angucken. Oh, geil. Spin das Ding. Wie ist das ein, weil dich interessiert, ne? Interagieren. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Na doch, klar. Ja, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Schach, Mats. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist der neue Slytherin. der gestern mit Professor Figg reingestürmt ist. Figg? Ja, was jetzt? Interessante Taktik für den ersten Tag. Die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzunehmen. Deine Stimme nervt mich. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Figg und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Pff. Konziell Kochgurt auf der Besenreiter. Wir haben es auch so geschafft. Wärst du nur da gewesen? Ich kenn die doch nicht. Wir haben es auch so geschafft. Ja, natürlich. Und ich glaube, du unterschätzt Drachen. Ein Besen wäre Zunder gewesen. Nicht bei meiner Flugtechnik. Ach, halt die Fresse, komm. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos. Ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Nimm einfach den Besen mit ins Bett und lass mich in Ruhe. Fliegst du viel? Wie, wie, was? Wie scheinst viel über Zauber-Schock zu wissen? Achso, du scheinst viel wie, genau. Ja, auf bald dann, ne? Wiedersehen Imelda. Hat mich gefreut. Ja, mich überhaupt nicht. Das ist genervt, Alter. Du nervst einfach. Die Stimme ist nervig. Oh, es bin den Globus. Wir fliegen dorthin, wo es hinzeigt. Und wir fliegen nach. Ah, das ist gar kein Globus. Okay. Hallo. Da sind die Bad Boys. Ich glaube, ich habe was gehört. Nixen interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl der neue Fünftklässler. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Eher beängstigend. Ich wäre lieber pünktlich und ohne einen Drachenangriff angekommen. Das glaube ich. Furchtbar. Ich kann es mir vorstellen. Also schön, dich in Slytherin zu haben. Lass mich wissen, ob ich dir in den ersten Tagen hier behilflich sein kann. Oh, nett. Dachte, du bist Slytherin. Oh. Meint dir dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Hahaha. Ja. Aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Okay. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Okay. Nette Leute hier. Um mich rum. Der war sehr nett, der Herr. Sehr nett. Ey, das ist aber echt cool. Wir sind hier unter Wasser irgendwie. Der... Die Aussicht ist ja mega. Hier oben haben wir wieder, äh, Licht und... Das Glas kann ich aber nicht kaputt machen hier, ne? Nö. Revealio. Revealio. Okay, ich werde mich ein bisschen umgucken und, äh, nochmal... Den muss ich ja eigentlich ansprechen. Ja, aber auf den habe ich jetzt gewartet. Oh, der sieht nett aus. Sebastian. Kann ich dir helfen? Ah, du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Sellow. Willkommen bei Slytherin. Vielen Dank. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fick, der zufällig dabei war. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel der Arme. Schön, dass es dir und Fick gut geht. Das war schrecklich. Das war aufregend. Aufregend war es eher. Natürlich war es grauenvoll. Aber doch auch ein Erlebnis. Interessante Betrachtungsweise. Wie seid ihr entkommen? Wenn ich ehrlich bin, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Achso, was liest du? Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Das sind die verbotenen Bücher. Die schwarze Zauberbücher sicher. Meinst du, manche Zaubersprüche werden nicht in Hogwarts gelehrt? Zensur! Welche? Zensur! Da hab ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Ja, ja, ja. Aber darüber reden wir ein andermal. War schön, dich zu sehen. Viel Glück heute. Jo, Bré, ich möchte mich genauso werden wie du. Ich merke schon, was der Böse ist. Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Wer auf mich? Ah, die ist etwas älter. Wollen wir heiraten? So, auf geht's. Er war auf der Treppe. Schön. Oh, wir haben sogar einen Wasserfall hier drin. Ey, wobei, wait a second, wait a second. Bevor ich jetzt weggehe. Ehrlich gesagt, sollst du einfach mal leise sein. Ich will mir das hier mal angucken, wie groß das ist. Guck mal, wie riesig. Das ist nur unser Aufenthaltsraum hier. Ich kann hier... Gebt euch das. Ich kann hier überall reingehen. Was ist hier? Überall Snacks, Alter. Überall Snacks. Reveilium. Aber mit Reveilium, ich find hier nix. Leute meinten, hier gibt's irgendwo Kisten und so. Aber vielleicht liegt das vielleicht hier. Ein Apfel mit, perfekt. Das ist überall Äpfel, Alter. Überall Snacks. Ich kann überall hier essen, wo ich will. Oh, hier hinten ist eine Kiste. Ah, hier. Schloss Stufe 3. Das heißt, ich muss erst mal den Zauberspruch lernen. Okay, gut. Das heißt, dann muss ich erst mal lernen, dass ich, glaube ich, die Kisten aufkriege. Klavier, hallo. Lacht der mich gerade aus? Auf mich auszulachen. Kann ich Klavier spielen. So gehen wir jetzt mal hoch. Tschüss, Jungs und Mädels. Ich muss leider weiter. Ich werde gesucht. Ich werde gebraucht. Ich lese nur ganz schön hier vor. Xyons linkes Ohr. Und Marco, danke für das SIP-Währen und für 2.49. Shadow haben wir ja vorgelesen. Marco Perlinger. Danke für 90 Cent VIP. Das war Officer Fox im Kampf. Viel Spaß noch. Der Drache oder was? Nein, VIP. Sebastian Hofer lang für 2 Euro. Und Fini MLG. Marco Perlinger und Tom Contentwip geworden. Xyons Habub. Guten Morgen, Kuti. Der Habub ist auch wieder am Stissel. Liebe Grüße vom LKW-Fahrer aus Ostfriesland. Und seinem Andeln der LKW. Der Bruder. Gruß geht raus. Sicher immer auf TikTok den LKW, den Andeln. So, Stefan Knorr ist gerestubbt. Markus White, danke für das Resub. Jan Weber. Kannst mich grüße. Jan Weber natürlich sehr gerne. Dankeschön. Kerix hat die auch für 2 Euro. Auf einem guten Stream. Real Life Air, wie viel musst du für das Spiel zahlen? Also, ich habe jetzt bezahlt 59 Euro. Aber ich habe die Pro-Version. Diese erweiterte. Florian Luter, danke für den Euro. Olkorn Hexion. Ich habe das Game schon durch. Das ist übelst geil. Also, ich habe ja auch so lange schon drauf gewartet. Mehrhornisse. Und Jan Weber, danke für das CP-Wern. So, Nylon HD. Avada Kedavra mit 50 Euro Donation. Also, Bruder, wirklich vielen, vielen Dank. Haut da so viel hier raus, der Nylon HD. Vielen Dank, wirklich. So, Real Life Air schreibt, er ist auch am Start. Vielen Dank. Groland, Renzer, danke für 5 Euro. Tom, 1,1,1,7 Dank fürs Zwip werden. Der Saarländer zu spät. Dorf LP. Am ersten Schulzeit zu spät ist aber vorgelesen, genau. Und, äh, was haben wir hier noch? Kartoffelbube. Moin, meine erste Doni, bin leider erst 15, bald 16. Freude mich schon auf, auf, äh, Likehype. Ja, ja. Ja, hauen wir mal einen raus. Weil du müsstest ja so raushauen, weil ich finde, das, äh, macht uns die, die Party ja kaputt. Ja, weil hier so schöne, äh, sind, oh, hallo. Guten Morgen, sind Sie bereit für den ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Ja, hab ich. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Hm, man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Angetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. Meine ZAGs? Äh, ZAGs? Meine ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre... Miss Rizzi, ich möchte Sie nicht nerven, aber ich will die Stadt erkunden. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums, haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Ui. Hui! Papierkram, ja! Äh, was ist das? Was ist das jetzt? Ein Zauberbuch? Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlärmtes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Danke, Frau Easley. Dankeschön. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Mhm. Danke, Frau Easley. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Perfekt, probieren wir es. Hier lang. Na, kitzelt das. Oh, hier ist eine Kiste, hier ist eine Kiste. Äh, warten Sie ganz kurz. Warten Sie. Platzieren, was? Haus, Haus drüben Sie hier platzieren. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebungsschule. Ja, warten Sie mal bitte ein bisschen. Ich bin nicht so schnell wie Sie. Wo so war es jetzt? Boah, ich muss gehen mit der alten, alter Bruder. Avada Kedavra! Ja, ich probiere dann mein Bestes. Avada Kedavra! Komm, sterb! Böse! Ich würde sich denken, was haben wir denn da hergeholt? Ja, wo gehen wir jetzt hin? Geh nicht runter. Komm, wir zeigen mal. Wo gehen wir jetzt hin? Ja, ich bin doch da. Ah, hier ist eine Kiste, guck. Ah, die leuchten dann so. Hören Sie doch mal Revelyo auf diese Statue. Mal sehen, was das Handbuch darüber weiß. Ich will hier die Kiste öffnen. Wie mein das hier? Hallo? Excuse me? Gut, dann halt nicht. Ähm, was muss ich machen? Revelyum. Revelyum, okay. Ah, Handbuchseite. Handbuchseite. Nimm so. Schade. Hey, 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 hey. Was ist das? Dämonen? Ja, und ich. Blah, 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 blah. Ah! Okay. Das soll doch nett sein. Ja, super, super. Cool. Mit Escape kann ich mein Handbuch öffnen. Okidoki, fortfahren. Das Handbuch verfolgt deinen aktuellen Herausforderungsfortschritt. Wähle ein Herausforderungsmenü. Ja, okay. Äh, wie wähle ich das aus? Einmal da drauf. Yes. Wähle Handbuchseite aus, um fortzufahren. So, die habe ich jetzt da bekommen, ne? Jede Herausforderung umfasst verschiedene Ränge. Nach dem Alkoholschlossen Rang erhältst du eine spezielle Belohnung, die von dem Schein-Spiel dann bis hin zur entscheidenden Verbesserung reichen. Das heißt, ich kann nicht eigentlich hochdingseln. Belohnung müssen die Herausforderung. Das ist die Sammlung. Ja, okay, das heißt, ich schaue hier öfters vorbei, um es freizuschalten. Ich verstehe. Die Dame, ich möchte trotzdem das Ding hinten aufmachen, weil das schaut mich schon so an. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten auf. Ja, hier! Na, egal, ich hole das später. Ich hole das später. Bisschen mehr Licht machen hier, ist ein bisschen dunkel. Guck, ist ein dunkel. Oh, der Schatten, krass. Guck mal. Wie krass ist das denn? Huch. Richtig gute Schattierungen hier. Oh. Ah, stimmt. Das ist ja mein Haus wieder. Hier komme ich ja dann rein. Ich kann es vergessen, dass das aufgeht. Das ist so krank, ne? Lumos. Also krass, wie das programmiert ist, bitte. Rebellion. Ach, das kommt gerade recht. Ja, kann ich mir diese Kiste mitnehmen? Die haupte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reist es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Die Haupthalle. M mit Karte öffnen. Ich verstehe. M, Karte öffnen. Haupthalle ist, äh, ja, 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 ja. Ist kein Problem. Das ist die große Treppe. Boah, das ist die Treppe, die sich so wendet oder so. Wähle Region große Treppe hier, ne? So. Äh, ja, 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 ja. Das heißt, ja, fortfahren Sie mich jetzt mit Treppe. Also hier ist dann Bibliothek. Wurde an den Karten zu drehen. Dann kann ich hier dieses Ding machen. Genau. Hier ist dann Haupthalle. Hier muss ich dann hin, oder was? Das ist gerade automatisch gemacht. Mit Leertaste und dann tippe ich mich da direkt hin. Mit Ladebalken, mit einem langen Ladebalken, okay. Da wären wir eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Das heißt, ich muss hier nicht die ganze Zeit rumgehen, aber ich möchte hier rumgehen, die Dame. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Oh, das ist die Halle, wo da dieser, dieser Ball war. Kann ich mich noch verhindern. Oh, Hermine, der irgendwo auf der Treppe saß. Das müsste irgendwo gewesen sein, glaube ich. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Ui. Danke, Professor. Na, nichts über die Zauberkunst. Ich möchte... Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Reveglio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Ja, in der Tat. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht. Ein paar Ruin erkundet und... Mehr sollte ich nicht sagen. Ruin erkundet? Tja, Professor Figge hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figge, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Hm. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heilangekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ja, aber wirklich jetzt. Ich muss... Ich muss selbst zum Unterricht. Ihr geht mir jetzt zum Unterricht, ich muss los. Erzählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklärt, Professor. Natürlich. Danke. Die Eude lauert mir ein bisschen zu. Viel Glück heute. Ja, haben wir es dann. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Nein, es ist... Ebenso für mich übrigens. Ach, bitte, sei leise. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Bitte, einfach nicht. Ich will gehen, hallo. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Ja, es ist... Danke, endlich. Danke. Ich bin nicht mit, Professor. Nein, ich will jetzt mit ihm sprechen, hier. Kann ich da die Lampchen anmachen? Oh, schau. Der kriegt was ab, hier. Tut eigentlich das hier weh? Das tut weh, ne? Oh, 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 oh. Opala, Entschuldigung. Das ist mad auf mich. Lass uns gucken. Oh, zurück. Ach, ja, Open World, ne? Und dann gehen Sie zurück zum Aufgabenbereich. Hast du schon ein Date? Das ist jetzt meine. Entschuldigung, ich muss zum Aufgabenbereich. Willst du zum Aufgabenbereich? Komm. Wir gehen zusammen zum Aufgabenbereich. Zum Aufgabenbereich. Ach, dann halt nicht. Oh, warte. Was ist hier? Rebellion. Ja, ich hab was gehört. Siehste. Handbuchseite. Immer am Springbrunen gucken, ob was ist, Leute. Das hört man auch, die Sachen. Aber hier ist auch was. Was ist das denn? Aha. Ja, ich muss jetzt leider weiter, sonst krieg ich hier Probleme. Gut. Professor, ich bin da. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Gleichfalls. Ich hoffe, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor sie sich ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Ja. Oh, 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 oh. Oh, warte, wir durften Ihnen nichts sagen, ne? Äh. Sie hat mich überrumpelt. Ups. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ui, ei, ei. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir etwas verbergen. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zu mir nicht rüberhalten haben. Wir dürfen nicht drüber reden, Alter. Ich bin so blöd. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut. Nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand. Und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Ah, okay. Karte auffalten. Ja. Was für ein Zaubertrick jetzt? Ähm, dieses Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Ah, okay. Okay, super. Das heißt, ich gehe jetzt auf eine Hauptaufträge, das ist ein Zauber-Spur oder Stufenherausfung gesperrt. Okay, in diesem Fall müssen wir... Ja, gut. Das heißt, Belohnungen. Leviosa kriege ich hier. Leviosa. Archeo kriege ich hier. Okay. Also, wenn ich da jetzt draufklicke, Auftrag verfolgen, rechtsklicken und dann komme ich dorthin. Okay. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich. Jo, natürlich. Mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Oh, ich darf wieder den Ausflug. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser Geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre Z.A.G.'s. Ey, ich freue mich gerade richtig. Ich kriege einen Zauberstab. Ich will Unterricht zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich will aber genau das Gegenteil. Das ist ja alles, kannst du hier erforschen. Was ist das denn jetzt? Oh, ein Spiel. Ah, super. Was zum Teufel ist das für ein Spiel? Warte mal, verzauberter Kompass. Okay. 21.17. Ah, warte, warte, warte. Ah, hier sind so Sachen dran. Äh, ich habe Kai mit einer Ahnung, wie das hier funktioniert. Aber wir werden das schon sehen. Das ist auf jeden Fall schlaßen. Wir haben schon irgendwie gesehen, was das ist dann. Hier habe ich auch was ich gerade. Aha, jetzt noch mal eine Page. Das heißt, irgendwie alle Statuen haben so eine Page gefühlt, ne? Das ist so schnell. Nein, ich bin nicht auf Abenteuer-Tour-Prozessin. Ich gucke mir hier nur ein bisschen um. Das hier, ach, das ist ja, äh, Adopft da oben. Oh, cool. Oh, das ist der, der, der Brauraum ist das hier. Ich habe den Brauraum gefunden. Das machen wir, das macht jeder Spieler, macht das sicher tausendmal das Gewinnung, ne? Also, hier geht es sehr viel um Suchen und Finden. 80 XP Punkte, danke, oder? Da hinten ist eine Kiste. So, ist es jetzt die erste Kiste, die ich mal öffne? Ja, geil. Ähnlich. Äh, was war jetzt der Navigations-Schale? Okay, ich habe einen Schale gefunden. Das Büro kommt mir auch so bekannt vor. Aha, von... Okay. Unnötige Information. Gut, dann gehen wir mal zu unserem, äh, Klassenraum. Wobei ich echt gerne erstmal rausgehen würde und mit dem Zauberstab, das man beschaffen möchte. Äh, fliegendes Blatt, hallo? Fliegendes Blatt, ist das für mich? Ne, ist es nicht, gut. Dann durchs fette Tor. Äh, was muss ich... Ah, okay. Oh, ich bin draußen. Ich bin draußen, hallo. So. Äh, was, warte, 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 warte. Ah, ja, ist ja wieder vor dem Ding. Rebellion. Oh, kriegt man XP-Punkte hier drin. aus dem geist es gibt ja geister ich vergessen ist das ein clown mit stelzen ist das ein echter cloud mit stelzen ich weiß ja nicht an das hier kann ich mich gar nicht erinnern was das hier für ein ding ist oh alter wo kommst du her erschreckt mich das geht das wieder zusammen ich kann nur muss er das hier zusammenbauen ich den zauber dieses rieperium ja ich kann den zaubertrick leider nicht okay das heißt das müssen wir sicher noch lernen dann kann ich wieder zurück bauen okidoki erster erste stunde leute gegen die schwarze magie in dem kreisel muss man sein jetzt lernen wir erst mal was kann ich nicht so schießen es blinselt sogar warte ich noch mal gut aber den unterricht der erste unterricht leute vielleicht kann ich jetzt nicht ein zaubertrick alleine reparieren kann ist das alles oh ist die lieb schwarzen hebriden schäbel er stammt von der großen wilderer razzia 1878 und die wüsste dass ich das hinten kaputt gemacht habe und falls sie sich fragen wie eine alte frau wie ich im alleingang den größten wilderer ring in ost wales ausschalten und sich nun damit brüsten kann pures wissen darauf zu flexen für die weisen bedeutet alter kaum etwas heute besprechen wir einen zauber der mich schon öfter vor dem tod die schwarze magier bewahrt hat als mir lieb sein kann levioso levioso ein schwebe zauber levioso levioso ein überraschter gegner ist ein schwacher gegner wollen sie sich schützen pult nein was ich als unsägliche gelernt habe ist der vorteil der schlichtheit gerade im eifer des gefechts nun üben wir was wir gelernt haben fangen wir mal klein an oh was levioso tatsächlich lerne ich jetzt ähm muss ich da warten bis das ankommt oder ne ich mach das falsch das heißt ich muss das so schnell wie möglich machen ne levioso 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 legislator blade die 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 Jetzt sage ich der Alten, dass es geht hier, pass auf. Ganz easy. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Achso, sehen wir. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Ja, sehe ich. Sehen Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Ein überrumpelter Gegner ist ein Schmach. Gut gemacht. Levioso. Levioso, noch höher, komm. Levioso. Levioso. Ich will das mit der Alten auch probieren. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also. Boah, ich mag den nicht, geh back. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Boah, ich mag den nicht. Kann ich den einfach fertig machen? Levioso, das wird ein Kinderspiel. Protego. Protego? Das erschwert die Dinger. Levioso. Levioso. Ha! Ja! Das hat damit nichts zu tun. Nicht dein erstes Duell. Das ist ja einfach. Ein schönes Duell. Ein richtiges Duell. Ein richtiges Duell. Ich war gerade richtig fertig. Komm, stell auf. Wo bist du denn? Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Ich hab gar nichts eingesteckt. Niemand, 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 niemand ein kleines Ding eingesteckt, du. Er ist richtig kassiert gerade. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache. Aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder was immer wahrscheinlicher wird gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut. Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Salo ja ein paar Anregungen. Wie gesagt. Ich habe jetzt einfach geskippt. Ich habe keinen Bock mehr auf die, Alter. Na gut, das war genug. Livioso! Livioso, wir machen jetzt. Och ne, schade, ich wollte sie fliegen sehen. Ich wollte sie halt fliegen sehen. War jetzt hier Livioso? Ne. Was guckt denn hier so blöd? Das kann ich damit machen? Livioso. Na, Revelio. Jetzt Livioso. Livioso. Die muss gleich kaputt. Okay. Ich dachte immer, Livioso sei für Erstklässler. Hm, jetzt nicht mehr. Och, ich halte nicht viel von Duellen. Ich bin ein freundlicher Bursche. Gegen Professor Hackett würde ich nicht antreten wollen. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich für... Ja, was denn da ist wieder irgendwo was? Wo denn? Da klingelt es irgendwo. Hier, das hier? Ne. Ne Schlossstufe 2. Wieder super hinbekommen. Hier hinten höre ich was, aber ich sehe es nicht. Nicht so blöd. Das ist auch das Ding hier. Was ist das denn? Keiner, was das von mir will. Egal. Das ist mit dem Dingsen hier hinten sprechen. Oh! Das ist nicht diese eiserne Jungfrau oder so halt, das Ding. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Äh, ich weiß, ich habe meinen Zauberstab noch nie im Kampf benutzt. Ich habe aber schon oft mit dem Zauberstab geg... Ja, schon. Nein, weiß nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ha, ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Mhm. Klingt aufregend, bist du dabei? Exklusiv und ungenehmigt? Ja, ist meins. Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Mhm, hattest du. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du raffnend an auch mal die Regeln brechen. Der ist richtig fies. Ob du einem geheimen Duell-Club beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichtst. Ja. Man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder ob du Glück hattest. Die Mädels Toilette. Dann bis bald. Ja, ja. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Dankeschön. Danke, danke. Ich sehe nur, hier ist immer eine Kiste. Oder ist das einfach nur das Symbol, das hier was ist? Ja, das glaube ich nur das Symbol. Das heißt, ich werde auf jeden Fall fies sein. Was cool ist, wir können uns dann in die Bibliothek schleichen und die verbotenen Bücher lesen vielleicht. Dann können wir vielleicht Zaubersprüche, die andere Leute nicht können, wisst ihr? Oh, das Ding ist wieder repariert. Jetzt nicht mehr. Ich bin böse. So böse. Oh, das ist ein Drache. Revealium. Komm, der müsste was dabei haben, oder? Nee, oder nicht. Oh, doch. Ich bin da irgendwo um. Ey, dieses Revealium könnte ja echt gerne weitergehen, finde ich. Jetzt bin ich voll fertig. Ah, hier drin. Das ist ja doch sehr weit, dass ich dachte, das geht nicht so weit. Fünf von acht. Äh, ich muss hier hoch anscheinend. Jawohl. So, Shadow, danke fürs Summen. Vielen, vielen Dank. Livia, danke für eine Euro Nummer. Für einen Euro. Lara, Steg, danke für Zehner. Vielen Dank. Alter, Nina, Dragon auch am Start mit 23,99. Dankeschön an Nina, Dragon. Wirklich, danke. Kuss, kuss, kuss. Wollte meine erste Dono. Bin leider erst 15, bald erst 16. Das haben wir ja vorgesagt. Ich sage mal Kartoffelrube. Ey, Matthias, äh, Flaschmann. Hey, äh, freut mich, dass du das auch spielst. Das soll 300, 500 vor dem Film fabelhafte Tierwesen spielen, soweit ich das richtig verstanden habe. Ah, okay. Vielen Dank. Leon BZ250, äh, das Thumbnail ist zu süß, eben. Ja, ich bin so froh, dass ich jetzt in ein Ding reingekommen bin. In Flindowin. So, ja, danke, Robert, haben wir vorgelesen. David Pascal Harnack, 5 Euro, Asperus. Beispiel auch seit gestern, wird, äh, wird nur besser. Viel Spaß schon mal. Kannst dich freuen. Vielen Dank, Asperus nochmal. Roman Eiklang fürs Resubben. Ähm, David Pascal Harnack nochmal. Liebe, geht raus, äh, aus allerbesten der Welt. Vielen Dank. David Pascal Harnack fürs VIP werden auch. Und, äh, das hier, glaube ich, alles vorgelesen, ja? Das ist perfekt. Das ist immer wichtig und richtig, dass man das alles vorlesen. Was gucken die da so? Boah, dieses Reveglio macht mich echt fertig. Aber ich gehe hier mal nach oben. Der möchte, dass ich hier bis an Turm Spitze gehe, anscheinend. Oder so. Hier, hier tut es überall blingsen. Überall. Ich mache mich ganz fertig. Was ist jetzt? Auftrag. Was ist das denn für ein Auftrag jetzt? Äh, ist das, was ist das für eine Klasse? Oh, ist das eine Zauberklasse? Aber was für eine. Ein Hibchen in unserem Schlafsaal bekommt ständig Pakete mit selbstgemachtem Gebäck von unserer Familie. Da werden wir bald neue Umhänge brauchen. Avada Kedabra! Was ist das denn für eine Klasse hier? Das ist die, ich lerne... Hier. Was? Hinter dir. Ich kann es nicht erkennen. Hier ist noch ein Platz frei. Oh, hallo! Dankeschön. Hallo, ich bin Nati. Hallo Nati. Du bist also neu in Hogwarts. Ich bin fies, ich werde ein Herz brechen. Kennst du deinen Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Die Zauberkunst ist das, stimmt. Die Zauberkunstklasse ist das. Wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Nee, keine Ahnung. Kann ich nicht. Ich fürchte fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standardaufrufezauber? Nein. Ihr bewegt sich nicht wie ein Lehrer ohne Witz. Wir brauchen dringend eine Auffrischung. So haben Sie sich unsere Lehrer auch mitgelegt. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Was ist das richtig verstanden? Was für eine Paarung. Äh, Akio. Gut, was ist das für ein Zauber? Ja, egal. Wir werden es schon herausfinden. Find mal. Oh, nee. Find mal schon heraus. Find mal schon. Oh, bitte schneller, schneller, schneller. Nein. Warum bist du so langsam? Äh, Alter, was ist das? Boah, Alter, war das schwer jetzt grad. Akio. Akio. Ich nehm dir ein Buch, welches jetzt meins. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Ohnein mithalten. Sehr gut. Ich glaube, das ist leicht verknallt in mich. Ich weiß, ich habe das gesehen, was ich angesehen habe. Und sein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach. Achso, keine Exkursion. Eine Exkursion, okay. Achso, schon, wir bringen ihn um da draußen. Mr. X, Herr X, hör, das ist meine erste Spende an den besten Hund auf YouTube. Dankeschön, Mr. X. Timo, danke für den Euro und Schwitzer, Jungs. Wie findest du Macy Ferguson? Habe ich noch nicht, glaube ich, kennengelernt. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter ihnen werden mir sicher zustimmen. Ohne Gryffindors und ein Hufflepuff. Was wäre besser als ein wenig Sport? Um unser Können mit Aufrufe zaubern zu testen. Stimmt's? Ohne, die sind Gryffindor, die ist nett. Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Der Bruder kann einfach rauskommen, wenn er möchte, gell? Gut, dann probieren wir das mal. Was wollen wir jetzt machen müssen? Irgendwie Bowling-Spiel oder so? Achso, die hier herholt. Achso, unten. Achso. Sehr gut. Jetzt nicht die Fassung. Nun stellen sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber schon im Moment zum Verb. Ausgezeichnete Kontrolle. Herrollen auf drei. Ich probiere mal auf 50. Achso. Wunderbar. Ah, 50. Ja. Ich bin halt Naturtalent. Das wollten sie auch sehen von mir, oder? Sehr gut. Punkte für Slytherin. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Ohnei, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ah, wer kommt jetzt? Ach, die. Ach. Ach, genau wie vorhin. Miss Ohnei, Sie spielen rot. Verstanden? Ja, Sir. Das ist fies. Warte, fängt sie jetzt an oder fange ich jetzt an? Ich muss sie schlagen, ich muss sie schlagen. Ohnei. Die macht das sicher besser als ich. Und wie sie es besser macht als ich. Ich bin dran. Na bitte. Ich werde so verlieren. Warte. Achio. Ha. Ha. So, nicht anders. Ich werde dich fertig machen. Gryffindor. Oh. Nur 30 Punkte. Oh. Nein, so wird das nicht gemacht. Ich zeig dir nochmal, Mark, wie es geht. So, aufpassen. Ha. 50. Gut gemacht. Dann wollen wir mal. Natürlich, ich bin ein Naturtalent. Und die sich wieder aufruft sich. Oh, die ist fies. Muss ich den hier treffen? Aber das schaffe ich schon. Der darf mir jetzt nicht runterfallen. Okay. Ich muss das, ich muss dir zeigen, wie das jetzt geht. Achio. Ach, wirklich? Oh, das ist ja fies. Sehr gut. Nein. Och nee. Och nee. Och nee. Ich hätte sie wegschubsen müssen. Können wir das nochmal spielen? Na dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ja, jetzt, jetzt aber, jetzt weiß ich ja nicht, wie das funktioniert. Ja, ich wusste halt nicht, ich dachte, die. Ja, jetzt schlage ich nicht, aber. Aber interessant haben wir längst hinter uns gelassen. Ha, in der Tat. Genug geplappert. Das erfordert ihre ganze Konzentration. Mach, komm, mach. Diese Runde entscheidet alles. Oh. Es geht um alles. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Okay. Ich muss mich sehr konzentriert, dass ich das schaffe, weil ich will nicht blöd da aufstehen. Ich will ja Zaubermeister sein. Ich habe, wie der Chat mich auslacht, Alter. Sekunde warten und. Ja, so macht man das. Hast du gesehen, Mädchen? So macht man das. Das ist nur, weil sie den einen quer gezogen hat. Das ist übelst fies. Das wird nix. Oh, das wird nix. Oh je. Oh. Oh. Genau so wird das gemacht. Kannst du aufhören, sozusagen? Ich weiß noch mal, ob ihr das einmal durchgefahren ist, oder dann zieh ich die nochmal an. Genau so wird das gemacht. Genau so wird das gemacht. Genau so wird das gemacht. Dann wollen wir mal. Oh, die kickt mich jetzt aber nicht runter, oder? Perfekt. Oh, Gott sei Dank. Ich habe gewonnen eigentlich. Jetzt kann ich eh nicht mehr verlieren. Und jetzt sage ich da gleich, genau so gehört das gemacht. Genau so gehört das gemacht. Ich glaube, ich habe nämlich 100. Gewonnen. Oh, oh. Hat er wer verloren. Oh. Oh. Sehr gut. Alle beide. Gute Arbeit. Mhm. Danke. Danke, danke. Ich habe jetzt einfach nur noch rangezogen. Das ist eh schon egal. Aber Hauptsache der eine bleibt stehen. Alter, der eine war aber wirklich kurz vorab abbrecken, ne? Der eine Ball. Habe ich jetzt ganz kurz geschwitzt. Der war kurz vorabbrecken. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Sehr gut gespielt. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Ich muss gestehen. Es dauerte Wochen, bis ich aktiv beherrschte. Ich glaube, ich mag dich doch etwas erst erwartet. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter. Versprochen. Ich werde mich behaupten. Vielen Dank, aber ich werde mich schon behaupten. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Ich bin kurz vor meinem vierten Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Keiner hat es gefragt. Und als ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt. In einer ganz neuen Schule. Ich habe nicht gefragt. Ist Magie auf Ouagadou gleich? Das klingt vielleicht seltsam. Aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Hm, größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab hat. Danke, Chasti, gehen wir für Mitgliedschaftsverschenkungen. Vielen Dank. Unglaublich. Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou. Aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Natürlich kannst du Akio auf Menschen anwenden. Auf ein Wort, bitte. Kann ich? Akio. Ja, anscheinend ja nicht. Professor Ronan erinnert mich an meinen Großvater. Sehr weise, aber etwas schräg. Okay. Hallo. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja. Ja. Eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauberwohn schon erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onei übertroffen. Oh, die Arme. Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass Ihre Professoren Sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Okay. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die... Ja, fresse ich. Ich weiß Bescheid. Besondere Aufgabe, wie ist das? Und... Auf der Gap geschlossen. Rebellion. Oben ist was. Da oben ist was. Da ist was. Obe. Kann ich doch rein? Bitte so, ich kann doch rein. Ah, Schlossstufe 1. Ich muss unbedingt mal, ähm... Wie heißt der Zaubertrick nochmal? Für Schlösser, ähm... Alorimora ist das doch, ne? Wo muss ich echt mal lernen, den Zaubertrick. Das ist wichtig. Nachdem mein Bruder den Aufrufezauber gelernt hatte, hieß es ständig, Akio dies, Akio das. Überall Flugbeschränkung. Ja, ich gehe da mal. Ah, ja. Interessant. Hallo. Du bist der Neuzugang, nicht wahr? Oh, hallo. Möchtest du ausgehen? Hallo. Du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitbekommen zu sein. Die stehen alle auf mich, weil ich so alt bin. Das ist immer so. Die steht immer auf die Älteren. Der Unterricht war nicht allzu anspruchsvoll. Das ist nett von dir. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Rowland sicher nicht beeindrucken. Weil die hinten so die, die haben hinten so die Arme. Was hast du halt mal? Ich weiß noch nicht mal, wie alt die ist. Die sieht schon älter aus. Aber weißt du, die haben, die stehen die ganze Zeit so aus, als sind sie verliebt direkt. Weil sie die Arme immer nach hinten haben und dann so wippeln. Als sind sie so direkt instant verliebt in dich. Weißt du, was ich meine? So die Körpersprache halt. Ich weiß nicht. Die weiblichen Charaktere haben sie mit Absicht so gemacht. Ich weiß nicht, warum. Dann schlossen sich die Werbe für den Kobold in meinem Aufstand. Das muss ich mal verstehen, wie das funktioniert. Ah, warte, 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 ich muss hier draufdrücken. Ah, man kann hier draufdrücken. Ich brauche ein, äh. Kannst du die Fresse halten, du musst es konzentrieren. Alter, ist das dumm. So, ich muss irgendwo hin, ne? Hey, in welchem, warte, in welchem Zimmer bin ich hier? Das ist jetzt aber, ist das für alle oder ist das, hallo? Ist das für alle oder? Welche Tür? Ja, willst du mir erklären, wie das geht, die Tür? Erklär mal. Scotti hat es dir erklären müssen. Warte, ich glaube, ich komme mal schon selber drauf. Ich muss das rollen, das Ding hier. So, das ist die 12, gell? Ach, vielleicht was. Ich weiß, ich weiß, um was es geht. Ich weiß, um was es geht. Das hier ist sicher das Gerät hier. Und dann, na, ich habe ja das jetzt ja gemacht, ne? Das hier, denke ich mal, ist das dann hier. Na, was ist die Logik von diesem Quiz jetzt? Von diesem Quiz ist 0, 3, Fragezeichen 5. Und da muss ich jetzt schauen, wie viel Beine etwas hat zum Beispiel. Nein. Warum? Die Gesamtzahl ist 5. Ja, die Gesamtzahl ist 5. 0 und 3. Wie viel brauchst du noch, um 5 zu kriegen? Ja, 2. Die niedrigste Zahl ist 0. Jetzt guckst du. Mhm. Das ist 0. Kommst du auf 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5. Warum ist das so kompliziert? Wie soll ich denn da jemals drauf kommen? Ich bin auch nicht wachschauber. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss schauen, welche Tiere wie viele Dings haben oder so. Und du musst gucken, wie viel du Zahlen brauchst, damit diese 5 entstehen. Jetzt brauchst du 2. Jetzt musst du zum Beispiel 0, 1, 2. 0, 1, 2, das. Alter, da kommst du ja niemals drauf. Genau. Und jetzt musst du gucken. Einhorn ist 1. Einhorn ist 1. Das 4 ist 5. Wie viel brauchst du noch, dass du 12 hast? Ach so, Fuchs. Warte mal. Also, das ist 5. Da brauch ich noch 7. Genau. Und jetzt sind wir 10. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist das Ding hier. Alter, wie soll man als Basic-Mensch draufkommen auf so ein Puzzle? Bei jeder Tür. Boah, Alter, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Also, ich glaube, das hätte ich heute den ganzen Tag mit verbringen können, bis ich da draufkomme. Danke. Schandl meinte, ohne Scott jetzt hätte ich das nicht verstanden. Okay. Also, das ist... Aber ganz ehrlich, so ein Quiz ist ja echt... Vor allem, wer fängt bei 0 zu zählen an, ne? Überlegt mal. Wer fängt bei 0 zu zählen an? Also, bin ich... Also, ich hätte das niemals erfahren ohne Schandl jetzt. Oh, Knuddelmove. Oh, Knuddelmove habe ich bekommen. Irgendwas Süßes. Das ist dieses Katzenteil da, das Fluffige. Einen Drachenlangmantel. Oh, das ist ja auch geil. Drachenlangmantel. Ist das irgendwas, was ich vergessen habe? Ne, perfekt. Super. Danke an Schandl, die mir das gerade erklärt hat. Man muss Mathe rechnen. Mathe rechnen muss man hier können. Ich fühle mich irgendwie komisch. Mir muss jemand Lungenbombe-Sirup in den Tee getan haben. Okay. Er hätte sicher was ganz anderes in den Tee geschüttet. Ich gehe hier mal hoch. Kann man hier auf so einen Turm raufgehen oder sowas? Hallo? Was ist das denn für ein Ding? Okay. Aber warte. Ach hier. Ne. Wo komme ich hier hoch? Also, wo komme ich da hin? Da ist so ein Universum, so ein kleines. Alter, wie weit geht denn das nach oben bitte? Das ist, ich bin, weiß ich schon. Alter, schreck mich noch nicht der Geist. Da fliegt der Geist einfach rum. Das ist dieser kopflose Geist da gewesen, ne? Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Alter, das ist so riesig, ne? Ihr müsst euch vorstellen, wie nur in einem Abteil gerade. Oh, hier geht's hoch. Mal gucken. Ist das der Hauptturm, wo ich gerade bin? Ich glaube fast, dass das dieser Hauptturm ist. Oh, Piste. Geh weg, du blöder Clown. Ja, ich glaube, das ist der Hauptturm. Na, doch nicht. Hä, wo sind wir denn? Das ist nämlich der große Turm, dieser Hauptturm. Aber auf was für ein Ding bin ich denn gerade? Müsste da nicht irgendwo... Wartet mal, da müsste doch das... Oh, da ist das Quidditch-Feld. Was ich weiß, wurde es ja rausgeschnitten. Man kann nicht Quidditch spielen. Anscheinend war das aber geplant und sind es rausgeschnitten. Weil es, ich denke mal, zeittechnisch nicht hingeraunert. Das ist ja richtig geil. Aha. Ah, hier vorne. Bis hier muss man sein. Sammeln. Aber was für ein geiler Ausblick hier, bitte. Auf das ganze Teil hier. Guck dir das ab. Ich bin nur in diesem kleinen Abschnitt da jetzt drin. Das ist so riesig. Das ist echt krass. Aber ich kann hier nicht... Oh, warte. Hier komme ich? Ah, hier komme ich da rein. Ey, das kenne ich halt alles aus dem Film. Das ist echt krank. Du denkst, du guckst dir die ganze Filmreihe an und es sieht halt alles genauso aus wie im Film. Das ist halt schon geil. Ah, dann kann man nicht springen. Und, kann ich hier runter? Ne, lässt er mich nicht. Schade. Kann man sich wehtun? Nö. Kein Fall, schade. Das ist gut. Ja gut, wir sind auch Zauberer. Das ist halt... Das ist halt das Ding. Wenn ich hier runterspringe, tut es mir auch nicht weh, ne? Hui. Ne. Das ist cool. Also, kein Fallschaden. Rebellion. Weißt du was? Ich glaube, ich werde aber mit der Schnellreise probieren. Wieder mal auf Abenteuertour? Wer fragt, wer? Ach so, das Ding da vorne. Ja. Ich denke mir so, hä? Wer redet da mit mir? Okay, akzeptieren. Nebenaufträge gibt es auch. Was ist das Ding hier? Astronomisch. Ja, ich würde gerne mal meinen Zauberstab auswählen irgendwie. Aber... Die große Treppe. Wie komme ich zu meinem Zauberstab? Der Seitenflügel. Ne, es gibt hier... Es gibt hier... Ich weiß nicht, wie komme ich zu meinem Zauberstab ran? Muss ich... Ich muss ja dazu eigentlich rausgehen. Muss ja wohin dazu, ne? Weltkarte? Okay, warte. Aufträge. Mal schauen. Professor Rizzi soll ich treffen. Okay. Wenn du die Stufe 2, sind wir eh schon so weit, gell? Auftrag. Erfolgen, so. Müsst du jetzt markiert sein, oder? Ja. Ja, dann gehe ich da schon hin, wenn es markiert ist. Ich will mir das hier eben bisschen angucken. Ich finde das so geil, wenn es der Open World, da braucht man sich immer hin tippen. Dann gehen wir jetzt mal auf ganz entspannt hin und schauen mal, wie lange das dauert, wie viele Kilometer das sind. So, Meister Foxy, danke fürs Zippwerden. Black Sun, der Petter ist auch wieder am Start. Dankeschön. Bring her runter. Hier, da gehe ich doch locker hin, oder? Komm. Komm runter da. Hopp, hopp. Okay, da haben sie mich nicht gelassen. Ne, da lassen sie mich nicht. It's Elivio's Song. Elivio's Song. Reveilio. Oh, hier oben ist eine Kiste. Ach, das ist ja da, wo ich das Schloss baue. Ja, gut, da komme ich ja nicht hin. Stimmt, aber was? Kann ich ja nicht. Da kann ich ja nicht hin, Jungs. So, Alessio, danke fürs Zippwerden. So, und kannst du Pfandflaschen sammeln? Ich möchte einen Zauberstab erschaffen. Zauberstab, der Penner. Dankeschön, Black. Blackster, der Penner. Nein, man kann hier leider keine Pfandflaschen sammeln. Leider nicht. Aber, ähm, ja. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Pfandflaschen sammeln Mod für das Spiel. Wobei ich eher glaube, dass das nicht passieren wird. Reveilio. Hier komme ich runter. Ja, der lässt mich ja nicht. Das macht mich so fertig. Ist aber da. Bei manchen Treppen lässt er mich, bei manchen nicht. Oh, ich komme mal auf den Pausenhof wieder. Ah, da waren wir schon. Bei dem Drachen waren wir schon? Das ist der Innenhof. Und dann gehe ich nochmal da rein. Was ist das denn? Oh, Nimitz! Warte, geht das? Oh, Entschuldigung. Ich wollte es nur probieren. Oh, tut mir leid. Es tut mir leid. Warum kann ich das an Tieren anwenden, aber an Menschen nicht? Kann ich dich schweben lassen? Levioso. Ja, guck, schwebende Katze. Levioso. Und noch viel höher und höher und höher. Geht's nicht höher? Höher. Höher. Höher, Katze. Höher. Höher. Du armes Dings, tut mir leid. Ich hab dich lieb. Wir haben nur Spaß. Du weißt es eh, dass wir nur Spaß haben, ne? Wir werden gute Freunde. Wir werden gute Freunde. Ich hab dich lieb. Hauptsache, die Katze kann nicht. Weißt du, das ist wieder so typisch. So Auftrag anfangen. Oh, was ist das hier? Ja, mein, der changed einfach sein Aussehen, der Bruder. Fresse, Fresse, alles gut. Weasley nach dem Unterricht, ja. Kannst du mich grüßen? Aber wie ist das Livia? Dann alles gut zum Geburtstag. Vielen, vielen Dank nochmal. Hier an Livia. Der Schweizer Jungs, nochmal danke fürs Zübwerden. Die Big Key. Entschuldigen Sie, Big Key. So, man dann solltest du erstmal mit der Leertaste versuchen. Was? Da sind sie. Warum mit der Leertaste? Darth Raider, liebe dich, du süßer Wauber. Dankeschön an Darth Raider. Ich hoffe, ihre ersten Stunden liefen gut. Jetzt mal die Taste drücken. Ja, schon, Professor. Kreische, bist verschieben. Kreische, was? Professor Fig hat ihn auf dem kleinen Umweg offenbar. Ach, ich muss die Leertaste an den Punkten drücken. Ah, jetzt verstehe ich's. Dankeschön, Lukas, auch für die Info. Perfekt. Jetzt weiß ich Bescheid, was sie meint. Da bin ich schneller, ne? Ist das nicht so? Hat Professor Fig nichts zu meiner Ausbildung gesagt? Er ist immer noch sehr zugeknöpft, was die Details angeht. Nur ein paar Zaubersprüche hat er erwähnt. Zum Beispiel? Leo und Lumos? Ja. Ja, richtig, Professor. Aha. Als wollte man einem Spreeler ein so nett. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Was? Mehr Arbeit? Ich bin wirklich nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Ich hab keine Zeit. Ich möchte mal den Sauerstopp holen. Die finden Sie schon? Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug. Ja, ich will dorthin. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Da will ich doch hin. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Ich bin bereit nach... Ja, ich möchte dorthin. Von mir aus kann's losgehen. Jetzt los. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Ist sicher Sebastian. Vielleicht Sebastian Seller. Ja, wer sonst? Wer wird sie sonst sein? Außer Sebastian. Natürlich. Ich würde gerne Natti mitnehmen eigentlich. Die war ganz nett. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Unai ist eine der begabtesten Schülerinnen und Kettbewerbs. Sie sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronins Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. War es jetzt schlecht, dass ich sie gewählt habe? Weil ich will ja böse werden. Das könnte sein, dass es jetzt irgendwie schlecht für mich ist, weil... Äh... Die Natti ist ja eher eine Nette, oder? Weil sie ist ja Netti. Oh, Katzi. Ja, wir sind ja brav. Wir sind ja kleine Smitsi und ja andere Katzen, guck. So viele Katzis da herum, ja. Willst du auch mal fliegen lernen? Komm, wir probieren das mal mit dir. Wir probieren's. Livioso. Warte, warte, wir haben's gleich. Livioso. Jetzt. Vielleicht kannst du sogar ein bisschen höher als die andere. Probieren wir's mal. Okay, höher geht nicht. Und jetzt zieh ich dich mal her zu mir. Pass auf, jetzt zieh ich dich her. Komm her. Bei Fuß. Und jetzt Lumos. Die Arme. Ah, da sind sie. Ja, ich bin da. Hallo. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Reparo. Die Wiederherstellungszauber Reparo. Hm. Klingt, als könnte das nützlich werden. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Ich habe einige vorbereitet. Ja, ja. Zeig, zeig, zeig. Ich schließe die Aufgaben ab. Wo sind die? Ich schließe die ab. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Äh, sammle das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue ein, sammle das fliegende Blatt im Turm. Ja, gut, das ist halt das schnellste, das ist halt das Problem. Wo ist nur das fliegende Blatt? Ui, äh, das ist blöd. Äh. Das ist jetzt blöd. Was kann ich eigentlich damit machen? Ist das, ist das einfach nur just for free? Oh! Ah, okay. War das jetzt das Blatt? Nee, oder? Jetzt muss ich dieses Repairium eigentlich machen. Rebellion. Hm. Sammle das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue. Ja, aber ich habe das doch hier schon gefunden jetzt. Oder ist das noch irgendwo? Aber ich bin einfach nur, oder habe ich das, habe ich das schon eingesammelt? Oder bin ich einfach zum Pilot dafür? Bin ich einfach los. Aber ich glaube, ich habe das hier eingesammelt, das Richtige. Das war doch das Blatt hier. Levioso. Ja. Ach, warte mal. Levioso. Ja, aber das vor, nein, es fliegt ja, ich habe das doch aber jetzt eingesammelt, das fliegende Blatt. Ah, da oben ist es! Ah, da! Das ist Levioso. Komm her. Oder, nee, hier. Akio, komm her zu mir, jetzt habe ich es. Ah, ich habe es suchen müssen. Perfekt. Ach so, ich muss das ja einfangen, ja natürlich. Es fliegt ja weg von mir. Ich dachte, das fliegt so, weißt du? Ich bin da lost, Alter. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Ein fliegendes Blatt, bitte. Aha. Ja, ja. Fliegt es. Was hast du denn für Probleme, Ausi? Geht es dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Oh, das ist ein bisschen... Zenobia Noak. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Ich hasse dich nicht. Oh, da hinten ist das Ding. Warum hassen die sich denn alle da? Ich habe es gerade gesehen. Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Okay. Äh, interessant. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der Schlimmsten. Aber Everett und Estoria sind auch schrecklich. Äh, ja. Da haben sie ziemlich überreagiert. Allerdings. Und... Jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der fünften Klasse könnte mir sicher helfen. Darf ich das? Ich kann auch nicht versprechen. Weißt du, wie man sie bekommen kann? Hast du keine Freunde? Äh, ich weiß nicht. Hast du einen Vorschlag, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Sidequest. Okay. Gut zu wissen. Danke. Und nämlich dieses Blatt hier oben. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Äh, ja. Was ist noch irgendwas? Ach, die ersten Aufgaben haben ihnen nicht zu viel Mühe bereitet. Oh, egal. Warte, jetzt geh mal zu ihm und ich kippe das Ding zurück, ne? Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze. Ja, ich mach das schon. Ja, ja. Mach ich. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Ah, ja, ich muss ja... Ah, jetzt verstehe ich das endlich. Reparo. Jetzt kann ich das Ding hinten reparieren, ne? Das probiere ich jetzt mal gleich. Also ich gehe zu dieser Statue hin und jetzt... Ja, wie ich gesagt habe, dieses Ding kann man auch reparieren. Also, sehr gut. Jetzt gehe ich da hin und mache Reparo. Ach, schön. Perfekt. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. An hohen Orten. Ja, das hast du mir schon gesagt, dass ich an hohen Orten nachsoll. Was ist jetzt hier los? Finde Zenobias Koboldsteine. Ey, möchte ich jetzt nicht die Koboldsteine suchen gehen? Ah. Sie meinten, die anderen Schüler hätten sie in Orten versteckt, an denen sie nicht rankommen würde. Ja, aber wie soll ich denn die jemals finden, bitte? Hoppala, Entschuldigung. Komm mal her. Hast du dich herkommen? Ich repariere dich mal. Vielleicht wird es dann herkommen. Da hat ich überhaupt keinen Bock auf mich, die Eule da oben. Die hat gar keine Lust. Ne, also, ähm... Das mit den Steinen können wir doch ein anderes Mal machen, oder? Oder muss ich das jetzt machen? Ich glaube, ich werde dazu gerade gezwungen. Muss ich euch befragen oder so? Ich habe das Gefühl, ich werde gezwungen mit diesen Steinchen hier. Egal. Ich gehe zu diesem Auftrag da hinten. Dann soll die mit ihren Steinen da später hinkommen. Ich muss meinen Zauberstab abholen. Wenn ich wüsste, wie ich hier rauskomme, dann wäre das super. Schloss ist was, Schloss. Ich muss schon mal Schloss. Jetzt wird kurz gucken auf der Karte. Ah, ich will nämlich hier hin, genau. Hier möchte ich hin. Jawohl. Perfekt. Hallo. Suchst du nach mir? Äh, nein. Ähm, ich suche nach jemandem ganz anderen. Oh, hier ist verschlossen. Hallo. Wie schön, Sie zu sehen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Klingeligelig. Ne, alles gut. Ich bin wegen dir da. Natti, hoffentlich wartest du noch nicht lang. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hause mit sollst. Ich bin so blind. Neben der Eule warst. Ja, ich gehe da eh schon wieder zurück. 50 Zentimeter neben der Eule. Ich freue mich schon drauf. Aber Hauptsatz, die haben wir mit mir. Sollen wir dann? Ich habe vor dir als erstes, dass ich mich nicht verliebt habe. War das 50 Zentimeter? Okay, sorry, Leute. Ich will nur meinen Zauberstab erst mal holen, okay? Lasst mich lost sein. Ich will nur meinen Zauberstab haben. Das Spiel ist so sucht. Keine einfach nicht aufhören zu spielen. Nobody. Dankeschön, das freut mich sehr. Kannst du nicht auch schon. Das ist dann gut. Das ist gut zu wissen. GTA in Hogwarts. Das ist halt Open World. Oh, schau, wir sind draußen. Endlich. Jetzt gehen wir endlich in die Stadt. Ich hoffe, ich kann da Leute abmurksen. Ich freue mich draußen. Ja, ich bin draußen. Hey, willst du mein Freund sein? Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Ripp, wirklich? Ja, ich warte jetzt ohnehin zu reingehen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Euler hat genau richtig. So, ab geht's. Wir holen unseren Zauberstab ab, Leute. Mit Natti. Natti heißt die. Irgendwie Natti irgendwas. Wir gehen raus aus dem Schloss. Alter. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach alten Runen an der frischen Luft zu sein. Das ist Quidditch-Feld. Das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Oppala, ui. Ups, da kann man runter. Das wusste ich nicht. Uh, warte. In jedem Spiel versteckt sich hinter einem Dings irgendwas. Hinter so einem Wasserfall. Ich wette was mit euch. Die haben es hier gleich gemacht. Oh nein, komm. Da ist 100 pro was dahinter. Ach komm. Nur kurz spicken. Naja, nee, doch nicht. Schade. Ich hätte jetzt alles drauf verwenden, dass da was dahinter ist. Ja, ich komm schon. Mein Gott, reg dich nicht auf. Oh, sammeln. Blutegel. Die nehm ich mit. Da kannst du Blutgel-Saft draus machen. Vielleicht hier hinter. Gut, ich muss mich ausbessern, Leute. Nicht in jedem Spiel versteckt sich irgendwas hinter den Dingsen. Alles gut. Und nass bin ich jetzt auch. Ich bin gar nicht nass. Ich bin ja Zauberer. Ja, mein Gott. Lass mich doch zurück zu ihr. Oh, guck mal. Rebellion. Äh. Ach hier. Was ist jetzt? Komm, renn ein bisschen. Mein Gott. Wir müssen in die Stadt. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Ich bin ein Hase. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh. Die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich möchte mich erst daran gehören. Okay. Ich bin nicht aufgewachsen. Nein, 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 nein. Was hat denn die denn für ein Dings an? Oh, warte. Da drüben. Ja, was ist da drüben? Ich sehe oft Floor fliegen in die Stadt. In dieser Gegend. Aha. Aha. Was ist so besonders an ihm? Ja. Sie sehen interessant aus. Und für Dünste können sie auch in Tränken verwendet werden. Was? 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 Wenn Andel eine Pflanze wäre, wäre das Andel. Oh. Oh, hier geht's runter. Ach man, ich muss jetzt mal bei der bleiben. Ich darf ja gar nicht erkunden. Weil sonst regt sie sich wieder auf. Bitte bleib in der Nähe von mir. Bäh, bläh, 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 bläh. Andere Pflanze. Oh, sieh mal. Hippogreife. Aus dem verbotenen Wald. Ach da, oh. Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Da sind zwei. Lass uns warten. Wir können drauf reiten. Wir können drauf reiten. Dort links ist der verbotene Wald. Er ist für Schüler verboten. Wie der Name schon sagt. Na links, da geh mal rein. Warum ist der verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Oh ja. Hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Ich bin jetzt auch froh, dass ich sie ausgesucht habe. Weil der andere Typ, ich fand ihn irgendwie unsympathisch. Auch wenn er, auch wenn er mad sein möchte, hat er so anders mad drauf. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Und ihn mischen mit die Pülze. Ich bleibe hier mitten stehen, ist das komplett egal. Okay, gut, dann, äh, genau. Lass mich einfach mitten durchfahren, passt schon. Da hatten sie wohl kein Geld mehr, um die AI so auszulegen, dass die, dass die stehen bleibt. Ne, die fährt einfach durch dich durch. Geisterhaft. Die Location ist, man gibt euch das, wie schön das hier aussieht. Das ist echt krass. Die ganze Karte sieht geil aus. Ich wollte euch, ich werde mal so einen Noclip-Modder hören, was wir alles mal angucken. Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und hemmt. Lake, da geht's zum Teich. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden, hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Oh, warte, warte, das sind Tiere. Tiere. Oh, was ist das? Ein Knudeln-Move. Oh, komm her. Komm her. Ja, schau bitte, schau bitte, rollen. Ja. Ich hab hier die Rollen. Oh mein Gott, sind die süß. Ja, ich bin der Zahn. Das gehört mir. Mein Kudeln-Move. Oh, ich hab hier süß, die sind. Warte, bleib da. Idiose. Warte, warte, bleib da. Bleib da, bleib da. Oh nee. Die Dinger sind so süß. Ich will der Zahn. Gibt's hier noch eins? Ich könnte es dann hochheben. Kudeln-Move? Nicht, okay, dann geh ich halt wieder weg. Das sind so riesengroße, riesengroße Ballkatzen sind das. Oder umrollt er, schau da, rollt er. Komm her. Das ist mein Kudeln-Move. Ah, da ist er. Hier, warte. Was ist er hier? Reparo. Nicht Reparo. Libioso. Libioso, Libioso, bleib doch stehen, Mann. Ah, da ist er. Schau mal die an, mein Kudeln-Move, guck. Äh. Ja, ich muss zurück, die regt sich so auf. Alles gut, wir holen die später. Wir holen uns später einen Kudeln-Move. Wird hier Loth? Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Ohnei. Umkehren. Nö. Nö. Sie können sich um. Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geis. Hässlich. Haarig. Furchterregend. Cool Move. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Okay. Armer Mr. Moon. Ein Demi, Geis. Oh, es regnet. Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Slow-Move sehen. Wir sind fast da. Idioter. Außerhalb der Schlossmauer. Nicht nur Hox-Mut. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkommensur gehen. Bei all den Gerüchten über Kurwode und so, wenn du es schön jemanden an meiner Seite zu haben. Jetzt sag mal. Gut zu wissen, Nati. Danke. Nati, ich muss doch irgendwo hin. Ich würde übelst gern in die, ähm, na wie heißt's sehen. In die, in die Winkelgasse würde ich gerne gehen. Komme ich von hier aus in die Winkelgasse oder was? Weil ich will ja zu, zu, zum Herrn Wand will ich. Und die Wanders. Wo ist er denn? Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Ja, ich brauche... Es ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Alles? Dann brauche ich bitte einen hyperventilierenden Pfannenwender mit Steuer- und Backbord aufsetzen. Also wenn es den hier gibt, dann bin ich begeistert, bin ich dann. Oh, ist die süß. Professor Weasley meinte, du brauchst folgendes. Trank Rezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzu... Nimm. Nimm. Viel Spaß. Weil du mich jetzt zugequatscht hast, ist die süßeste Katze ever weg. Okay, danke, dass ich das weiß. Karte öffnen. Äh. Die Dorfkarte. Ich gehe erstmal zum Herrn Wonders, oder? Der wäre... Also ich muss diese drei, muss ich hier Dings machen, ne? Jetzt erstmal zum Herrn Wonders, der ist neben mir, oder? Ja. Wegen der ist jetzt diese süße Katze weg. Ich bin echt traurig. Wo ist jetzt diese süße Katze hin? Ich wollte die streicheln. Och Mensch, oh Mensch. Lass mich raten, wenn ich da reingehe. Ist das Ding viel größer als von draußen? Egal, ich dachte, das wird zu groß. Hallo. Herr Wonders, Herr Olli. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment, bitte. Ja, natürlich. Herr Wonders, ich bin noch... Olli Wonders, ich bin noch... Ah, guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab. Wir suchen uns so einen Zauberstab aus, Leute. Ja, ich... Er muss assi aussehen. Wir sind ja ein assi-Zauberer. Sie sind noch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind sie's. Natürlich. Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennen zu lernen. Der ist ja voll drauf. Kommen Sie, finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Gibt's einen für schwarze Magie? Den würde ich gerne nehmen. Ah, ja. Ja. Den grünen. Mächtiger Kern. Zehneinhalb Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Ich glaub, den will ich doch nicht. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Nein. Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Ah. Vielleicht. Ja. Edelholz. 13 Dreiviertel Zoll. Drachenherzphase. Probieren Sie diesen aus. Der sieht aus wie so ein Kackstift irgendwie. Ja, das ist ähm. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Der Zauberstab-Experte. Er weiß genau, was wir brauchen. Das ist doch weit aus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Tja. Da bist du. Ja. 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 Du könntest der Richtige sein. Hier. Nehmen Sie. Und jetzt? Was ist das für einer? Jetzt soll ich aussuchen, ne? Ui, Alter. Der sieht ja mega aus. Krummspirale, Dunkelgrau. Aber ich kann ja... Holzart, Zeder, Phönixfeder... Der sieht richtig bad aus, ne? Aber ich kann hier... Was kann ich hier machen? Kann hier... Faszinierend. Boah, ey. Der sieht halt klassisch aus, ne? Aber der sieht halt so richtig bad aus. Wirklich interessant. Ich weiß nicht. Was kann man hier noch anpassen? Die Zoll anpassen. Faszinierend. Kannst du aufhören? So Drachenphase, Einhornhaar, Phönixfeder. Das finde ich gut. Ey, das ist den, den man eigentlich vorgegeben hat, der hier, ne? Ich überlege nur... Wirklich interessant. Faszinierend. Alter, der geht mir auf den Sack. Der sieht halt... Der sieht halt krank aus. Er ist so classic, ne? Wie schwarze Magie ist der schon heftig, so. Wirklich interessant. Ja, wirklich interessant. Sanfte Spirale. Aber der ist halt... Der sieht halt echt aus wie so ein Stock. Aber der sieht so richtig bad aus. Wisst ihr, was ich meine? Der sieht so richtig aus, so... Assi einfach. Er sieht asozial aus. Dieser... Faszinierend. Ich bring dich um, Stab ist das. Du musst zwischen den drei auswählen. Ja, ja. Muss hier zwischen auswählen, was ich haben möchte anscheinend. Holzart. Nämlich C, dann nehme ich so... Was ist eigentlich, wenn ich das hier ändere? Leicht federnd. Gibt halt seine Fresse, Held, ne? Einhornha... Ich würde Drachenfasern, würde ich nehmen. Die auf jeden Fall. Steht hier dabei. Dient und bekäme... Mächtige Magie erzeugt. Beständige Magie. Große Bandbreite. Die auf jeden Fall Drachenfasern, das weiß ich. Aber ich bin noch unschlüssig, ob ich den wirklich in dieser Ausführung haben will. Der Stock ist OOC, man hat ja richtig hart, ne? Aber ich finde es krass. Er hat mir den hier gegeben. Er meinte, den soll ich mir nehmen, ne? Er hat mir den so zusammengestellt. Ich finde, irgendwie passt der auch zu uns. Er ist jetzt nicht das Schönste, aber ich finde, der soll nicht schön aussehen. Der soll richtig asozial werden. Dann könnten wir natürlich noch den hier nehmen. Der ist halt komplett auch black. Oder der hier. Der sieht auch krank aus, aber ich weiß nicht. Der sieht halt assi aus. Ich nehme den einfach. Der sieht aus wie ein Stock, aber genau das machst du auch aus irgendwie. Sieht nicht der, von dem, dem man den Namen nicht sagen darf, auch aus wie ein Stock? Eigentlich schon, ne? Kann auch Gifte dran machen. Dann sieht man nur die oberen Dreiviertel. Wie man sieht nur die oberen Dreiviertel. Wenn man Gift dran macht. Ein schöner, der ist der ganz glatte. Ja, der hat schon was. Doch, doch. Der hat schon was, der ganz glatte auch. Den finde ich jetzt nicht so. Also entweder den hier in klassisch schwarzen. Oder hier diese Krummspirale. Das sieht aus, wie ich weiß. Der sieht richtig hässlich aus. Der ist so Harry Potter Style. Den will ich nicht. Wirklich interessant. Das ist so Hermine Style. Kommt mir vor. Aber entweder den hier oder. Wobei, was ist mit dem hier? Näh. Faszinierend. Oder die mit der leichten Spirale. Ich mag die Spirale nicht. Also wenn dann der klassische. Hat er einen Knochenzauberstab. Der sah so ein bisschen aus, ne? Der Knochenzauberstab. Wirklich interessant. Oder wir nehmen den hier halt, ne? Der sieht halt wieder so Standard aus. Oder der dritte hier in Spar... Der sieht halt auch... Ja, das hat was. Faszinierend. Ich meine, der ist halt... Der ist halt richtig Badass, ne? Der hier. Ich finde der halt auch. Ich finde, die haben was. Aber... Den auf gar keinen Fall. Den auf gar keinen Fall. Den auf gar keinen Fall. Den... Also die zwei hier zur Auswahl, hätte ich gesagt. Faszinierend. Ja, ich komme nicht dem... Ich nehme glatt schwarz. Das passt schon. Wir wollen ja fancy aussehen damit. Passt schon C. Dann nehmen wir. Ich nehme das aber so, wie der mir das vorgegeben hat. Drachenfaser. Und dann kaufen wir das Ding. Ich bin ready. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Ja, irgendwie glücklich damit. Der passt. Der passt. Der starb. Der ganz glatt ist geil. Das ist geil. Strahlende und magische Zukunft. Der passt auch jetzt zu den Haaren dazu, finde ich. Kann es auch später in den Griff dran bauen. Oh, okay, cool. Gut. Anders. Interessant, würde ich sagen. Ich habe so etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Okay, cool. Ich habe meinen Zauberstab. Boah, ich würde ja übelst gar nach hinten gucken. Da hinten, wo er macht. Oh. 29 Goldmünzen oder was da gerade drin war. Aha, wo? Ich sehe es nicht. Hä? Hä? Das fliegt hier hinten. Okay, vielleicht ist es draußen. Ah, hier vorne vor der Tür ist was. Ah, okay. Cool. Danke, Herr Wander. Kann ich hier überall rein? Ich kann hier überall rein, wie cool. Das ist der Laden von den Brüdern, ne? Von den Weasley-Brüdern ist das der Laden. Oh, die Katze ist ja mal mega. Ups. Was ist denn das hier? Luftballon. Ist das ein Luftballon? Oh, ich liebe das ja, so Sachen zu erforschen, wie hier drin. Das ist ja richtig cool. Kann man hier was kaufen? Ne, ne? Oh, was ist das denn? Oh, was? Can of Mystery. Au. Au. Da ist ein Kind hin. Okay. Ja, voll cool hier drin. Rebellion. Ist wieder draußen, ne? Ja, immer vor der Tür ist das. Es kann sein, dass jeder Laden eigenes hat. Putterbier gibt es hier sicher irgendwo. Oh, zum Teufel bin ich. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ah, Tasche. 55 Goldstücke, danke. Ist das, gibt es hier das Butterbier? Ist das hier? In der Kneipe? Das ist doch die Kneipe, oder? Ne, ne, das ist nicht die Kneipe. Eurone. Gibt es Eurone? Ja, egal. Ich gehe da wieder rauf. Keine Ahnung, was das für eine Kneipe ist. Oh, das ist ja richtig blöd hier. Ah, hier komme ich nicht rein. Super. Ich habe mich verlaufen. Hilfe, ich habe mich verlaufen. Ich bin gerade wirklich verlaufen. Ich komme hier, ich muss hier raus. Ah, hier war es, ne? Ah, hier ist eine Truhe. Ja. Ich habe mich gerade wirklich irgendwie verlaufen. Egal, ich gehe unten raus. Wenn es hier unten einen Ausgang gibt, passt schon. Ich verlaufe mich einfach in so einem Gasthaus, weißt du. Ah, ist das hell. Bist du deppert. Rebellion. Was ist das hier? Da waren wir gerade drin. Ja. Ist es verschlossen, ist es? Weißt du, ich gucke mich hier so gerne um, was hier alles so gibt. Aber sau viele Sachen sind hier einfach nur verschlossen, wo wir erst später rein können. Aber man kann hier überall rein, wenn man möchte. Was hat mit dem los? Okidoki. Ich brauche noch Besuche Zaubertrank, Dingsbums. Da muss ich hin. Ich schaue mich hier ein bisschen um und gucke, wo ich überall rein kann. Ah, hallo. Ah, hier ist eine Kneipe. Lass ich mal ein Bier trinken. Yes. Gratis Bier und Gratis Nüsse. Guten Tag. Ich bin nur da, um ihre Sachen zu klauen. Passt. Jetzt schauen wir doch mal, wo wir hin müssen. Also, ich muss nach Wälzer und... Ne. Doch, da muss ich hin. Wälzer und Schriftroll muss ich hin. Da hier. Das ist es. Da muss ich rein, oder? Ja, das ist es. Willkommen bei J. Pippins. Bei Pippins. Guten Tag. Ich sehe mich nur um. Reveilion. Da ist sie. Ohne Kiste. So, guten Tag. Jetzt aber. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, sie wäre ein Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hoxmeet. Ich hole mich hier was zu trinken, weil ich bin wieder da. Nun, Perry Pippin, zu ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch? Ja, das sind Zaubertränke wirklich so vielseitig. Geil. Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Habe ich was verpasst? Habe ich was verpasst? Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu... Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte. Ja bitte, deshalb bin ich eigentlich hier. Ich habe jetzt nichts gehört, was Sie gesagt haben zu mir. Wie kann ich heute behilflich sein? Das Rezept für einen Trang, die die Haustrinken, dann... Ja, das sind wir mit. Und... Das will ich haben. Das will ich haben. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Gibt es denn einen Unsichtbarkeitsschal? Dunkle Schiomütze? Nee. Oh, die Handschuhe will ich haben. Ähm... Hm. Das kostet mir alles zu viel hier. Das ist, äh... Nee, die Pilze habe ich ja auch schon. Nee. Ja, eigentlich fertig hier, ne? Mehr brauche ich jetzt nicht, weil der Rest ist mir etwas zu teuer hier. Perfekt. Versuche magische Räube. Ach, Kinder, hört doch auf. Oh, da ist die Mieze von vorhin, die so süß war. Hallo. Da gibt es XP-Punkte fürs Miezen, ja. Was ist das hier für ein Haus? Ach, da gibt es ja noch... Oh mein Gott. Was ist das hier? Aha. Äh... Kann ich ihm meine Haare machen lassen? Wirklich? Ich wollte das mal gucken. Hallo. Oh, nur hereinspaziert? Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Ich muss mich sicher... Ah. Oh. Ich möchte... Veränderung, warum nicht? Äh... Wieso nicht? Welche Art Veränderung? Manche wollen diesen... Ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes, Tarn. Überlegen Sie eine Weile, wie Sie aussehen wollen. Ändern Sie auch Ihre Frisur, wenn Sie möchten. Okay. Welche Dienste bieten Sie an? Kann ich mir ein Bad schneiden lassen? Was würde Sie denn interessieren? Gibt es ja Frisuren, die es drüben nicht gibt, oder... Ne, ich glaube, ich äh... Belasse das mit meiner Frisur... Was ist das denn? Ne, ich glaube, meine Frisur passt mir schon ganz gut. Ist eigentlich dieselbe Auswahl, wie es am Anfang gegeben hat. Also da brauche ich eigentlich nichts, ne? Ne, eigentlich brauche ich hier nichts. Dankeschön, danke. Vielen, vielen Dank. Ich brauche hier nichts. So, jetzt komme ich nochmal auf die Karte, wo ich genau hin muss. Nicht, dass ich da einen Fehler mache. Äh, ich muss... Äh, wo ist er denn jetzt hier? Da die Schriftrollen. War ich da jetzt? Ne, da war ich noch gar nicht. Ich muss zu diesen Schriftrollen, muss ich eigentlich hin. Ich gehe komplett falsch, Alter. Äh, ich gehe komplett falsch. Tut mir so leid. Ich bin neu in diesem Spiel, ja? Ich muss mich da erstmal zurechtfinden. Weg da. Da vorne? Ja, das ist es. Ein neugieriger Geist. Kann ich so nach hinten gehen? Ja, cool. Oh, der, der pennt ja hier. Wir kriegen das Ding hier auf eigentlich, wenn ich da einfach... Rebellio. Rebellio. Accio. Accio. Rebellio. Ich kriege das Ding auf. Rebellio. Accio. Ich kriege das auf. Darf ich mich nicht sehen, oder was? Ah, warte. Ah, ich habe hier den Alorimora, habe ich ja noch gar nicht gelernt. Ja gut, dann wird das, dass das Problem sein. Ich denke mir schon, oh, ist das... Rebellio. Rebellio. Ne, ne, 2, 2, 2. Levioso. Rebellio. Ach, hier. Keine Ahnung, was damit ist. Aber hier ist auf jeden Fall was hier drin. Da, it what, da, it what. Rebellio. Ja, ne, das ist dann die Kiste, die er mir da sagt. Gut, ich komme an die Kiste nicht ran, das mache ich dann später. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley holen. Ich kann hier nur nicht alle Zaubertricks. Ich bin das Schüler, also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigent. Dann hatten sie ihre erste Beschwörungsstunde. Ach, das. Natürlich ist das Ganze sehr komplex. Aber da helfen meine Zauberanweisungen. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Ja, dann gib mir das Papier und lass mir in Ruhe. Gut. Gut. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Das kostet ja auch jetzt nichts, nehme ich ja alles mit. Zack, zack. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Und der Rest, den Sie da haben, den brauche ich. Was ist das hier eigentlich? Mittagsschuluniform. Soll ich die nehmen? Die sehen gar nicht ganz swaggy aus. Ich nehme die für 60. Dann habe ich eh noch genug Geld. Passt. Ich fahre nicht, wo ich mich umziehen kann. Rebellion. Ah, hier ist es. Aber doch gefunden. Jetzt fordert Dings sicher noch eins, ne? Oh, das stört. Warte, warte, warte. Hier war es doch jetzt gerade. Da ist er. Was ist hier? War ich hier drin schon? Nee. Hm? Schulumhang. Was man nicht alles findet hier drin. Und hier geht es sicher wieder raus, ne? Ja. Gut, dann habe ich das auch gemacht. Schon wieder verkauft. Was? Ich habe es verkauft? Nein, Alter, was verkaufe ich denn die ganze Zeit? Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ach nee, das sind meine Gegenstände. Ich volltrottel. Nein, die haben es verkauft. Ich habe es nicht gelesen. Ich dachte, ich... Ich habe mich die Gegenstände verkauft, die ich gar nicht hätte, Alter. Nein, ich habe die Sachen verkauft. Meine schönen Sachen. Meine schönen Handschuhe. Ja, ich bin mal ein kleiner Laden, da hole ich mir die wieder neu. So eine Scheiße, Alter. Ich habe die Scheiße gerade verkauft. Ich bin ein Luster Boy, Alter. Aber was steckt denn so? Warum kann man in jedem Laden... Dachte ich mir so, hä, warum kann man in jedem Laden Kleidung kaufen? Ich dachte mir, warum... Warum verkauft jeder Laden Kleidung? Ach, so ein Scheiß, Alter, dieses Spiel. Ach, lecko mio, wirklich jetzt. Aber der Zaubertränk... Nee, ich muss... Zaubertränk muss ich jetzt suchen, nochmal. Die magische Rübe, wissen die jetzt. So ein Dreck, Alter. Das ist wirklich so ein Dreck, Bruder. Wo ist jetzt diese magische Rübe? Wo ist die jetzt, sag mal. Jetzt wirklich, wo ist hier die... Wo ist denn diese magische Rübe? Kann man mal sagen, wo diese magische Rübe jetzt ist, oder... Ein Söhne... Der Honigtopfplatz... Bla bla bla... Hm. Ich finde diese magische Rübe nicht. Och, wirklich, jetzt finde ich auch das Ding nicht hier. Teil Besen... Scherzland... Ah, da, die magische Rübe, hier muss ich hin. Gut, ich habe meine Sachen gefangen in Hogwarts, ja. Ich habe gerade meine ganzen Sachen verkauft, die ich eigentlich haben wollte. Weil ich gedacht habe, oh geil, ich kann Kleidung kaufen. Und ich habe die Sachen verkauft, die ich cool fand vom Aussehen her. Ja, super. Ja, weißt du, ich denke mal, Weizenfarm. Ich denke mir so, was hat ein Weizen mit einer Rübe zu tun? Oh, hallo, hallo, herkomm, 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 herkomm. Oh, woher Ding hin? Oh, Reparo. Na, nicht Reparo, hier. Na, nicht Reparo, den Vierer. Drück doch die Vier. Ah, ha. Und da Dinge ziehen. Hilfe. Hilfe, ich schwimmen. Toll, jetzt war ein Umang wieder nass, das ist super. Warte, vier, vier, vier. Ach, komm her, du Blatt. Ja, endlich. Danke, danke, Robert. Oh, guten Tag, ich brauche Rüben. Verzeihung, Sir. Verkaufen Sie zufälligerweise auch wieder Sachen? Nein. Bra. Ich bin... Bra. Ich hab den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Das stimmt wohl. Aber genug von mir. Ich will einfach nur noch kaufen, ich will einfach nur noch weg. Sie suchen was Neues. Schau mal, Leute, hier kann man wieder Sachen kaufen. Warte, komm. Mich macht das gerade so nett, dass ich die Sachen verkauft habe, Alter. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher ihr Interesse wecken. Ja, ich hab mir super toll viele Sachen verkauft vorhin. Das kann mir sehr viel leisten. Das ist alles. Ich gehe besser und suche Nati. Ja, ja, ist alles, dann passt das. Dann gehen wir jetzt am besten. Kann ich in den Laden reingehen oder lässt er... Der lässt mich nicht. Der hat hier wirklich zugemacht, der Bruder. Der möchte nicht, dass man in seinen Rübenladen reingeht. Ich frag mich nur, warum. Sieht ein bisschen aus wie ein Messi hier. Guck euch das Haus an. Gut, ich gehe mal zurück. Gefangen in Hogwarts. Gaming Jonas, 95 Cent. Bin's. Hab mir Freitag direkt gekauft und sofort 10 Stunden die Nacht durchgezockt. Ja, das ist halt ein Spiel, das kannst du echt lang zocken, ne? Excuse me. Gehen Sie bitte weg. Danke. Hier auch noch Schloss zu. Jo. Ich finde es halt nur schade, dass ich mit Leuten nicht so interagieren kann. Ich weiß nur, dass es hier in den Super-Spielen ein bisschen nerven kann. In so anderen Harry-Potter-Spielen war das immer so der Konnte, die Zauber-Sachen immer an Leuten anwenden und die haben dann immer irgendeine Reaktion von sich gegeben. Wenn du hier so machst, dann ist es dir komplett egal, was du machst, so weißt du. Das finde ich halt so ein bisschen schade. Jason, danke für 2 Euro. 3,7 Punde, danke für 3 Sum. Nobody. Die Spiele so sucht, kann einfach nicht aufhören zu spielen. Yes. Das haben wir ja vorgelesen, gell? Das haben wir ja vorgelesen. Das Pfandflashen haben wir auch vorgelesen. Yes. Perfekt. Äh, was ist denn hier? Ein Brunnen? Und wieder was ist am Brunnen. Kann ich da irgendwas machen am Brunnen? Den vielleicht hochziehen? Oder auch nicht? Oh, ne Katze. Oh, wie süß. So viele Miezis. Oh, die haben ja ganz viele Miezis hier drin. Ja, ich möchte eigentlich das Ding hier haben. Ich möchte nicht die Katze, ich möchte das Ding hier haben. Ein Katzenhaus. Ey, kann ich hier ne Katze kaufen? Rebellion. Also, wenn ich hier ne Katze kaufen kann, dann direkt ne Katze kaufen. Aber richtig schnell. Und hier hinten ist auch was versteckt. Wie kommt man da rein, hä? Entschuldigung, bitte. Finden wir schon später raus. Aber ich will dieses Katzenhaus, will ich hier. Und ich möchte ne Katze haben. Was ist das hier? Da war ich auch noch nicht drin. Was ist das für ein Saftladen? Sieht aus wie so ne Schmiede, okay. Ähm. Sieht ja auch diese Außentextur. So, hallo. Und ich habe meine Sachen verkauft. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Oh, was ist jetzt los? Oh. Ein Roger. Am Flügel zum Nausschmaßen. Den war jetzt aber fertig, oder? Ich würde gerne fighten. Steuerung. Z-trl. Z-trl. D-d-d-d-d. Ui. Z-trl. 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 Achtung! Kostin! Stuhl schon! Er ist hier nur! Er lässt nach! Hat lange genug gedauert. Stuhl schon! Stuhl schon! Alte Magier wecken! Ah jetzt aber! Ui! Upsi! Jetzt schauen sie alle was ich kann. Das ist der Sound, auf ich spende! Oh nein! Noch ein Troll! Haben sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine! Anscheinend! Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell! Bei Merlins Bart! Geht es ihnen gut? Ja! Und wir helfen immer gern! Helfen! Helfen! Ist eine Untertreibung! Mit solchen Nerven haben sie das Zeug zum Aurore! Wenn sie mich fragen! Aber doch mal im Leben geschwitzt! Ja! Richtig hart! Die beide mir vielleicht helfen wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen! Natürlich Officer! Singer! Officer Singer! Und vielen Dank nochmal! Ah! Die hat sich grad in Luft aufgelöst! Ach wir können das jetzt reparieren ne? Ne warte wir reparieren erstmal hier alles! Damit hier alles was schön ist! Wir reparieren hier erstmal! Alles aufräumen! Hier gibt es nichts zu sehen! Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört! Sogar dat krieg aufgebaut! Schau mal! Boah ich muss ja sagen! Umsatz... äh... Umsatztechnisch... Umsetzungstechnisch ist das echt gut gemacht! Von den... Ach hier! Das ist halt echt gut gemacht! Revelion! Ah nicht Revelion! Ich will äh... Drei! Repare! Jetzt will ich erstmal klarkommen! Die ganzen Tasten! Jetzt hat Officer Singer eine Sorge weniger! Ich bin ja echt böse! Warum räume ich hier alles auf? Ich doch so böse bin eigentlich! Was ist das denn eigentlich für ein Laden? Oh gibt es hier... Oh geil! Cotton Candy! Och nö, ich wollte hier reingehen. Mein Gott, jetzt ziehe ich das Ding erst, weißt du. Da ist ein Eulengeschäft hier drin. Hallo, ich hätte gerne eine Eule. Dann halt nicht. Gut, hier habe ich aufgeräumt. Hier habe ich aufgeräumt. Was ist das für ein Laden? Wir haben gerade über dich gesprochen. Was? Achso, du wartest ja auf mich. Gut. Erstmal ein Käffchen. Dieses Ding macht mich immer noch mit. Ich möchte das unbedingt aufkriegen. So, was muss ich jetzt hier machen? Sprich mit dem Ladenhaber, ja? Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Entzückt! 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 Oh. Oh. War mir ein Vergnügen. Ui, schwarze Magie. Oh, der Verkaufsklamotten. Oh, der Verkaufsklamotten. Probieren wir das hier doch mal an, ja? Da kann ich Sachen kaufen zum Anziehen. Wir haben heute viele Waren. Ich habe Angst, dass ich hier wieder was verkaufe. So, warte. Den hier kriege ich, ne? Vorred, ich kaufe das Ding mal. So, und jetzt kann ich hier wieder Sachen kaufen. Du hältst da aus und so, ja, alles klar. Fortfahren. Äh, ja, ja, ja. Mhm. Hier, links klick. Hier habe ich nichts, hier habe ich nichts. Ja. Das ist der Sound auf der Spende. Und hier kann ich weiter, hier kann ich wirklich einkaufen gehen. Aber es gibt hier halt. Ah, ich weiß nicht, was gibt es hier noch alles. Die, die sind ja geil aus, die Schuluniform. Ich habe nicht genug. Oh, 500! Nein, ich habe zu wenig. Kann ich hier was verkaufen schnell? Ich weiß nicht, was ich für 100 verkaufen könnte, was ich nicht brauche. Hm. Nee, eigentlich brauche ich. Aber das sieht doch geil aus, das Outfit legendär. Ich will es haben. Aber der ist sauteuer, der Laden. Ja, muss ich leider ein bisschen Geld sparen. Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ja. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Wollen wir in die drei Besen gehen? Ja, das klingt gut. Wunderbar. Hier. Muss aus dem Sichtfeld der Dings gehen. Ja, das schon. Aber wie? Ich muss das jetzt irgendwie aufkriegen, weißt du? Ja, das Problem ist, ich habe den Zaubertrick für das Ding noch nicht. Ich brauche ja irgendwas, dass ich das Ding auch aufkriege, ne? Und da fehlt mir der Zauberspruch für noch anscheinend. Okay. Ich schwöre, dass Sie an mir vorbeischreiten. Kommen Sie doch bitte einmal in der Mitte vorbei. Okay. So, wir wollen jetzt ein Butterbier trinken gehen. Wer das nicht zu voll ist, sollte vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant. Und eine mächtige Hexe. Auf die Stitzer-Klamotten, ja, ja. Das mache ich schon. Das habe ich vorhin auch gemacht und ich habe die Sachen verkauft. Wollte ich nicht einfach ein Butterbier trinken gehen? Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen. Wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Mhm. Weg hier. Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Drenrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, lass uns in die drei Besen reingehen. Ja, ab in die drei Besen. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Serona. Dann bis bald. Ich glaube, die sind hinter uns her, die Kobolder. Ah, was kann ich? Hallo. Oh. Ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Ein Butterbier, bitte. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Ich frag mich warum. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Ja. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Hm. Die Kundschaft war auch schon mal besser, Serona. Keine Sorge, Viktor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilis? Na na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Stand off. Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilis. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galleone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Okay. Hallo, Ranrock und Rookwood? Was war heimlichst zu mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Also natürlich wegen der, weil er diese alte Zauberkunst da kann, aber trotzdem. Oh, was ist denn hier schönes? Oh, Wurst. Guck mal. Eine leckere Wurstplatte gibt es hier. Lass dir schmecken. Rebellion. Jo, Wurst. Du musst ja immer was mitnehmen. Was mitnehmen? Ah, was mit dir? Ah. Noch ein Butterbier mitnehmen und jetzt geht's los. Hier ist noch was. Warte, was ist das hier? Oh, geil! Äh, kleine Minikuchen. Ach, das ist da, wo ich mich vorhin verlaufen hab, ist das hier, ne? Genau da hab ich mich vorhin verlaufen. Und es ist Nacht. Immer damit noch Butter trinken. Ich bin sehr froh, dass Sirona da war. Ich bin sehr froh, dass Sirona da war. Ich bin sehr froh, dass Sirona da war. Und? Ich bin sehr froh, dass Sirona da war. Oh mein Gott. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ähm. Zu viel Schleichwerbung ist für meinen Geschmack zu viel, Mann. Liebe Grüße. Dankeschön. Du musst der Nacht, äh, Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Karte. Kann ich Schnellreise machen direkt, oder was? Wähle die Taste, äh, Karte Hogwarts. Oh, warte, Karte. Ah, okay. Hier komm ich auf Karte Hogwarts. Und dann geh ich hier hin und dann kann ich direkt mich... Reisen? Das geht, das geht direkt? Hä? Das heißt, ich kann von überall zu diesem Spot hin reisen. Das ist egal, ob ich da dran stehe oder nicht. Okay, cool. Das heißt, Teleporter geht überall. Das ist natürlich geil, dass die Zeit nicht so, äh, mühselig ist, dorthin zu rennen. Ich dachte, ich muss immer zu dem Teleporter gehen von dort an zu einem anderen hin. Das ist natürlich cool. Auftrag abgeschlossen. Wir kommen in... ...Hawksmeet. Rebellion. 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 Immer nur Äpfel hier drin. Gucken wir mal die... Ich schau nochmal die Karte an. Kann ich da irgendwie weiter reinzoomen? Ne, ne? Das ist die Karte. Karte von Hawksmeet. Das ist die hier. Weltkarte gibt es auch. Ah! Okay, jetzt sieht man alles. Wäre sauviel und nicht freigeschalten hier. Guck. Das ist die komplette Karte hier. Nice. Okay. Escape. Ich will zurück. Du hast Eulenposter erhalten. Äh, okay. Professor Fick. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in der... Medallion, das wir in... ...das Gringotts gefunden haben, entdeckt. Okay. Cool. Weiß ich Bescheid? Protego! So, oh... Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas im Medallion aus Gringotts entdeckt. Hm. So, danke schön, Mackerner Lumpf. Was ist braun und hüpft durch den Wald? Ein Champignon. Oh mein Gott. Ich habe gestern meinen Besen verkauft. I don't care. Egal was du kochst, Karl Marx. Ach, du Kacke. Dafür haben wir Mackerner Lumpf da, ne? Genau für sowas. Wo ist denn eigentlich diese, diese weinende Mühe-Tür, wie die heißt? Da gibt es ja so irgendwo dieses... Bist du wieder mal auf Abenteuer-Tour? Äh, ja. Ich bin auf Abenteuer-Tour. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Abenteuer. Rebellion. Ja, ich glaube für die Dinger brauche ich erstmal den, ähm, Aloromora-Zauberspruch, dass ich das aufkriege. Sonst kann ich das vergessen, ich habe schon alles ausprobiert. Kann ich da runter springen? Ne. Schade. Aber so komme ich von Haus A zu Haus B. Wisst ihr, wo ich gerne wäre jetzt? An diesem, an diesem Treppenaufgang. Vielleicht kommen wir dann noch hin zu diesem Treppenaufgang. Warte, ist das nicht der Eingangsbereich vom ersten Harry Potter? Die alle reinkommen? Ich weiß gerade nicht, ob das der Eingangsbereich ist. Hm. Ja, aber ich möchte unbedingt dieses Treppenhaus sehen. Da kommen wir sicher irgendwie mal vorbei dran. Weil hier waren wir glaube ich schon mal. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon. Ja, da kommen wir wieder ins Klassenzimmer hoch. Rebellion. Was da oben nichts ist, wundert mich. Ah, das ist, äh, hier oben ist doch das Büro gewesen von diesem einen Typen da, dieser, äh, weiß schon wer. So eine Lehre, die ich nicht mochte. Okay, ich warte hier. Ich warte. Hardware Teufel, danke fürs Zipwerden. Und Gaby Jonas, danke für 90 Cent. Vielen, vielen Dank. Und zu unserer Bub, Hogwarts Legacy macht süchtig. Schon 32 Monate VIP, Kuss geht raus. Ich sprich hier mit Professor Wick. Rebellion. Ist hier irgendwas sonst noch? Da war ich immer die Sachen kaputt. Das ist ein Aufräum. Oh, hier hinten gibt's was. Da ist eine Kiste. Wann hat er mich hier angezeigt? Hier muss da der Umhang Olivengrün. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin, sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel. So wie das Drachenhalsband. Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei Besen nicht eingegriffen hätten. Was? Sie wollen das Medaillon. Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Mhm. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Da will ich hin. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß, Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Das ist das genial. Kurs geht raus. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Ja, ist gut Bruder, ist gut. Das heißt, wir müssen uns erstmal ein bisschen hochleveln, dass wir hier auch das alles machen können. So wie es aussieht. Oh, ich habe es kaputt gemacht. Hoppala. 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 Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Das ist wichtig. Aber sowas von. Ich will mich in den verbotenen Abteil der Bibliothek. Der 18 plus Abteil. Zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Okay, ähm. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Ja, dann erledige ich jetzt Ihre Aufgabe, die Dame, und dann helfen Sie mir aber. Der Kreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Nee. Gar nichts geheim hier. Oh, ist ja dunkel hier drin. Lumos. Lumos, hallo. Sie Licht machen jetzt ein bisschen. Ah, jetzt. Ja, gut. Wie schon, wie von Punkt A nach Punkt B die ganze Zeit wandern muss. Ich weiß jetzt gar nicht, was muss ich denn holen. Äh, zwei Runde Kreuzte Stäbe gewinnen. Ja, was? Das ist wie die Fußraumspinne irgendwie, das Ding. Das erinnert mich übelst an die Fußraumspinne. Hogwarts hat seine eigene kleine Fußraumspinne. Das ist dieser Clown. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Äh, was kann ich damit machen? Levioso. Ah, so funktioniert das also. Cool. Boah, das Ding ist creepy, ne? Kann ich überhaupt nicht leiden. So, Hallöchen. Ja, du kannst mir helfen. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich birgt, bin ich schon überzeugt. Er wäre jetzt Sebastian Sebastian. Ich lebe sie zu Ende für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellier-Club. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Oh ja. Äh, ich habe ihnen einen Dämpfer verpasst, aber sowas von... Ich hab wohl ein Händchen fürs Duellier. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duolanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duolanten der Schule sind. Und, um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Äh... Ich mach mit. Die Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Oh ja, Stäbekreuz mit dem Partner. Voll Bock drauf. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Zweideutig, hallo. Ich versuch's gerne. Ich bin bereit. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Äh, okay. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Illegaler Kampf, Leute. Runde beginnt. Jetzt war ich den voll fertig. Jetzt muss ich mich auch wieder einkriegen, so. Äh, warte mal. Zielanvisierung mit Caps Lock. Erlaubt der Gegner ohne ziehen zu verfolgen. Nutze und dann ziehen wir ihn jetzt zu wechseln. Okay. Das ist ein bisschen kompliziert, aber. Kann Ringo! Protego! Nur nicht zurückschrecken. Ja! Levioso! Zogel Sieger! Stufo! Das war doch besser! Levioso! Protego! Stufo! Finden! Voll fertig! Boah, also der brennt. Stufo! Easy. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal mit. Die sind ja komplett kaputt dahinten. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Erste Bestchen. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Na, was ist mit euch los, ihr Loser? Kann man ja alles kaputt machen. Alter, wie riesig das Ding ist, ne? Über den Kopf. Das macht sogar Geräusche, das Teil. Hier gibt es aber eh nichts. Hier gibt es nichts. Nur Schleifern sich halt aufpacken müssen. Wenn du wieder einen Partner für die gekreuzten Stäbe brauchst, frag mich gern. Ja, ja, ich habe immer gerne Partner für gekreuzte Stäbe, natürlich. Will der noch mal was von mir? Kann ich mit der Puppe üben? Die gekreuzten Stäbe kann ich mit der Puppe üben. Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Ja, klar. Natürlich. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Gerne. Du schaffst es. Hey, tut mir doch eh nichts, oder? Oh, warte, was will man? A4. Akio. Akio? Dann, was? Nicht auf. Ja, warte, was ist denn das? Das ist der Standardspruch, der andere, ne? Akio? Okay, das will er von mir, ne? Ja. So, dann. Super. Und jetzt 2 und 4 am Ende. 1, 2, 3, 4, zack, 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 zack. Sehr gut gemacht. Danke. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Super. Gut, das haben wir mal gemacht. Jetzt müssen wir aber wieder zurück zum Dingsenbumsen. Die Aufgabe haben wir erledigt. Alter! Bommel! Haut ein Honi raus! Ey, vielen Dank! An Bommel wirklich nochmal viel, vielen Reize haben. Warum schickt er mich die ganze Zeit in die Nachricht? Ich muss mal ganz anders hin. Achso, 2 Runden gewinnen. Ach, warte, jetzt muss ich gewinnen. 2 Runden. Deshalb lässt er mich nicht. Ich muss die 2 Runden machen. Alter Bommel! Saustab, dass du das Game anzockst bei der PS5 und 4K Fernseher. Schaut es aber viel besser aus. Kann sein. Ich habe jetzt auch eine 1080p drin bei mir. Aber ich habe bei mir alles auf Ultra auf dem PC. Keine Ahnung, warum es bei dir vielleicht besser aussieht. Vielleicht liegt es auch daran, dass halt im Livestream ihr auch kein 4K reinbekommt. Weil das ist halt, auch bei mir beim PC sieht es halt immer besser aus, als wenn es im Livestream läuft. Natürlich, ganz klar. Alter Bommel, 100 Euro mit ehrenhaften Fies. Wirklich Kuss, Kuss, Kuss geht raus, Alter. Mit Fies nämlich. Und dann, äh, Kenny YouTube-Hackstuhl und haben mir gerade Wuppel geholt, bekomme ich auch noch eine Autokopkarte dazu. Natürlich. Ist es noch genug Autokopkarten da dann? So, einen machen wir noch. Hallo Lucan, steht die nächste Duellrunde schon fest? Das ist ein Aufgabegereich. So, haben wir mal ein Herzring raus, Leute. Haben wir mal ein Herzring raus, Leute. Das ist das Ding aufgenommen. Das wollte ich nicht öffnen. Das ist mein, äh, Menü, mit dem ich debuggen kann. Hau mal raus hier. Einmal ein Herzring. Auf Bommes Nacken. Vielen, vielen Dank. Ich bin bereit für eine weitere Runde. Ich wollte ja eigentlich das No-Clip anmachen. Oh, Sebastian, Sebastian nämlich. Oder soll ich, soll ich, na, 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 soll ich voll, voll, äh, ja. Ja, Nati. Dann kannst du ja losgehen. Nati, gerne. Also, das habe ich ja vorgewiesen. Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Okay. Dann schauen wir mal. Äh, das habe ich auch schon verstanden. Boah, das ist gut. Ach, ich habe jetzt nicht gelesen. Boah, das macht richtig Spaß zu kämpfen. Ah, da ist ja noch einer. Boah, da ist ja noch einer. Ich weiß, dass ich gut bin. Du musst nicht reden mit mir. Ich weiß, dass ich bin jetzt fertig hier mit der Aufgabe. In der nächsten Runde geht es um alle Koboldsteine. Ja. Oh, die Koboldsteine. Aufgabe erledigt. Cool. Aufgabe erledigt. Jetzt geht es weiter. Ich denke nämlich schon, warum will ich die die ganze Zeit zurückschicken? Ich habe ja noch Aufträge gehabt. Jetzt kann ich zu, äh, He-Cat zurück. Ja. Zu der He-Cat geht es jetzt back. Bewege. Und das nehme ich auch mit. Oder im Weg sind. Da zammelt ich ein, das Ding. Yes. Da, 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 da. Blauer, blauer Zauber zerbricht blaue Schule. Und gelb zu gelb. Hä, was? Bitteschön. Also wer da immer fragt, was wir spielen, wir spielen wie live online 3.0, ne? Das ist schon der neue 3.0-Zauber, auf dem wir in uns gerade befinden. Das wird mittlerweile mal ein Running Gag, welches ein anderes Spiel spielt, schreiben die Leute, ist das RLU 3.0? Aufpassen. Nicht fallen lassen. Ein muss hier, oh, hoppala. Aber da, da war das Mädel unten, ne? Warte, 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 warte. Hallo, Zenobia. Wobei brauchst du nochmal Hilfe? Ich brauche Hilfe, meine Koboldsteine zu finden. Sie wurden... Stimmt, die Koboldsteine. Ähm. Ja, die mache ich dann später. Dann irgendwann halt, keine Ahnung. Mit ihren Koboldsteinen. Ich kriege ja Koboldsteine im letzten Ding, das haben sie gesagt. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen. Natürlich. Ich habe... Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunde... Ach so, dass Buch einfach mal die Dings holen, ne? Okay. Aber konzentrieren Sie sich. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Ja, das... Ich weiß jetzt kurz, wie das richtig funktioniert. Ich konzentriere mich. Sie den Zauberstab ruhig. Äh... Warte mal. Easy. Incendio. Das ist jetzt zum Abfackeln von Sachen? Gut gemacht. Ah. Das heißt, wenn ich jetzt den wechseln möchte, ich möchte den hier jetzt haben, dann tue ich den hier rein, ne? Okay. Das kann ich dann... Ah, da unten gibt es auch Slots, aber was machen die Slots dann unter mir? Okay, ich lasse das mal. Boah, Alter. Ich fange die ganze Schule ab damit. Ist die alte? Brenn! 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 Schau, wie es weg geht! Incendio! 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 Aua! Boah, geil. Der ist kaputt. Kann ich den umtauschen? Boah, der ist aber heftig. Warte, war Spaß damit. Okay. Ich zeige dir mal einen, ich zeige dir mal einen Witz. Viel Spaß. Kann der Ding anfackeln eigentlich? Hä? Hast du ein Problem? Du hast das Land gewinnt sonst wirklich gleich hier rum hier gleich. Also wirklich. Äh, ich gehe schon wieder falsch. Ah, nee, ich gehe richtig. Glaube ich. Ja, ich gehe richtig. Incendio! Incendio! Bisschen warm wird's hier. Mann, ich finde das so schade, dass ich mit den Leuten nicht interagieren kann. Aber ich habe schon eine Mod gesehen, da geht das. Ich brauche unbedingt diese Mod, dass ich mit Leuten Unfug treiben kann, die da rumstehen mit NPCs. Das brauche ich unbedingt. Weil ich, ich feinde mich immer sehr gerne mit NPCs an, was Spaß macht. So, jetzt bin ich aber ready. Jetzt bin ich ready for take off. Man sieht die Zaubersprüche unten rechts. Ja, aber ich habe den Hund halt da, ne? Es ist ja nicht so wichtig, was ihr da unten seht, die Zaubersprüche. Wie sehe ich, ja? Oh ja, ich habe meinen Stab sehr gut im Griff. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Ja. Ja, bitte, darum geht's jetzt. Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde und... Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne wieder Gutmachung leisten wollen. Mein Büro! Fünf Minuten! Du bist ja so mad, Alter. Chill doch mal. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen machen. Ja, was habe ich denn gerade gemacht? Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Dann gehe ich alleine dorthin. Ist mir doch egal jetzt. Wirklich. Also... Äh... Geheimnisse der verbotenen Abteilung. Ich sprich mit Sebastian. Dann gehe ich mit Sebastian dorthin. In die verbotene Bücherabteilung. Wo es 18 Plus Bücher gibt. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Natürlich hat er die. Der weiß doch, wo die ist. Vielleicht hat er ja eine Idee. Natürlich weiß er, wo die ist. Wir gehen zu Sebastian. Und dann gehen wir in die verbotene Buchabteilung und holen uns die 18 Plus Bücher. Oh, hallo. Warte, geht da die... Oh, Entschuldigung. Och, nee. Was ist das? Das sind Zauberkatzen. Passiert uns. Schaut mal. Das sind Zauberkatzen da. Das wird nicht fehlen. Das ist nicht. Ich habe euch lieb. Ich, ich, ihr seid eh... Warte mal. Inferno. Ach, nee, warte. Nein, nein. Das hier. Du bist eine ganz brave Miezen, bist du. Eine ganz entzückte... Aber sie hat mich trotzdem lieb. Siehst du? Nichts passiert. Nichts passiert, Kleines. Nichts passiert. Dem passiert was. So. Auf geht's, ab geht's. Ah, da ist er, schau. Sebastian. Sebastian. Da ist die Verboteabteilung. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den drei Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn nie getroffen. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken. Aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fick finden. Aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen. Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag es niemandem. Geil. Bis heute Abend. Danke, Sebastian. Ich frage gar nicht nach. Bis später. Wir machen es einfach. Wir ziehen durch. Wir ziehen durch, Alter. Ich habe gar nicht gefragt, ob wir dafür Probleme kriegen. Das ist immer schon in der verbotenen Abteilung. Das ging aber schnell jetzt. Vor der Bibliothek. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Verstanden. Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Oh ja. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Dann probiere ich den mal. Wie mache ich den? Ah, ich muss den erst wieder lernen. Perfekt. Ne, jetzt war er freigeschalten. Okay. Nutze, um die verbotenen Bereiche nicht entdeckt zu werden. Okay, cool. Ja. Jetzt ist noch die Frage, äh, T. Ich muss den wieder irgendwo, kann ich vielleicht diese, diese, diese zweite Spalte irgendwie machen? Jetzt haben wir vier, kann ich fünf und sechs auch belegen? Das geht nicht, ne? Jetzt muss ich mir gerade, koch da ein bisschen Mad Mord, bitte. Ich würde das gerne hier so platzieren, aber es geht nicht. Dann nehme ich, äh, Blumen muss vielleicht noch brauchen. Ja, komm. Ich werde leiser sein, als ein Jobber, Null. Ui. Na, Gegner spüren und untersuchen vielleicht den Verhalten, wenn du von Gefangenen bist. Okay. Tja, schleiche ich uns mal rein, Leute. Das ist in den illegalen Bereich. Was ist hier? Ablenken. Klappt das? Anscheinend ja nicht. Äh, opala, äh. Ähm. Äh, wieso ich das sonst machen? Ups. Du hast gefasst, ja. Versuch es an heute. Upsi. Ich, ich wusste nicht, wie, wie nah ich ran darf. Jetzt weiß ich, wie nah ich ran darf. Also nicht so nah. Mhm. Gut. Ah, gut. Er meinte, man ist halt nicht komplett, ne? Das ist halt das Ding. Ich bin ganz leise. Ja, ja, ich bin schon ganz leise, Bruder. Aber wie komme ich da, äh, bezüglich der Bibliothek am besten? Ich tue so, als ob ich sie nicht sehe. Ach, komm. Mach doch nicht so ein. Wie tue ich die weg, ist halt die Frage. Ich muss die hier wegbringen, irgendwie. Ich dachte, vielleicht wollen wir das hier so machen. Oh, ich will den, äh, den Zettel haben. Nee. Nee. Können wir den, können wir den einsetzen gegen die? Nee, ne? Mann, wie soll ich denn da reinkommen? Schleiche? Ja, ich muss hier irgendwie... Oh, warte, warte, hier hinten ist was. Oh, es hat funktioniert. Man darf uns sehen. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell, hinters Regal. Mhm. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte, normalerweise. Aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtisches. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Gute Idee. Du sorgst für Ablenkung, ich hole dich raus. Ich frage gar nicht. Ich mach einfach mit, erwitschen müssen. Ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Na, hoffentlich. Hoffentlich bist du kein Snitch. Hoffentlich snitcht der Bremich. Okay, er meinte, er lenkt sie ab und ich kann dann hingehen und die Dinger holen, ne? Schlüssel. Das ist die Frage. Geht das hin? Ah, ja gut, das war laut. Ist da jemand? Äh, nö. Sind Sie das, Peebs? Oh nö. Oh nö, die geht direkt auf mich zu. Okay, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Okay, okay, okay. Oh nö, der schlüssel, ich hole mich, der schlüssel, ich hole mich. Habe ich den jetzt? Oh nö. Ich kann mich nicht sehen, ich bin hinterm Regal. Alter, schnell weg. Ganz schnell weg. Ich hab den Schlüssel. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Okay, wir sind da verboten, Abteilung. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Okay. Er kennt sich halt echt aus, ja. So, nutze den Basiszauber, wenn du dich versteckst, um Autorismus bei so einem Gegner dorthin zu locken, wo sie sich... Ah, okay, das ist gut zu wissen. Jawohl, weiß ich Bescheid jetzt. Geist, sei vorsichtig. Wo? 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 Oh ne, guck mal nicht weiter. Wenn sie sterblich sind, kehren sie besser um. Uiuiuiuiui. Oh ne, das ist ein Geist und ist richtig mad schon. Okay, was machen wir denn jetzt? Also... Uiuiuiui. Boah, zum Glück! Boah, dieser Geist macht mich fertig. Gott sei Dank ist die jetzt weg. Okay, ähm, der eine Geist ist weg und... Och, ne, was macht die denn hier? Wie kriegt die jetzt weg hier? Ah! Ah! So, ja. Gut, das ist... Das macht jetzt natürlich mehr Sinn. Bisschen Krach machen. Bisschen Remi-Demi machen, dann klappt das. So, hier ist aber eh kein Geist mehr, oder? Ne. Die Luft ist jetzt rei. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Okay. Du meinst? Iiii! Iiii! Ist das ekelhaft! Aber er sagt, die Luft ist rein. Wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert. Von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Alter! Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Ein Klatschbuch. Gehe dich nicht so geheimnisvoll. Ein Klatschbuch. Okay. Okay. Ich habe meinen Reparier Zauber jetzt nicht da. Wie mache ich das nochmal? Ach hier. Den Reparierungszauber hier, den Dreier. Oder auch nicht. Oh, Alter. Sebastian Salo und seine neue kleine Klette. Erkundene Orte an, denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Das war dich. Das war dich. Das war dich. Das war dich. Nee, oder? Wirklich jetzt? Ah, verfluchter Piefs. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Äh. Bitte kein Ärger. Woher weiß ich, dass du nicht zur Bibliothekarin gehst und mir alles anhängst? Warum sollte ich? Ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut. Wo ist der verdammte Poltergeist hin? So weh, das nitscht mich jetzt, ne? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Reveglio. Repar. Ja, ich weiß doch. Ging vorhin halt nicht, Bruder. Ging ja vorhin nicht, wie ich's probiert hab. Da wollte er nicht so ganz. So, und hier sind wir jetzt richtig, ne? Ah, da ist noch ne Dings, das hier noch. Ja, super. Hier geht's noch weiter. Alter, diese verbotene Abteilung war hier aber ganz schön feinlich. Riesig. Okay, die ist wirklich riesig, die verbotene Abteilung. Natürlich. Spuren alter Magie. Aha. Das war's. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Wieder ein Portal. Ey, Bruder. Ich bin hier ganz allein. Oh, Hexenhut, schön. In den Athenräumen. Äh, ich weiß nicht, wo das jetzt sein soll, ne? Ich hab keinen Plan. Ich wollte einfach nur in die verbotene Abteilung. Jetzt sind wir wo ganz woanders gelandet. Ähm. Ja, Bruder, pass auf. Wie komm ich da rüber? Wie komm ich da jetzt rüber? Lüfte das Geheimnis der Vorhalle. Ja, das würde ich... Ah, hier oben. Oder... Idiose. Ha. Ich glaub, sie wirklich. Das war ja klar. Das sind Wachen. Der Bruder. Ah. Pothedo. Oh, Alter. Wo kommt der denn her? Pothedo. Stufthorn. Nebiosum. Mein Gott, ey. Ich bin so schlecht gerade. Na gut. Ach, Kombos muss ich machen. Ich hab ja Hex und die Aufforderung. Ja, das hab ich jetzt nicht so ganz verstanden mit dem X. Also hat das doch einen Sinn gemacht. Gut, ich dachte schon, dass das irgendwie ein Fehler oder so. So ist es einfacher. Gut. Die beiden sind weg. Und... Yes. Oh, ne. Oh, Alter. Hättet ihr mir auch früher sagen können, dass das Ding wieder zurückgeht? Fast runtergefallen jetzt gerade. Scheint es weiter zu gehen, aber wohin? Ähm, da geht's nach Nordrhein-Westfalen. Was solltest du vielleicht? Ja. Ja. Oh, nö, Bruder. Oh, nö. 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 Ah, stimmt. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. meine Güte. Die Homischraut. Ja, ich habe jetzt meinen Trank nicht dabei, natürlich. Aber warte, ich kann das eh changen. Dankeschön, Bruder. Wirklich jetzt, Bruder? Ist gerade kein Ernst gewesen? Weißt du, was ich falsch mache? Irgendwie das mit dem X ist für mich auch ein bisschen... Ich probiere mal nochmal X. Okay. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Okay, gut. Mit X kann ich dieses Ding anscheinend abwehren. Ah, macht Sinn jetzt. Jetzt habe ich ganz viel Leben verloren dadurch und ich habe es nicht verstanden. Das ist Incendio. Jetzt habe ich ja auch nicht dabei gehabt. Es ist also doch ein Buch. Natürlich, was wird es denn sonst sein? Natürlich ein Buch. Deshalb sind wir ja hier. Irgendwo ein Buch. Weil wir so eine Videokassette zum Reinschieben, weißt du, in so einen alten Videokassetten-Player. Oh, es hat einfach mal reingekackt in das Ding. Ein dünnes Schiss. Was sehen wir jetzt Schönes? Rein mit dem Kopf und wir sehen... Nichts. Äh, okay. 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 ... Untertitelung des ZDF, 2020 Magik Warte, helfen die gerade den armen Leuten, dass sie was zu trinken haben oder was? Zauberer helfen Muggel oder wie? Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morganock? Willkommen! Professor Rookwood? Professor Bacar? Ich hörte, sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der fünften Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganock, gestern nach dem Unterricht befragten sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die sie vor all den Jahren sahen, als wir ihr Dorf besuchten. Ich hab sie alle sofort erkannt. Ich kann ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival. Professor Rackham. Kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt. Was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morganock. Bevor ich sie in dieser Magie unterweise, müssen sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir sie bitten, niemandem zu erzählen, was sie heute erfahren haben. Ja, ähm, da macht's jetzt Sinn, ne? Uiuiuiuiui. Heute können wir sehr viel Schaden an... Sebastian. Er hat 100 Punk gesnitscht, oder? Oder? In der verbotenen Abteilung? Schon wieder? Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon, teilte mir Peefs mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Oh, jetzt hört man es heraus, ob man es nitsch ist oder nicht. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Ah, mein Bré. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Ich schwöre, das ist eins als die Fußraumspinne. Nur in Harry Potter. Das Ding. Mein Bré einfach. Er hat mich nicht zersnitscht. Ich bin sehr, sehr froh drüber. Sehr froh gerade drüber, dass er mich nicht verraten hat. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ja, wo wollen wir denn hinreisen jetzt? Ich muss mal das Buch eh mal gucken, was da alles drin ist. Aber lassen wir mal schauen, wo können wir jetzt hinreisen? Hügel des Glockenturms. Jetzt haben wir gerade nichts zu machen eigentlich. Ich würde mal gerne, die Treppe würde ich mal gerne erzählen. Die große Treppe, da würde ich jetzt mal hin. Wo ist denn das hier? Gemeinschaftsraum. Ich wähle diese große Treppe jetzt. Oder kann ich da nicht hin auswählen? Jede Menge Kurbelscheine, Turm der großen Treppe. Ist das die große Treppe, die ich meine? Oder ist das was anderes? Ich glaube, das ist was anderes. Weil ich kann da, ich kann da glaube ich gar nicht. Ach, warte, warte, warte. Ich kann doch, ich kann schnell reisen. Hallo? Ich möchte hierhin schnell reisen, bitte. Ich möchte diese Wendeltreppe sehen. Die Wendeltreppe, diese Treppen, die sich so bewegen halt. Keine Ahnung, ob das da ist. Ich hoffe es zumindest. Ah, jetzt schauen wir mal. Siebel, Rayfi oder Raffi? Oder Rayfi? Äh, Jilin Mase ist das richtig? Danke fürs VIP werden. Crazy Devil 2220. Was? Gehst, schauen sich seit ein Jahr und Feuer ist. Mal kommen wir wieder ein Gangkrieg. Das ist vom ARP abhängig, wie sich das entwickelt. Das Gefühl, die Treppe ist immer ganz woanders. Ich bin einfach nur lost. Äh, die Treppe ist 100 pro ganz woanders. Ich glaube, die ist hier drüben in dem... Oder was ist denn hier die Treppen irgendwo? Das ist der Eingangsbereich? Genau. Hier, hier war das erste... Da müsste hier nur die Treppe sein eigentlich, wenn die der Eingangsbereich war. Das war doch irgendwo in der Nähe oder nicht. Also, ich muss wieder zum Herrn Professor eigentlich. Ja, zum Herrn Professor, alles gut. Ja, ich muss mir das echt mal angucken, wo es da hingeht zu diesem komischen Teil da. Bis jetzt gehe ich immer dieselben Gänge lang, weil ich immer zu diesem Herrn Professor muss, weil ich die Mission gerade mache. Weil diese Treppen würden mich halt schon interessieren, wie die funktionieren. Diese, äh, diesen riesengroßen Garten. Und vor allem, wie weit die nach oben geht, würde mich interessieren. Äh. Wer bist denn du? Achso, jetzt kann ich mir davon erzählen, dass ich hier war, ne? Dass ich das Ding schon geholt habe, das Buch. Das erzähle ich ihm jetzt. Ich muss... Warte mal ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Ich muss ja ganz schnell, äh... Ich kann euch ja ganz schnell pinkeln. Wirst du trinken und ich mache hier den Ventilator an. Weil, äh, hier wird es richtig heiß, der PC. Da spielt so viel Leistungssinn, Alter. Ich bin gleich da drauf. Ah, er fängt. Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, da bin ich wieder. Sorry. Bring das Buch zu Professor Fiek. Herr Professor, ich bin da. Geh weg, geh weg. Ich höre nichts. Blech, geh weg. Blech, weg. Keiner, nicht lieb, weg. Perfekt. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Was? Das, ähm, halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung. Wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören. Schauen wir erst mal. Jetzt kommt's. Oh. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Oh. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Mhm. Nun. Ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Ich weiß sogar wer. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich weiß, wer es will. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godric's Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat. Wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Hm. Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Hm. Okay. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlassigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen. Oh, Kräuterkunde will ich machen. Auch ohne sie wird mir nicht langweilig. Ich mach Kräuterkunde. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Interessiert mich nicht. Ja, geil. Auftrag abgeschlossen. Ich muss jetzt nur gucken. Ihr Hartmut ist ja wirklich praktisch. Ja, voll. Achso, und die redet mit mir. Ich frage mich, wer redet mit mir so laut. Das ist immer die Dame, die so laut redet mit mir. Oh, nachher. Oh, warte. Da bin ich dabei. Ich komme. Perfekt, ich mache mich fertig. Ich habe jetzt einen neuen Zauberspruch nämlich gelernt. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Sehr gerne. Warte mal, Nett, sie hat hier gerade eine Olenpost geschickt. Darin bittet sie sich. Okay, ja, alles gut, alles gut. Ich kann nicht alles auf einmal machen, Prinzessin. Ich kann nicht alles auf einmal machen. Die will mich jetzt hier irgendwo treffen. Das machen wir mal später. Wobei, ich glaube, das ist wieder eine Wendeltreppe. Nein, das ist die falsche Treppe, die ich gemeint habe. Gut, warte, dann. Ich muss. Wo muss ich denn hin? Ich muss hier hin. Und zwar, wißt du, was ich gehe? Da den. Kann ich den Teleporter hinnehmen? Den hier? Hallo, excuse me. Kann ich den Teleporter nicht nehmen? Und kann ich den Teleporter nicht nehmen? Hallo? Ach, egal. Komm dann. Ja, ich möchte dort nicht hin. Ich möchte jetzt woanders hin. Ja, ist gut. Fortfahren, komm. Ja. Ja, hier muss ich dann hin. Ja, es haben eine Truhen. Blablablub. Ich komme dann später hin, Prinzessin. Ich kann jetzt nicht. Die Professoren Fiek und Weasley möchten, dass ich ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Ja, was wollt ihr noch? Alles von mir. Meine Kreditkartennummer vielleicht noch. Kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Die wollen alle was von mir jetzt. Die wollen jetzt. Auf einmal wollen sie alle was. So, auf einmal. Ich habe nichts gemacht. Ich möchte eigentlich hier hin. So, und jetzt. So. Lassen Sie mich doch einfach in Ruhe. Sorry, wir müssen jetzt hier durch. Entschuldigung. Halt deine Klappe. So. Ich liebe es, mit NPCs zu interagieren. Aber leider, wie gesagt, wir können leider nicht die NPCs einfach so mal anfeinden. Was ich sehr lustig finden würde. Oh, cool. Ist das die, ist das die Gewächsdings? Ja, geil. Da will ich hin. Dann kann ich endlich mal ein bisschen was mit Gewächsen ausprobieren. Die müssen diese Schreihälse, diese komischen. Guten Morgen, Professor Garlick. Wie schön Sie, wie Sie, wie Sie. Frau Garlick, die Frau Knoblauch. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Frau Knoblauch. Ah, hallo. Klasse. Die neueste Rose in unserem Garten. Boah, das ist ja voll high. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Glaubt mir, die pflanzt bei sich zu Hause was ganz anderes an. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Ist ja komplett durch. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kontinuieren, ist, wissen, der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Pentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Das ist die, die so heult, ne? Akio. Ist das die, die so heult, wenn man sie rauszieht? Ja, ne? Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Ja, dann sind die das. Mit Knoblauch? Nun, alle packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Ah, ich lebe die Dinger. Schnell! Setzen Sie Ihre Alraune mit den neuen Truppen und klopfen Sie die Erde fest! Ich brauche ein bisschen Legas, Jan, an den Kinder, weil ich das halt lustig finde. Hui! So, jetzt aber. Jo, ich habe ein bisschen länger gedauert, äh, ein bisschen länger gebraucht aus den anderen Kinder. Tut mir sehr leid. Die Erde sollte die Orze wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohnen. Alraunen? Ja! Preparo! Dann wird jetzt heute noch eine Eibe eingepflanzt. Ich fürchte, Ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Hä, was? Das haben Sie alle toll gemacht. Nicht wegschmeißen. Was war der Unterricht? Als nächstes werden wir dippt haben an den Platt. Oh, wir dippen. Oh, wir dippen. Dipper-Army, wo denn? Wusstest du, dass du die Alraune zur Verteidigung nutzen kannst? Stell dir das mal vor. Oh, was ist das? Ich falle auf dich abfahre. Oh. Oh. Wir passen mich voll gut zusammen. Du hast schwarze Haare. Ich habe schwarze Haare gekommen. Jetzt flirtet sie mit ihm, Alter. Flirte mit mir. Flirte mit mir. Ich will, dass du mit mir flirtest und ich mit ihm. Ich bin Matt. Flirte mit mir. Bitte flirte mit mir. Geh weg, komm. Das ist meine. Geh weg. Wir passen zusammen. Wir sind füreinander gemacht, wenn wir beide schwarze Haare haben. Komm. Wir sind füreinander bestimmt. Oh mein Gott, das war Pikmin. Okay, jetzt aber. Interagieren. Ja, komm. Ja, Professor. Ich sind wirklich ein bisschen rum, weil ich Spaß habe daran. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Okay, super. Mal sehen, wie kann ich mein Flockenblum... Hör auf, mit ihm zu flirten. Das hieb, man müsste wach bleiben. Ich lasse mich nicht mehr... Boah, Alter, nervt mich das gerade. Das stört mich gerade richtig hart. Möchtest du mit mir flirten? Nee. Möchtest du mit mir flirten hier hinten? Man sollte annehmen, Professor Garlick wäre vorsichtiger mit Ihren Araunen. Okay. Verzeihung, Professor. Was genau soll ich mit den Diptham-Samen anstellen? Ihre Aufgabe bei dieser floralen Alchemie ist einfach. Bringen Sie die Samen zum Pflanztisch, pflanzen Sie sie ein und warten Sie auf die Ernte. Okay. Äh. Verzeihung, Professor. Was genau soll ich mit den Diptham-Samen anstellen? Verzeihung, Professor. Was genau soll ich mit den Diptham-Samen anstellen? Ihre Aufgabe bei dieser... Sorry. So, interagieren. So, ähm. Ja. Bereit in neun Minuten. Mhm. Kann ich das nämlich schneller machen? Nee. Topf leeren. Nee. Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptham für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Okay. Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. Ach, komm. So, wo muss ich hin? Triff dich mit Leander Privet. Hallo. Ich hab dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Ach, halt die Fresse. Komm, wir gehen einfach. Ja, halt die Fresse. Mitgemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Protego. Ja, geh weg jetzt. Ich labere mich nicht zu, du Labertasche. Ich muss jetzt. Ja, toll, gell. Ich hätte Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn ich hände hier. Geh weg jetzt. Aber hier wären wir. Die Heimat des chinesischen Kaukohls. Ah, cool. Siehst du die Übungspuppe? Nee, ich pflanze hier alles ab, dass die anderen Kinder nichts mehr haben. Entschuldige, aber... Was soll ich tun? Garlic möchte, dass du dich um den Kohl kümmerst. Okay. Lass ihnen Zeit zum Fressen und dergleichen. Das ist ganz leicht. Wirf einfach ein paar von diesen chinesischen Kaukohlpflanzen. Warte mal, halte Tab und drückt und tippe auf. Du wirst schon sehen, warum wir sie so nennen. Um das Werkzeug gerade zu... Was? Tab und dann... Ah, dann kann ich das werfen. Okay, jetzt verstehe ich das. So, dann wähle ich das hier aus. Oder wie mache ich das hier so und dann... Äh, warte mal, Tab. Tippe anschließend auf Tab, um dann... ...zu benutzen. Das habe ich doch... Ich habe jetzt Tab gedrückt. Ah. Nee. Warte mal. Aber halte Tab gedrückt und tippe auf Bla, um das Werkzeug zu weisen. Tippe... Ah, so muss ich das irgendwo reinziehen. Ich bin zu blöd dafür. Bin ich zu blöd dafür. Tab zum Loser... Ich lasse doch los. Ach komm. Ich weiß nicht. Aber jetzt ist es unten. Da steht aber 0 von 3 und jetzt muss ich Tab drücken und... Ach, so geht das. Ah, kurz dann Tab drücken. Ah, wie ich es ausgewählt habe. Jetzt verstehe ich. Steuerung macht mich fällig im Spiel. Ach, das ist was wir vorhin gesehen haben, waren hupende Narzissen. Diese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen... Die haben wir schon gesehen heute. Keine dummen Bubotubler oder springenden Knollen. Pflanzen... Ich habe jetzt nicht zugehört. Nur weil die Kohlköpfe eine Puppe anknabbern, heißt das nicht, dass sie das auch bei, sagen wir, einem Kobold tun würden. Da draußen herrscht Chaos. Troll in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kursi Fähren werfen. Ey, Florian29, für den Zehner, vielen vielen Dank. Andelt die Schreibblume. Andelt die Schreitrompete. Du verstehst schon. Ja, wahrscheinlich bin ich heute den ganzen Tag los. Lass mich in Ruhe. Ich bin da einfach nur in Lust. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Ja, wir sehen uns im Unterricht, sehen wir uns. Perfekt. Boah, ist das ein schöner Baum. Boah, ich liebe diese Map hier. Das ist so schön. Guck ich das an. In Wien gibt es ja auch so ein... Genau. In Wien gibt es ja auch genau so ein Gewächshaus, was genauso aussieht, so von der Ähnlichkeit her. Ich glaube sogar am... Am Schloss, äh... Tut mir sehr leid, Mr. Klopten. Prost. Sag mal, tut ihr noch immer flirten? Jetzt reicht es dann aber langsam mal. Du redest doch gar nicht mehr mit ihm. Hallo? Ich möchte flirten. Ich gebe mir meine Frau weg. Ich gebe mir meine zukünftige Frau weg. Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert, Professor. Bemerkenswerte Pflanzen. Schau, wie sie flirteten. Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe. Hör auf zu flirten. Aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Finger gucken. Ich auch. Pflanzen haben so viel zu bieten. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Sehr gerne, die Dame. Sehr gerne, Pipi Langstrumpf. Ich komme gerne vorbei. So, wie sieht es jetzt aus? Wollen wir jetzt mal wieder flirten? Hallo? Ich habe jetzt... Eigentlich habe ich wieder Zeit zum Flirty Murti. Hallo? Wir sind Flirty Murti. Äh, hallo? Hallo? Also, wenn ich mich... Wenn ich mich jetzt nicht so ganz genau ansehe, sieht es so irgendwie komisch aus. Bisschen wie... Wie IKali irgendwie halt. Jetzt mag ich doch nicht mehr flirten. So. Magie, mag ich doch nicht mehr flirten. Bei allem, schau mal, jetzt ignoriert mich komplett. jetzt mit dem anderen geflirtet hat. Komm, ich hau dir die Tür zu. Jetzt habe ich hier die Tür aufgemacht. Was haben Sie jetzt vor? Äh? Achso, du rirst wieder mit mir. Du bist weg. Viel Spaß. Da, geh. Geh zu deinem Lover. Mach dir die Tür wieder zu. So, jetzt muss ich aber... Turm... Nee, ich muss das mal wegmachen. Was steht denn eigentlich? Turm der großen Treppe? Das habe ich markiert, ne? Ich möchte eigentlich wo ganz woanders hin. Ich möchte eigentlich, äh... Dorthin zu diesem... Wo wir vorhin waren. Zu dem... Raum. Das ist der Sound auf der Spende. Äh... Herausforderung. Aufträge. Jetzt... Um das geht es mir jetzt gerade gar nicht. Ich will nur gucken. Nein, ich... M. M wie Schulmappe. So, kann ich das hier auflösen, das Ding hier? Die große Treppe? Äh... Wo ist denn dieses eine Event, wo wir gesagt haben, dass wir hingehen? Bibliothek, Unterricht und Zaubertränke. Nee, wo ist denn das jetzt? Oder ist das das hier oben, was ich denke? Was ist mit der Treppe? Ach, ich gehe aber die Treppe lang. Will schon seinen Grund haben, wo ich da hin muss. Ich mache es ein Web, probiere es einfach und dann schauen wir mal. Kann ich da schnell hin? Schnell reisen? Entschuldigung, bitte. Danke. Pascal, Bauru, danke schön für 5 Euro. Und danke fürs, äh... Du bist cool dazu schreiben. Sehr lieb, sehr nett. Ich glaube, das habe ich selber markiert, das Ding, ne? Keine Ahnung, warum das nicht mehr weggeht. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Oder ist das die Treppe? Warte mal, kommt jetzt hier die Treppe, die ich die ganze Zeit schon suche? Können Sie... Ich sollte nachsehen, ob ich am Boden außen in der Schule Zenobias Steine finde. Der Ravenclaw-Turm ist hier. Ja, da ist sie! Gefunden! Das ist die Treppe. Aber wo ist denn diese Treppe, die so... Das war ja keine Wendeltreppe, sondern es waren so Treppen, die so in alle Richtungen gingen. Oder haben die das verworfen? Äh... Das ist nicht wie im Film. Also schon, die Treppen hier schon, die hier unten. Doch, das ist wie im Film, ne? Aber gibt es doch diese anderen Treppen, wisst ihr? Die sich so... Das gucke ich jetzt mal, ob es die hier weiter unten gibt. Das ist der Treppenturm. Genau da wollte ich nämlich hin. Nee, aber... Nee. Nö, da gibt es nicht diese Treppe, die ich gar nicht gesehen hätte. Oh, da habe ich mir das nur eingebildet, dass das so eine lange Treppe ist. Doch, das war doch eine lange Treppe, die sich ja dann bewegt hat, ne? Ach, der Wendeltreppe. Da war ja beides. Einmal Wendel und einmal normale. Da bin ich lost. Aber das ist die Treppe, wo ich hinwollte. Ja, keine Ahnung. Ich bin schon so ein Grundtober. Oh, ist hier der Essen... Das müsste der Essenzahl sein, oder? Also, wenn ich mir jetzt auskennt, ist das der Essenzahl. Ja, schau mal. Ich kenne mich aus, Alter. Habe ich mir nur aus dem Film gerade gemerkt. Das ist halt schon krass, wenn man sich auskennt, nur wenn man einen Film gesehen hat. Oder die Filme gesehen hat, dass man weiß, wo man hin muss. Man hat so zickert eine Orientierung, wo was ist. Oh, wo ist das? Hier. Ah, hier. Ein bisschen, ein bisschen, äh... Fisch mal das Ganze hier für euch. So, ich weiß noch nicht, wo es hier hingeht. Keine Ahnung. Geht's da raus? Hallo? Ah, hier geht's raus. Ja, bitte. Was? Das ist nicht gut. Und nehmen wir Tabletten. Nerv eingeklemmt. Okay. Musste ich jetzt hinlegen. Das ist aber blöd, wegen dem Schnibbeln. Okay, das ist jetzt blöd. Hallo? Wie schön, Sie zu sehen. Ja, nicht schön, Sie zu sehen. Du brauchst einen Arzt. Klemmst du jeden gefühlten zweiten Tag nerven irgendwo ein? Oh, warte. Jetzt wird dieses Rätsel. Wie geht das nochmal? Das ist... Das ist... Warte mal, vier? Dann ist das zwei, ne? Warte, dann ist das zwei... Nee, warte mal. Hä, warte, wait a second. Ich bin gerade verwirrt. Wie ging das Ding nochmal? Fünf, eins... Bei null fängt man an. Ja, aber was ist denn da oben das Zeichen? Das ist ein Fragezeichen. Ja, was ist das Fragezeichen nochmal? Das ist nix. Achso, das muss ich rausfinden. Das heißt, warte, das Ding hier ist... Null, eins, zwei. Das ist zwei. Vier, zwei, sechs. Dann ist das hier null. Das heißt, das ist das da, was da schon drin ist. Und das untere, fünf, eins. Da sind wir bei sechs. Und dann brauchen wir noch fünf. Null, eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist dieses komische Ding da. Das da hier. Aber wo ist denn das? Zum Drehen. Äh. Wier, eins runter. Unter mir? Okay. Wie hat das hier ausgesehen? Äh. Dieses komische Krabben-Ding da ist das. Ja, niemand hat Blätter, wenn du was einklemmt hast. Nehmen Sie eine Tablet. Wieder mal auf Abend, Feuertur? Das Ding ist es. Wieder mal auf Abend, Feuertur? So. Da gibt's den Mod, dass die die Fresse hält. Na super. Danke für die Info. Ja, der geht wirklich auf. Aua. Erstmal Truhen aufmachen. Schau mal. Einen Lux... Einen Luxus-Haus-Mantel. Schau mal, ein Lux-Mantel. Was hab ich? Ja, da muss ich Sachen verkaufen, ne? Oder Einlagen oder was. Okay. Oh, wie süß. Schau mal, wo du... Ich schau mal, wo du... Ich schau mal, wo du... Ich schau mal, wo du... Du... Ja, verratst du mir, glaube ich schon. Äh, warte, was ist das hier? Reveilion. Warum steht der da so, als wäre das was ganz Besonderes? Okay. Reveilion. So, datieren wir dann. Incentio! Idioten! Äh, Pascal Bauru. Danke fürs Entwirtwerden auch. Dankeschön. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, ich geh doch dahin jetzt. An den hohen Orten. Okay. Das ist jetzt schwer, wenn ich streamen, gell? Mit Schokolade. Mach dir doch an Kakao. Ja gut, da... Da find ich den Ding. Ah, da ist es. Ach, kurz, das mach ich später. Ah, wobei es ist gleich da in der Nähe. Ähm. Was ist das hier? 0, 1, 2. Das ist 2, 5, 10, wie viel? Dann brauchen wir nur 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist Chameleon. So, ob da ist Chameleon drin ist. Nein, dann ist das da vorne. Ah, das ist ja das doppelte Fragezeige. Stimmt, ah. Das ist Chameleon. Ja. Und dann haben wir hier... Äh, nein, was ist das hier? Das Ding sind hier. 0, 1, 2, 3. Sind wir bei 3. 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sind wir bei 9. Sind wir bei 12. 11. Wollen wir noch 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann ist dieses komische Quakeldings da der nächste. War das jetzt das Quakel? Ne. Ne. Ja, der. Jetzt muss es richtig sein. Und auf mit der Kiste. Hellblauer Franzenschal. So, jetzt bin ich fertig. Gehe ich da hoch. Auf geht's, auf geht's, ab geht's. Ab nach oben, dann wird man dich loben. Und hier habe ich das Ding markiert. Und ich weiß noch immer nicht, was hier sein wird. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ah, ja, ja, toll. Ganz toll ist das. Ja, wirklich, super. Ich gehe mal ganz nach oben, weil ich muss noch immer diese Sachen für das Mädel suchen. Äh, hier geht es nicht mehr weiter, wirklich? Ich will mich verarschen. Willst du mir sagen, ich gehe bis hier nach oben hin. Und hier oben, wartet einmal nur ein Gemälde auf mich und das war's. Ich bin entsetzt. Wow. Entsetzt bin ich jetzt gerade wirklich. Da geht's, ah, hier geht's weiter. Okay. Nichts gesagt. Alles gut. Dann ist das ja der Hauptturm, ist das jetzt, glaube ich, ne? Ja, ich bin noch dabei, Bruder. Oh, das ist mal geil. Die Trollrüstung ist das. Hier. Hier. Einer von Zenobias Koboldstein. Ja, und der andere war woanders. Hier stehe nicht, was der Aufruhr soll. Revelyon. Wo sind wir denn hier gerade? Und wo der andere Stein ist, weiß ich jetzt auch. Oh, da ist auch einer. Noch ein Koboldstein. Mehr Koboldsteine. Hogwarts-Preis für Kräuterkunde. Ja, den brauche ich jetzt nicht. Das heißt, ich habe zwei ihrer blöden Steine schon gefunden. Und hier komme ich nicht weiter. Ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Sie braucht nur drei, oder? Ah, hier. Das klingelt. Mann, was klingelt denn da noch? Boah, man, ich bin das mit, wenn da irgendwo noch was klingelt. Herr Schadl meinte, da gibt es den Mod dafür, dass sie ihre Klappe hält und daran vorbeirenst. Ah, da oben, warte. Ja, da komme ich aber eh nicht hin, da oben. Das kann ich eh vergessen. Na gut, dann gehe ich da weg. Gut, dann haben wir wenigstens zwei Koboldsteine gefunden, so wie es aussieht. So. So. Da gehe ich mal hier auf das Ding zu und dann schauen wir mal auf der Karte, wo ich mich jetzt hin tippe, auf die Schnelle. Weil ich würde gerne, weil es Zaubertränkeunterricht gibt es. Ich weiß noch nicht mehr, wo dieser Fight war, den ich gerne gemacht hätte gerade eben. Wo wäre da jetzt der Auftrag gewesen? So fest, so aufgeregt jede Menge gekreuzt. Ah, dritte Runde, hier möchte ich hin. Hat er mir jetzt markiert, wo ich hin muss? Ja, hat er. Hat er sogar markiert. Oh, das habe ich schon gemacht, das Rätsel, jawohl. Ja, da gehen wir hin, auf ganz entspannt. Bin kurz weg, jawohl. Sechs Steine braucht sie. Ach so, sechs Stück sogar, okay. Ich dachte, das wäre nur drei gewesen. Na gut, da kann ich lang suchen. Aber ich weiß jedenfalls, an hohen Orten muss ich suchen. Oh, nö. Deine Ausrüstung, na ja super, jetzt ist es jetzt nicht voll. Stand gerade da innen vor, konnte ich nicht lesen. Yes, yes, yes. Was für ein Österreich, der Adler. Ravenclaw. Aha. Kann man sicher irgendwas machen? Schade. Wir gehen jetzt mal in den Fight, in den letzten. Schauen wir mal, ob wir gewinnen. Warte mal, was ist das? Ja, sah nur so aus. Im Regen. Ach, das ist der Abschnitt, okay. Letzte Abschnitt. Gibt es hier nicht die Kammer des Schreckens? Das wäre cool. Okay, das heißt, hier kann ich dann auch nochmal was machen, wenn ich irgendwas habe. Die Kammer des Schreckens wäre richtig cool, wenn es die geben würde, wenn man da einfach reingehen kann. Boah, ich bin jetzt gerade durch das ganze Schulgebäude gelaufen, bis dann nach hinten. Alter, das ist echt ganz weit versteckt hier. Ja, der Champion. Hallo, Luca, ich würde gerne... Nee, ich beginne direkt. Ja, 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 das reicht. Absolut. Auf jeden Fall. Ich nehme Sebastian. Ja. Dann kann es ja losgehen. Haben wir ein bisschen, äh, Points bei Sebastian gegen Sebastian. Diesen Sieg werden wir auskosten. Sebastian. Ja, recht so. Gut, dann geht's los. Was die nicht wissen, ich habe einen neuen Zauberspruch. So, äh, Zulanvisierung, äh, durchbrichrote Schilder mit Schadenzauber. Das heißt, alles, was... Das ist gut zu wissen. Adam. Das war's mit meiner Wetter. Ibioso. Boah, Wetter. Incentium. Incentium. Mann, warum schießt du vor mir? Konfringo. Oh, der klemmt. Incentium. Incentium. Konfringo. Incentium. Ich bin zu weit weg oder irgendwie so. Du geh mal weg da hinten. Das war's für heute. warum greift er nicht der trick? ich glaube ich bin zu weit weg oder so der geht ebenso weiter der feuer ist zauber Alter hohohohoho Hör mit euch da hinten los hat er keinen bock mehr? der Brehe gibt auf guck mal der hat keinen bock mehr ne der geht wirklich nicht so weit schau mal der macht nichts mehr der hat gar keinen bock mehr der gibt einfach auf der hinten ja der hat halt keinen bock mehr der hat schon aufgegeben der hat schon gesagt Brehe keinen bock mehr ja natürlich es ist eine ehre ich hatte glück ich bin noch nicht fertig das war noch gar nichts ich fange gerade erst an wenn die besten Duellanten der schule nicht gut genug waren solltest du vielleicht überlegen nach durmstrang zu wechseln jetzt erhält der sieger den preis was kriege ich denn? und so habe ich die große ehre die dieses einfache aber elegante abzeichen für höchstleistungen im duell zu überreichen geil ich weiß nicht ob ich das verdiene natürlich danke es war mir eine freude teilzunehmen wohlverdient du bist ein ernstzunehmender duelland nachdem wir jetzt einen eindeutigen turniersieger haben wie lange machst du heute noch so lange ich guck habe oh klinox ist im chat guten Tag guten Tag der Restmüll was ist eigentlich mit Butti von dem hat man langsam gehört ja der macht heute sein eigenes Ding auf Twitch aber äh Butti ist jederzeit willkommen auf RLO weil er wieder ein Problem mit RLO dass seine IP wieder irgendwie geblacklistet wurde er kann nicht mehr beijoin jetzt müssen wir gucken beim Hoster oder bei ihm dass seine IP wieder freigeben wird weil er wollte wieder irgendwie auf den Server und dann ging es wieder nicht ja meine Ausrüstung ist voll in äh oder in Dörfern verkaufen ja super Ausrüstung ich muss meine Sachen jetzt doch verkaufen gehen was ist los mit dir? schade dass es vorbei ist so äh ja ich muss meine Sachen verkaufen am besten kann ich so eine Schnellreise in das Ding dort machen in das Dorf weil ich äh heraus ich geh jetzt mal kurz die Stufen durch ob ich da irgendwas freischalten kann irgendwann meinte ich soll da ja gut das kann ich jetzt eh nicht freischalten das ist das Problem weil ich jetzt grad ja gut das geht grad nicht weil ich hab ich bin halt eh voll ne mit Inventory Sachen dann geh ich mal Richtung Weltkarte ne nach Hoxmate äh gibt's denn ein Schnellteleport yes da muss ich alles hinlautschen Booty streamt auch Hogwarts ahh ok ich hab nur gesehen hat auch ne Abstimmung gemacht weil ich hatte heute genau die selbe Idee ich wollte halt mal was auf die Chill zocken oh der schneidet von selbst nice ja dann verkaufe ich jetzt mal meine Sachen irgendwo in dem Laden da reingehen und dann verkaufe und doch hereinspaziert hereinspaziert oh Gott ich hab Sachen über sie und zwar verkaufe ich ihnen jetzt meinen ganzen Mist den ich nicht brauche äh beiger Schall Verkaufswerte 30 90 Offensive 4 hm der ist besonders aber den kann ich verbessern brauche ich ihn gar nicht eigentlich die Brille hier brauche ich gar nicht die verkaufe ich ihm sehr gut es schadet nie meine Vorräte aufzufüllen wie soll ich das behalte ich Mann ich möchte ich möchte die Sachen ja nicht behalten ne die Schiebermütze behalte ich die ist geil na den beigen Schall brauche ich nicht die brauche ich auch nicht die Handschuhe so Drachen den will ich behalten der ist geil Offensive 0 minus 5 warum das denn besonders drei Verbesserungen möglich warte kann man den auch angucken die Sachen erstmal wie die aussehen ne ne ich verkaufe den ich brauche einfach nur Platz Verteidigung ne ja gut dann will ich den Hexenhut aufsetzen brauche ich auch nicht ich glaube den Rest behalte ich einfach ich finde den Rest ok so das passt schon den olivgrünen Umhang wann will ich den anziehen ne komm den verkaufe ich so perfekt Dankeschön dann schaue ich mal zu diesem einen Shop da rein ob der coole Sachen hat zum kaufen achja ich wollte ja zu diesem einen Laden gehen der die Zuckerwatte hatte wo ist dieser Zuckerwattelorden da hinten irgendwo wo war denn der Zuckerwatte lecker 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 Zuckerwatte lecker lecker Zuckerwatte lecker lecker ich finde die nicht der Zuckerwatte lade hin ach toll finde ich den nicht mehr ach doch hier muss es gewesen sein hier ist er da wollte ich reingehen geil oh geil boah alt habe ich jetzt Bock auf sowas oh schau mal springende Zuckerwatte oh haben wollen Bonbons in jeder unterschiedlichsten Farbe oh sind das die Beans was ist das oh ja ja ich kann mich hier richtig bedienen ich muss das nicht mal bezahlen hier auch hier komme ich nicht rein den Laden würde ich mir wirklich mal angucken jetzt habe ich richtig Bock auf Süßes guck dich das mal an die ganzen Fässer sind full mit Süßigkeiten Süßigkeiten Drache oh oh wie schön was darfst du ja suchen ah 16 Münzen Ballonen Gibt es hier hin das auch hier gibt es ja richtig viel zum dich forsten wenn ich hier mal ein bisschen mehr Dings habe Elefanten oder Weiße Halt sich aber nicht nach dem Elefanten an und Zuckerwatte ey kann die drehen? oh cool eine riesen Zuckerwatte Maschine ey ist das geil ich will jetzt diese Zuckerwatte da haben hmm ey echt geiler Laden aber ich kann ja nichts kaufen ne ich kann nur probieren kann hier Essen probieren aber ich kann nichts kaufen das macht mich traurig hätte gerne hier eingekauft in dem Laden war ich nämlich auch noch nicht das ist so ein Kaffee das gibt es hier Äpfel gibt es Hexenofen oh Geld ah ne Schuluniform mit Stil voller Weste das ist das was ich vorhin verkauft habe das habe ich wieder gefunden ey cool das wollte ich nicht haben äh bin ich vor dass ich jetzt da reingegangen bin ne und einen Hut warte ich muss jetzt mal aufsetzen wie kann ich dann aufsetzen das ist ein I für Inventory ne lass mich mal so nen Hut aufsetzen hahaha Bajella Bajella so schiebern wird das schon cool na komm wir machen mal ohne Hut ich will mal schauen Mantel ich den hier oben ändere in ok das sieht irgendwie richtig doof aus dann gibt es den Mantel noch das ist der Standard glaube ich das ist der der schön ne warte ist das der schönere ich weiß gar nicht welches ist der schönere Mantel der hier ist der schönere ne der hier jetzt diesen Drachen Mantel noch hm ach der ist auch schön den den werde ich auch nicht hergeben also diese Mantel gebe ich nicht her die zwei hier die sind schön der ist so basic ne aber der ist basic mit da seh ich halt aus wie ein Trottel mit dem Teil hier aber egal ich zieh das an ich find das cool das zieh ich an oder ohne nehm ohne Mantel warte mal was ist das selbe ne ne ich will hallo wait a second ich kann das drüber ziehen ich kann den Mantel drüber ach so ich kann das auch weg tun ok ja klar dann nehm ich das weg und hier habe ich jetzt die Outfits genau das ist das Outfit was ich vorhin hatte glaube ich äh ah Schlafanzug gibts mhm äh oppala äh Brillen habe ich jetzt eh keine mehr glaube ich ne die habe ich weggeschmissen Handschuhe da habe ich meine schwarzen Handschuhe leider verloren ich überlegen soll ich das anziehen das Ding ach komm ich zieh das an ich find das cool das sieht gut aus ey warum kann ich das nicht rüber ziehen hallo anlegen achso jetzt haben wir es ach jetzt kann ich da ah ja oh geil da das meintet ihr mit aufsetzen das ist ja mal cool ja ok gut sieht immer richtig stylisch aus ein bisschen frisch ok jetzt habe ich meine Sachen verkauft dann bin ich happy damit jetzt kann ich wieder Sachen sammeln oh hallo Miezen Glückskatze bringt mir Glück jo wer ist eine süße Miezen jo wer ist eine süße Miezen ja du bist eine süße Miezen ja was ist hier drin ah da waren wir ja genau hier waren wir ja da wollen wir nicht nochmal reingehen aber dann war ich hier noch nicht drin oh 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 das habe ich noch nicht eingesammelt und doch ah doch da war ich doch auch drin also das gehört zusammen oder was achso ich bin ein Trottel ey ist das fies das sind zwei Türen schau mal du denkst das ist ein anderer Laden du gehst hier rein und denkst dir so ah cool Laden hier oh cool neuer Laden du kommst einfach in den selben Dings rein abzocke hier kommst du dich ja auch nochmal rein oder? ja komm leckumio ja komm leckumio der hat einfach drei Eingänge für seinen Laden so denkst du gehst hier mal in einen neuen aber immer dasselbe ok da gehe ich wieder zurück ähm da habe ich alles gesehen was ich sehen wollte hier erstmal ich glaube eine Winkelgasse gibt es nicht ne weil das würde ich halt richtig fühlen so Winkelgasse Feeling und ich meine das ist auch so ein bisschen Winkelgasse Feeling aber das ist nicht die Winkelgasse es ist trotzdem nicht die Winkelgasse so schau ich mal Map Karte ich möchte zurück ins Hogwarts und ich möchte hier hin und hier peh ich mich da rein ne ach funktioniert super ach du kannst dich unsichtbar machen und dann die Kiste mit Augen ah ok ja ok verstehe das ist vielleicht ne gute Idee wenn ich mal gleich ausprobieren wenn ich so eine Kiste nochmal finde das war ich zwar gerade bei so einer Kiste aber egal so jetzt mal hier gucke ich will nämlich hier möchte ich hin genau also wenn ich so eine Kiste finde probiere ich das gleich mal aus mit den Unsichtbarkeits-Dingsbums hab ich die schon geöffnet? ne äh was haben wir denn hier 0 1 2 ne 2 ne 11 sind wir bei 13 brauchen wir noch ne 8 0 1 2 3 4 5 8 die Spinne ist die 8 das heißt Fragezeichen ist die 8 also ne Spinne ja dann haben wir hier äh was ist die Krabbe 0 1 2 3 4 5 ist die Krabbe und das ist 14 das ist 14 genau das ist 9 ist aber bei 14 dann fehlen noch äh 4 äh was 17 ist habe ich jetzt 14 gesagt? ja und fehlen 3 was ist 3 0 1 2 3 das ist dieses Schlangenteil da äh wo ist denn das letzte Ding hier der Dingskirche das andere na komm wo ist es denn wo ist es denn das andere ah da oben ist es wie er los sein Vater was hab ich jetzt gesagt? das hier ne? das Schlangending hier muss sein ja äh komm runter da kack dich nicht ein hopp naja geil komm oooh schöner Umhang bekommen geil nice 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 ich seh mich schon ich werd den ganzen Tag gesandeln ich werd den ganzen Tag gesandeln Professor Black würde das nie erlauben das ließ sie ihn ja völlig ungleich aus so auf in den Chemieunterricht ist das hier ne? also Zaubertränkeunterricht wenn du äh auf den Gegenstand bis in deine Ausrüstung F drückst kannst du das Aussehen anpassen ach so ok wenn ich F drück dann mhm Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule ach echt als Fünftklässler müssen sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen nö ich muss gar nichts ach das ist die nicht vor dem Anfang gekommen ja sagen sie uns doch wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann ja Professor Sharp der Mega Powertrank dient zum sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen er kann Verletzungen heilen aber nicht alle Punkte für Ravenclaw vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von ihnen selbst einen Mega Powertrank gebraut haben man weiß nie wann man ihn es ist gut ich brauchte nämlich beginnen sie dann brauchen wir jetzt zusammen Leute ich hoffe das wird einfach jetzt ich habe keine Ahnung wie ich das mache verkleinern sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen ja Vorsicht wenn sie den Tränkenpulver hinzufügen ein Niesen könnte katastrophal sein ok ein kleiner Tropfen ein bisschen kleiner Tropfen hinzufügen ein bisschen mehr ja so dann rühren wir das Ding mal um und dann werden wir das aber gleich mal ausprobieren wie das schmeckt oder mhm wie das riecht wie ich sehe können die meisten von ihnen noch rühren fertig hm kein einfach zu brauender Trank gut gemacht ich will nix sagen weil ich hab ein paar mal leertaste gedrückt und ein bisschen die Mausbrücke und ich war fertig sollten sie wohl auch die Herstellung des schützenden edurus Tranks üben ja Sir gut fürs erste finden sie alle Zutaten in meinem Büro aber in Zukunft werden sie ihre eigenen Zutaten einige erhalten sie von den Pflanzen die sie in Kräuterkunde anbauen hab ich es doch gemacht ach warte da war hier eine Pflanze stimmt ich hätte die mitnehmen müssen ich trotteln ich hätte die mitnehmen müssen zuerst hier hab ich voll vergessen die Pflanze dann sehen wir ob es beim ersten Mal können oder Glück war ja ich hab die Pflanze eigentlich hier gebraucht ne und ich hab das voll vergessen mhm also meinte er ich darf nur ein Bürosatz zu haben hat Professor Sharp gesagt du hättest die Erlaubnis sein Büro zu betreten ja das hat er gesagt er will dass ich mehr Zutaten für noch einen Zaubertrank hole genial du mein Freund bekommst jetzt eine außergewöhnliche Gelegenheit ich bin übrigens Gareth Gareth Weasley ich hab ein Händchen für Tränke wenn ich das so sagen darf ja es sind alle Weasley Moment bist du mit Professor Weasley verwandt? sie ist meine Tante behält mich etwas zu genau im Auge aber sie kann nicht überall sein hör mal jedes Trollhirn kann einen Idurus Trank braun ich arbeite an etwas das auf jeden Fall spektakulär wird ich brauche nur eine winzige Zutat um ihm den letzten Stift zu verleihen das ist dann wohl meine Aufgabe du bist so schlau wie erhofft ich brauche nur eine Fupa Feder da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Shaps Büro sein wirst könntest du mir doch eine mitbringen ich hole ihm die Feder ich bring dir die Fupa Feder wenn du sicher bist das Schab sie nicht vermisst das wird er garantiert nicht Fupa Federn sind nicht so wertvoll warte bis du siehst was ich braue komm schnell zu mir wenn du die Feder hast ja dann gehts hier gleich das ganze Ding hoch ok ich brauche eine Feder brauche ich das habe ich mal ein oder was hat er gesagt brauche ich jetzt hier für ein Dings das ist so ein Rebellion ah das Ding brauche ich ne Eier einer Aschwinderin mhm und den Fehler nämlich mit da ist noch irgendwas zu mitnehmen ne ne passt nehmen wir mal die Fehler vorbei so hier ist die Fupa Feder für dich großartig danke das braun wird eine Weile dauern du solltest weiter an deinem Idurus Trank braun ich sage dir bescheid wenn das hier fertig ist da bin ich gespannt was er macht der P überhaupt bin ich gespannt so ich brauche mal meinen weiter äh warte 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 jetzt hier das hier brauche ich ne Brauzeit 28 Sekunden ok dann warten wir mal ein paar Sekündchen und dann liegen gleich fertig Schau jetzt an was ist da los funktioniert es nicht Moment wo war das nicht was ist da los was was war das gut gemacht Gareth was nun Mr. Weasley tut mir leid Professor das heißt mal wieder Professor Schaap sagt der Mega Powertrank hält Wunden hoffentlich brauche ich ihn nie oh bin schon fertig Mr. Weasley war das nicht allein wer ihm geholfen hat muss sich ebenfalls dafür verabschieden hab ich den schon ja ne hab den Trank fertig ich habe den Idurus Trank wie gewünscht gebraut Professor dass sie dazu Zeit hatten sie schienen schwer beschäftigt damit Mr. Weasley zu helfen äh ich weiß nicht sicher was sie meinen Professor wer keine Verantwortung für seine Taten übernehmen will kommt bei mir nicht weit nehmen sie sich diese Warnung zu Herzen was die Arbeit an ihrem eigenen Kessel anbelangt haben sie sich heute gut geschlagen zugegebenermaßen war ich skeptisch schließlich ist das fortgeschrittene Unterricht und sie sind neu hier schön dass ich ihre Erwartungen erfüllen konnte kommt selten vor und denken sie bitte immer daran dass sie noch kein Meister der Zaubertränke sind man muss nicht nur wissen welche Zutaten zu vermengen sind man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln passen sie besonders in Kräuterkunde auf die Pflanzen die sie dort pflegen sind wichtig für die Tränke die sie hier brauen das wäre alles ok cool danke für die Info Herr Lehrer ich denke wir hatten alle genug Aufregung ich kann jederzeit hier hinkommen und meine Sachen brauen einen äh Horklump Saft brauche ich hier abgeschlossen ich kann jetzt Zaubertränke brauen ja wieder verschlossen ich wollte hier nur ein über was abholen mein mega keine Sorge falls die Zutaten knapp werden Professor Sharp hat in seiner Zeit als Auror sicher viel gelernt natürlich hat er viel gelernt so what's my next mission ich muss wohin ich hab grad was angezeigt wo ich hin muss Aufträger ich bin mit der Stufe 4 sag ich mal hin äh hallo boah die kann echt mal die Fresse halten dieses Ding das ist wirklich nervig ach da waren wir ja vorhin stimmt hier waren wir doch Jonas äh das haben wir vorgelesen genau also ich musste in der Ausrüstung und F drücken ich echt mal gucken was das ist boah du blödes Ding incendium Rebellion ey warte wo 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 ah hier denn die Holzkatze oh schau wie süß die ist ganz ne feine oi alter ich bin wieder beim Haupteingang wisst ihr was ich gerne mal gucken würde ich würde mal gerne gucken dieses äh Quidditch Feld ob ich da rauf kann und achja ob das ob das Haus von Ding da ist von äh von äh wie heißt der nochmal oh wie heißt der nochmal der Große mir gefällt gerade den Namen nicht ein das ist aber nicht sein Haus ne das ist weiter woanders wieder mal auf Abenteuertour ja ich bin wieder mal auf Abenteuertour verschlossen Hagrid genau Hagrid hieß er Hagrid ich bin wieder komplett los komme ich aber nicht rein aber das ist nicht Hagrids Haus das sieht nicht aus wie Hagrids Haus Hagrid hat ein viel viel kleineres Haus gehabt das ist so riesig hier wo oben ist ein Turm der Turm sagt mir gerade auch nie so viel oh da gibt euch das mal wie groß dieses ganze dieses ganze Schloss hier ist kannst du halt überall hingehen ich frag mich ob wir hier hoch können auf diesen Berg zum Beispiel und da Bock drauf haben wirst du? nehm ich mit nehm ich hier ganz oben auf dem Gipfel ich glaub da kannst du gar nicht hoch vielleicht wenn wir dann fliegen mit irgendwas könnten wir vielleicht da hochfliegen mit dem Besen oder sowas eigentlich wollte ich mir das Quidditch Feld angucken aber egal aber egal komm ich geh jetzt hoch äh ah da oben fliegen wir hier rum Mondsteine 2 da kann ich hier hin probier'n's mal ja ich kann hier hin ich komm hier sogar hoch easy also ich hab jetzt nicht gedacht dass ich hier das erkunden kann ich dachte ich werde hier einfach äh zurückgespawnt oder so ich kann hier einfach hoch vielleicht den ganzen Dingen hier hochklettern wisst ihr was ich vorhin gesagt hab ich hab immer das Gefühl dass Spielhersteller irgendwie immer hinter hinter Wasserfällen was verstecken so wie in GTA halt deshalb ich guck mir das sehr gerne an ob da irgendwas ist ich hätte da schon ein E-Sack oder so einbauen können finde ich wahnsinnig das ist traurig ja toll jetzt bin ich hier oben und äh was mach ich jetzt am besten wie komm ich hier jetzt zurück ah ganz toll ganz tolles Ding hier ich komm hier hoch ich kann hier hoch alter Kletterprofi aber jetzt ist das Ende hier mit klettern oder jetzt jetzt war es das glaube ich ja ich glaube höher kann ich nicht mehr ja super toll gemacht aber ich komm zum Quidditchfeld das ist immer gut hier könnten sie echt mal E-Stacks oder so was hin machen das Quidditchfeld würde ich mir in der E angucken weil vielleicht kommt man hier so gar nicht rein oder so ist ja auch riesig das Ding äh äh ah ok das ist kein Viech ah finde ich schade dass die das rausgeschnitten haben weil das wäre cool gewesen wenn du Quidditch spielen hättest können hui oh man kann doch oh oh man kann doch durch Fallschaden sterben ach nö oder das wusste ich nicht dass du am Fallschaden sterben kannst das wusste ich wirklich nicht ups ich dachte man stirbt am Fallschaden einfach nicht ich hab's ja voll ausprobiert an der Treppe anscheinend war das noch etwas zu äh ja toll wie soll ich denn jetzt runterkommen ohne dass ich mir weh tue hier anscheinend war das an der Treppe doch noch etwas zu seicht das ganze als dass du da auf die Fresse fliegst und dir weh tust verstehe ich dachte hier gibt's Rennfallschaden hab ich grad voll hops genommen so die dann beschwitzt die Pilze die kann man vielleicht brauchen bis später jetzt aber aufs Quidditch fällt wenn ich da überhaupt reinkomme ist halt die Frage weil ich glaub das vorne zu so mit nem ja guck mal hier das ist ein Schloss davor glaub ich aber da stehen Leute drin im Feld oder ist kann ich da durch einfach oder ne oder ach nö da komm ich gar nicht rein ich bitte nur angucken bitte bitte nur anschauen einmal kurz rein spieken ne das ist ein Symbol für nen äh wie ist das? Revelo das ist ein Symbol na gut bevor ich jetzt das ganze Ding rumrenne ich geh wieder zurück werd ich mir doch mal angucken später ich glaub da musste mit nem äh Dings rein ähh wie komm ich da jetzt? ach so hier hier kann ich auch entlang da zeigt mir grad die andere Richtung an wo auch immer muss mich eigentlich mit der in Hawkesfield treffen wobei ich kann ja mich auch dann hin tippen theoretisch das ist einfacher das ist einfacher kann ich das jetzt zerstören? Mann ich will mir das noch angucken oh vielleicht hier hier sind Leute vor ah da ist ein Eingang da ist es ja ich kann doch rein oh Gott sei Dank Eingang gefunden Schau mal die haben hier wirklich schon die können ja fliegen wenn ich gesagt hätte müssten wir das verflixte Ding gar nicht erst suchen Revelo 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 heißt das ähm ich hab da ein Besen Symbol gesehen ich weiß nicht ob das hier jetzt nochmal sehbar ist das war hier irgendwie ne hier hier Besen kann ich den jetzt holen? Besen warte 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 kann ich hier jetzt einfach ein Besen holen? oh Bruder sag ich kann ja ein Besen holen ne kann ich nicht aber das ist höchstwahrscheinlich so ein Ausparkpunkt für ein Besen oder so aber ich hab keinen egal ich wäre sonst gern mit dem Besen geflogen dann geh ich mal dorthin wo die möchte dass ich hingehe weil der Weg ist viel zu lang dann machen wir folgendes wir gehen oh ne da gibts gar keinen Teleporter ne oder ich muss da wirklich alles hinlatschen ach komm ja gut dann latsche ich da halt nochmal hin schade dass das nicht klappt oh da will ich nicht runter nevermind da will ich nicht runter ich möchte hier lang oh da hat jemand die Textur verkackt guck mal da hat jemand die Textur verkackt hat er gut hinbekommen da jetzt muss ich nochmal hier alles rüber rennen das ist super ganz toll die Abkürzung ich hoffe halt dass es eine Abkürzung ist ja relativ André B Dankeschön für das Release haben Dankeschön vielen vielen Dank mein Navi führt mich irgendwie ganz komisch ey was ist das hier komm mal da rein komm mal da rein ne ich dachte da kann man da rein das ist ja so gut zu erforschen ja das Handbuch ist ja wirklich toll ja das Handbuch ist wirklich toll und so den ganzen Weg jetzt nochmal lang tut mir sehr leid du hast eine Besen stunden lang kannst du dann kaufen und fliegen jawoll freu ich dich bescheid wir fangen einen Hogwarts RP wir müssen auf jeden Fall auch so auf einen Garrysmod Server gehen und dort Hogwarts RP spielen aber weißt du was geil wäre wenn es eine Modifikation für das Spiel geben würde dass du ein Multiplayer spielen kannst dann kannst du so Hogwarts RP machen und hast dir so einen Hogwarts Server auf ist ja schon geil irgendwie weil du hast ja alles so Zaubertränkel dass du da musst du Missionen machen weißt du so dass du wieder Zaubertränkel brauchen und sowas ist ja schon cool Schandl pennt grad hinter mir ein Schandl Hallo Ich hör sie atmen sehr laut ich hoffe das hört man nicht im Stream tut mir sehr leid wenn man es hören sollte die hört mich auch gar nicht obwohl ich übelst laut bin die hört mich grad gar nicht sie ist grad weggepennt hinten ach freu ich mich wenn ich wenn ich immer weg ziehe da habe ich einen eigenen Gaming Room derzeit ist ja mein mein Aufnahme Streaming Zimmer ist ja da wo ich penne ich habe hinter mir das Bett stehen ein bisschen problematisch so also mein Essen ist gleich da hier gleich geschafft kann ich den anmachen ne wer hier wohl wohnt ist das jetzt Hagrid's Hütte? ne das ist nicht Hagrid's Hütte oder ne sieht anders aus ah da vorne bitte du bitte du bitte du es tut so gut dich zu sehen Hallo Nati wie geht's ich hoffe du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt mir geht's gut ich war eher um dich besorgt immerhin sind sowohl Renrock als auch Rookwood und Harlow hinter dir her ja bei mir ist alles in Ordnung sie wollte was von mir was willst du jetzt sie wollen etwas das Professor Fick und ich in Gringotts gefunden haben Wann warst du denn bei Gringotts? kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier ein Portschlüssel brachte uns hin nach dem Drachenangriff was in aller Welt da ist noch was und es ist etwas seltsam Professor Fick sagt ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie ist das die Magie die du beim Trollangriff in Hogsmeade genutzt hast? ich denke schon ich lerne noch aber ich kann ihre Spuren sehen und habe Magie gewirkt die ich nicht erklären kann ich weiß das ist eine Menge das stimmt und ich werde noch mehr Fragen haben an dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar ihr beide habt mich inspiriert selbst wie meinst du das? wegen Männer wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabele Land ich sehe nicht einfach zu wie sie mein neues Zuhause zerstören freut mich zu hören gut Rookwood und Harlow sind ein gefährliches Duo und dann sind sie auch noch mit Ranrock im Bunde noch ein Grund mehr sie dringend zu stoppen es wird gemunkelt dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert ihn zu stürzen würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen ich habe sie gesprochen sie war nett wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen vielleicht finden wir die Beweise die Officer Singer braucht ok nur wie? ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden was genau Harlow vorhat ich melde mich wenn ich mehr weiß und denk immer daran ich bin hier wenn du mich brauchst danke Nati und deshalb musste ich jetzt bisschen nach draußen gehen feil auf der Hut ja ich bin jetzt bisschen nach draußen gegangen für dich wirst du hier mich zulaberst das ist echt schön wirklich ganz toll ui was? geht hier los? äh ok Verzeihung ist alles in Ordnung? wohl kaum ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren sehen sie sich woanders um ich habe nichts mehr zu verkaufen ich hätte nie gedacht dass das passiert sehen sie sich vor Renrock und seine Anhänger verschonen niemanden sie griffen an? Renrock hat keine Geduld für Kobolde die ihm nicht folgen zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen doch ist Gewalt niemals die Lösung als ich ihnen das sagte wandten sie sich gegen mich schlugen mich fast bewusstlos nahm meine Karren mein Hab und Gut selbst das allerwertvollste meine Bilder haltet die Augen offen das tut mir leid ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen das ist sehr nett von ihnen aber ich glaube sie haben sie in ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht da ist es zu gefährlich um sie zurück zu holen ich habe die Karren allerdings verzaubert zu mir zurückzukehren falls ich sie verliere so unwahrscheinlich es sein mag hoffe ich doch dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurück findet okidoki es war schön sie kennenzulernen ich bin nur hier wegen den ganzen Sachen ja es ist ein netter Kobold gewesen der war richtig nett zu mir gerade der erste mit dem richtigen Kobold wirkt wie ein nettes kleines Örtchen weil die anderen Kobolde waren immer so mad auf mich ob ich denen nichts getan habe nichts gemacht habe ich Archie ich diskutiere das nicht mit dir ich sag dir du sollst nicht weit von zuhause weg gehen nachdem was Renrock dem Kobold Bankier bei Gringotts angetan aber du solltest sie sehen Mami sie sind wunderschön äh ist ein Verkauf was verkauft er hallo Sir was verkaufen sie hallo ich bin Zalal Semi und dies ist mein Zaubertrankladen ich beantworte gerne alle ihre Fragen äh ja was verkaufen sie hier wie kann ich heute behilflich sein er verkauft Zutaten für nur Rentenpreis und er verkauft Tränke cool super gut dass ich jetzt weiß Dankeschön na wir sehen uns bald nicht mehr wieder hoppala aua Topf Uchtruhe den einen kriege ich ja nicht auf ne der da drin ist den kriege ich nicht auf ah wobei ne ich meh dass ich den nicht auf kriege Dich bist du viel ja ah geil und jetzt Chicknuggets 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 was gibts denn hier sind das oh ziehen ja und jetzt ziehen Käse Zerstören wir mal die ganze Stadt hier. Aber das macht ja gar nichts aus, der Ziege. Ja cool. Das Nachtgewand kann ich eigentlich wegschmeißen, das braucht eh keiner. Da habe ich keinen Zugriff für. Der hat jetzt aber reagiert auf mich, cool, ich bin der Erste, der ist hier vorne, da war ich nämlich noch nicht, nein du hilfst, ich helf jetzt nicht. Kein Bock auf dich jetzt, bis hier hin. Ich weiß nicht wen ich gesehen haben soll, ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Dr. Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Kennst du doch Zombro vom Aerodiscord? Nein, darf ich mir grad nicht Zombro. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht mehr. Ich gehe auch schon wieder jetzt. Langsam, haue ich mich dann gleich gleich ins Bett. Oh ne, ich muss jetzt fighten. Oh, endlich mal wieder ein Fight. Rookwood. 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 Rookwant. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Wer bist du denn jetzt? Okay. Oh nee. Alles gut. Oh das ist ja noch einer. Ah die hier. Okay. Oh ist das schön. Ja wir haben Leute umgebracht. Was da wohl los ist? Ich weiß auch nicht. Liegt vielleicht daran, dass ich daran schuld bin. Man munkelt, man munkelt. Warte ich hier rein? Nee. Wollen wir jetzt reden zusammen? Ja sie wird sicher reden mit mir. Alles in Ordnung? Ja. Vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Auch keine Probleme. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Das heißt das schön, dass ich hier feiere. Ich kuss. Ich find's auch geil. Seine Handlanger. Sie schienen an ihm interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Hm. Nun, für den Moment sind sie sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiterforschen, bevor sie wiederkommen. Sie erwähnten jemanden namens Priya. Ja, meine Frau. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassische Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Sie ist eine reisende Händlerin, sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. Also wer von euch spielt Hufflepuff? Sie sind Forscherin? Nora Treadwell. Zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Wie außergewöhnlich. Merlin? Aus der Legende von König Arthus? Ja, genau der. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen. Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Da fährt er zu, guck. Da fährt er zu, gerade lang. Er war ein großer Liebhaber von Ränzen. Kann man einfach draufspringen und mitfahren? Faszinierend. Verständlich, dass sie sich für Merlin interessieren. Ich interessiere mich gerade mehr für den Zug da hinten. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so je unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Gröbeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie... Dann probier's mal aus. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Okay, dann probieren wir das gleich mal. Oh, oh, warte, man kann... Ja, gut, dass ich das jetzt auch weiß, dass man hier so flitzen kann. Super. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu. Okay, ich greife zu. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Das stimmt. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Auf welchen Wirbel? Auf welchen Wirbel denn das sind? Überall Wirbel sind da Wirbel, also wir-wir-wir-wir-wir-wir. Da habe ich gerade das kurz geflackern sehen. Achso. Achso, die Säule, achso. Auf den Wirbel soll ich setzen. Achso, ich dachte, ich meinte die Säule da hinten. Meine Güte, haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Hm, das ist Neuland. Ich frage mich, was ist mit diesen Scheiterhaufen? Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Ähm. Okay. Seltsam. Die Scheiterhaufen sind weder wie am Anfang. Ähm. Ich glaube, ich sollte hier nicht stehen. Ich glaube, das sollte... Egal. Was willst du jetzt von mir? Soll ich jetzt hier nochmal... Incendium. Eins und dann... Muss ich vielleicht hier stehen oder so? Rebellion. Ah. Incendium. Alles Scheiterhaufen. Es müssen ganz klar alle drei Feuer entfacht sein. Das verstehe ich jetzt auch. Danke. Ich dachte, es gibt nur eine. Meine Güte. Ich habe es noch nicht vorhin gesehen, dass hier drei sind. Ich hätte ein Blindfisch bin. Und was bringt er das jetzt? Was für ein Tag. Ich fasse es kaum. Oh, Merlin. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier eigentlich alle Prüfungen so? Nicht unbedingt. Aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen sie sie so, wie sie ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass sie in Hogsmeade finden, wenn sie noch mehr benötigen. Gut zu wissen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Ja, war mir auch ein sehr großes Vergnügen, die Dame. Und seien sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles... Ja, für Spaß. Geh in dein Zelt, was jetzt abfackelt. Auftrag abgeschlossen. So, dann würde ich aber mal sagen, dass ich mich für heute mal hier verabschiede, meine lieben Damen und Herren. Denn ich bin schon jetzt wirklich sehr müde. Es ist schon wieder fast 1 Uhr in der Früh. Ja, wir haben 0,50. Perfekt. Leider etwas zu spät angefangen zu streamen. Ich hätte ja eigentlich früher anfangen wollen. Aber das Game hat halt auch runtergeladen. Das hätte ich länger machen können. Muss mich jetzt echt schon langsam hingelegen. Vor allem, ja. Nächsten Tage kommen jetzt erstmal Videos. So ist es. Also. Doch. Morgen kommt ein Video. Übermorgen kommt ein Video. Also heute kommt ein Video. Morgen kommt ein Video. Heute hatten wir einen Stream. Perfekt. Auf jeden Fall Leute. Wir werden das Game jedenfalls weiterzocken. Ich habe richtig Bock drauf. Neue Sachen kennenzulernen. Zu testen. Was es alles cooles gibt. Ja, habe ich recht? Ja, wie ich recht habe. Oh, ist das das Haus von Hagrid? Ist das das Haus von Hagrid? Ich meine, Hagrid gibt es hier vielleicht noch gar nicht. Aber ich glaube, das ist es. Aber ich habe das Haus von Hagrid gefunden. Ich glaube, das müsste es fast sein. Es sieht auf jeden Fall so aus. Wobei, das ist ja im Abhang hier. Ne, eigentlich ist es auch nicht das Haus von Hagrid. Auf jeden Fall werden wir das weiterzocken. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht. Und danke für alle, die jetzt noch am Start waren. Bzw. wir jetzt bis noch eh am Ende dabei waren. Einfach um 1 Uhr morgens jetzt gleich. Einfach unter der Woche. Ich hoffe, euch gefällt das Game hier auch. Das ist mal was anderes. Das ist mal etwas spannendes zu zocken. Aber es macht schon Spaß. Und ja. Dann würde ich sagen, macht hier Mark Rumpel. Macht hier auch mal aus. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen im Video. So ist es. So kann ich das verstellen. Was geht denn jetzt? Idiote! Äh. Aber was auch immer. Also Leute. Haut rein. Ich verabschiede mich. Tschüssi Kowski. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und. Ciao, ciao. Tschüssi Kowski. Gästehaus. Tja, ha? Deine Buh. Äh. Tja, ha?